Dezember 2006 Am Weihnachtsabend im Herzen von Manhattan Schon seit dem Morgen hat es unaufhörlich geschneit. Die verschwenderische Fülle von Lichtern an diesem Weihnachtsabend trug. Das Leben in der Stadt, die niemals schläft, schien allmählich in einer Art Zeitlupe zu gefrieren. Für einen Heiligabend war erstaunlich wenig Verkehr. Nur wenige wagten sich auf die schneeverwehten Straßen hinaus, wo jedes Vorwärtswollen zum kühnen Unterfangen geriet. Nur an der Ecke Madison Avenue 36. Straße fuhren pausenlos Limousinen vor, aus denen Menschen auf den Vorplatz eines wunderschönen Renaissancebaus entlassen wurden. Es war der Sitz der Morgan Library, einer der glanzvollsten kulturellen Einrichtungen New Yorks, die an diesem Abend ihr hundertjähriges Bestehen feierte. Auf der großen Freitreppe wirbelten Smokings und prächtige Abendkleider durcheinander. Überall schimmerten Pelze und glitzerte Schmuck. Die Menge steuerte auf einen Pavillon aus Glas und Stahl zu, einen Anbau, der das Gebäude auf harmonische Art im 21. Jahrhundert verankerte. Im obersten Stockwerk führte ein langer Korridor zu einem weitläufigen Saal, wo in Vitrinen einige Schätze der Bibliothek ausgestellt waren. Eine Gutenbergbibel, kolorierte Manuskripte aus dem Mittelalter, Zeichnungen von Rembrandt, Leonardo da Vinci und Van Gogh, Briefe von Voltaire und Einstein und, nicht zuletzt, der Fetzen einer Papiertischdecke, auf den Bob Dylan einst den Text von Blowing in the Wind gekürzelt hatte. Nachdem auch die letzten verspäteten Besucher ihre Plätze eingenommen hatten, erfüllte eine angespannte Stelle den Raum. Ein Teil des Lesesaals war eigens für diesen Abend umgebaut worden, damit ein paar Privilegierte in den Genuss der Brahms- und Mozart-Interpretationen der Violonistin Nicole Hathaway kamen. Unter großem Applaus betrat die Musikerin die Bühne. Eine junge Frau um die 30. Sie bestach durch schlechte Eleganz. Mit ihrem strengen Haarknoten à la Grace Kelly sah sie aus wie die perfekte Hitchcock-Heldin. Auf internationalem Parkett jubelte man ihr zu, sie war mit den größten Orchestern weltweit aufgetreten und wurde, seit sie im zarten Alter von 16 Jahren ihre erste Platte aufgenommen hatte, mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft. Ein Bilderbuchleben. Bis plötzlich, fünf Jahre zuvor, ein furchtbares Drama über ihr Dasein hereingebrochen war. Ein Drama, auf das sich die Medien gierig gestürzt hatten und das ihr über den Kreis der Musikliebhaber hinaus zu trauriger Berühmtheit verholfen hatte. Mit unaufdringlicher Freundlichkeit begrüßte Nicole das Publikum, bevor sie ihr Instrument ansetzte. Ihre klassische Schönheit fügte sich bestens in das elegante Ambiente des aristokratischen Anwesens, als wäre ihr Platz schon immer hier zwischen den antiken Stichen und Renaissance-Manuskripten gewesen. Der Einsatz war lupenrein, er ging unter die Haut. Vom ersten Takt an fanden Bogen und Seiten zu einem meisterhaften Dialog, der bis zum Ende der Vorstellung anhielt. Während man sich hier drinnen genussvoll dem Wohlklang der feinen Kunst hingab, fielen draußen immer noch dicke Schneeflocken durch die kalte Nacht. Unweit von diesem erlesenen Ort, nahe der U-Bahn-Station Grand Central, hob sich lautlos ein Kanaldeckel. Ein zerzaustes Etwas kam zum Vorschein. Ein Mann, dessen Gesicht durch Schläge entstellt war. Scheu und mit leerem Blick schaute er sich um, bevor er seinen schwarzen Labrador in die Dunkelheit entließ. Schwerfällig hiefte er sich auf den verschneiten Bürgersteig. Als er schließlich wackelig zwar, aber immerhin auf beiden Beinen stand, lief er auf die Straße und taumelte im Zickzackkurs über die Fahrbahn. Um ein Haar wäre er überfahren worden. Ein uhrenbetäubendes Hubkonzert von aufgebrachten Autofahrern scheuchte ihn zurück auf das Trottoir. Er war abgemagert und schwach, hatte kein Dach über dem Kopf und besaß, was er am Leib trug. Einen schmutzstarrenden, abgewetzten Mantel. Sobald er sich näherte, beschleunigten die Passanten ihren Schritt und wichen instinktiv aus. Er war erst fünfunddreißig, sah jedoch aus wie fünfzig. Früher hatte er einen Job, eine Frau, ein Kind und ein Haus gehabt. Aber das war lange her. Heute war er nur noch ein herumirrender Schatten seiner selbst, ein in Lumpen gehülltes Gespenst, das unzusammenhängendes Zeug vor sich hin murmelte. Nur schwer konnte er sich aufrecht halten, schlurfend schleppte er sich durch die Straßen. Welchen Tag wir wohl heute haben? In welchem Monat? Wie viel Uhr mag es sein? In seinem Kopf spukte alles durcheinander. Vor seinen Augen verschwammen die Lichter der Stadt. Eisige Schneeflocken schnitten ihm unbarmherzig ins Gesicht. Seine Füße waren eiskalt. Sein Magen schmerzte vor Hunger. Es fehlte nicht viel und er wäre am Ende. Bald zwei Jahre war es her, dass er sich aus der Gesellschaft der Menschen verabschiedet hatte, um in die Eingeweide der Großstadt abzutauchen. Wie so viele andere Obdachlose hauste er in U-Bahnschächten, streifte durch die unterirdischen Gänge der Bahnhöfe und suchte Unterschlupf in den Tiefen der städtischen Kanalisation. Die unbescholten Bürger und arglose Touristen brauchten sich indes nicht zu fürchten. Die von der Verwaltung ausgerufene Null-Toleranz-Politik trug Früchte. An der Oberfläche blinkte und blitzte Manhattan. Doch unter den strahlenden Wolkenkratzern bebte die Erde vom Treiben eines Paralleluniversums, in dem menschliche Wracks ein unüberschaubares Netz aus Tunneln und Löchern überfluteten. Wie die Maulwürfe suchten tausende von der Politik ausgegrenzte zwischen Ratten und Exkrementen Zuflucht in den dunkelsten Winkeln dieser Unterwelt. Der Mann wühlte in seiner Tasche und förderte eine Flasche billigen Fussels zutage. Natürlich trank er. Wer würde das in seiner Situation nicht tun? Einen Schluck und noch einen. Gegen die Kälte, gegen die Angst und all den Dreck. Um zu vergessen, was sein Leben einmal ausgemacht hatte. Nicole Hathaway setzte zum letzten Bogenstreich an. Zwei Takte und dann Stille. Die berühmte Stille nach jedem Mozartstück. Eine Stille, die von Mozart mitkomponiert zu sein schien, bevor sie von tosendem Applaus verjagt wurde. Die Violonistin verbeugte sich, nahm einen Blumenstrauß und nicht enden wollende Gratulationen in Empfang. Danach versuchte sie, eine günstige Gelegenheit abzupassen, um bald gehen zu können. »Möchtest du los, Cherie?« Die vertraute Stimme hinter ihr gehörte Eric. Langsam drehte sie sich um. Mit einem Glas Martini stand er vor ihr, der Mann, mit dem sie seit einigen Monaten mehr oder weniger ihr Leben teilte. Ein äußerst zuvorkommender Business-Anwalt, der zur Stelle gewesen war, als sie ihn gebraucht hatte. »Ja, mir platzt gleich der Schädel.« »Bringst du mich nach Hause?« Anstelle einer Antwort stürzte er zur Garderobe und stand kurz darauf mit einem grauen Flanellmantel vor ihr, in dem sie wendig wie eine Katze hineinschlüpfte. Eilig verabschiedeten sie sich von den Gastgebern und verließen den feierlichen Empfang, noch bevor er richtig angefangen hatte. Als sie auf die Fifth Avenue hinaustraten, schnitt ihnen ein eisiger Wind ins Gesicht. Sie beschleunigten ihren Schritt. Immer noch schien alles wie ausgestorben. Dicke Schneeflocken senkten sich auf die nächtliche Stadt und erstickten allmählich jedes Geräusch. Keine hundert Meter trennten sie mehr von Eriks Auto. Es stand gleich hinter dem Bryant Park, einer wohltuenden grünen Insel inmitten des Häusermeers, die bei schönem Wetter zum Sonnenbaden und Picknicken oder zu einer Partie Schach am Brunnen einlud. An diesem Abend jedoch lag der Park verlassen und finster da. »Deine Kohle!« Eine Klinge blitzte im Dunkeln auf. Nicole stieß einen spitzen Schrei aus. »Deine Kohle, sag ich!« herrschte der massige Kerl sie an. Er schien ihr merkwürdig alterslos und äußerst robust. Sein rasierter Schädel ragte aus einer unförmigen Windjacke hervor, die ihm bis an die Knie reichte. In seinem Gesicht, das der Länge nach von einer angeschwollenen Narbe gespalten war, klafften seine Augen wie zwei kleine dunkle Krater, aus denen ein flackernder Blick sprühte. »Na los, schneller, mach schon!« »Okay, okay.« Nervös zückte Erik sein Portemonnaie und überließ dem Fremden in vorauseilendem Gehorsam auch noch seine Breitling und sein Handy. Hastig steckte der Mann die Beute ein und machte einen Schritt auf Nicole zu. Mit ein paar groben Handgriffen brachte er ihre Tasche und den Violinkoffer an sich. Die Musikerin versuchte, ihre Furcht zu verbergen, doch es gelang ihr nicht, dem irren Blick des Kerls standzuhalten. Sie schloss die Augen. Während der Räuber ihr die Perlenkette vom Hals riss, sagte sie sich in Gedanken das Alphabet rückwärts auf, so wie sie es als Kind immer getan hatte, wenn Angst ihr die Kehle zuschnürte. Doch als sie die Augen wieder aufschlug, war der Mann immer noch da. Langsam hob er den Arm und wollte mit dem Messer auf sie losgehen. Erik stand wie gelähmt neben ihr und machte keinerlei Anstalten, sie zu verteidigen. Warum war sie nicht einmal überrascht über seine Feigheit? Ihr blieb keine Zeit, dem Angreifer auszuweichen. Wie eine ohnmächtige Zuschauerin sah sie die Hand mit der Klinge auf sich zukommen, die Klinge, die ihr in wenigen Sekunden die Kehle durchtrennen würde. Sollte das alles gewesen sein? Ihr Leben hatte vielversprechend angefangen. Auf den glanzvollen Aufstieg allerdings war schnell der Abstieg in die Hölle gefolgt. Und nun dieses schäbige Ende, ohne die geringste Vorwarnung, als wäre sie die Heldin einer nur halbfertigen Geschichte. Seltsam. Hieß es nicht, dass man im Moment des Todes die wichtigen Augenblicke seines Lebens noch einmal im Zeitraffer vor dem geistigen Auge abspulte? Nicole sah eine einzige Szene vor sich. Ein weiter Strand liegt vor ihr. Nur zwei Menschen befinden sich außer ihr an diesem einsamen Ort und winken ihr fröhlich zu. Sie erkennt ihre Gesichter. Das eine gehört dem einzigen Mann, den sie je geliebt hat und den sie nicht halten konnte. Das andere ihrer Tochter, die sie nicht zu beschützen wusste. Ich bin tot. Nein. Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts jemand auf. Ein Obdachloser. Nicole fürchtete eine weitere Attacke, ehe sie begriff, dass dieser jemand ihr zur Hilfe eilte. Im allerletzten Augenblick trat er zwischen sie und den Straßenräuber. Das Messer traf ihn und nicht sie. Es traf ihn an der Schulter. Doch trotz der Verletzung rappelte sich der fremde Samariter erstaunlich schnell wieder auf die Beine und stürzte sich verbissen auf ihren Angreifer. Es gelang ihm, den Kerl zu entwaffnen und ihn zu zwingen, seine Beute fallen zu lassen. Es folgte eine heftige Schlägerei. Nackte Fäuste wirbelten in der Luft. Der Retter, obschon er schmächtiger als sein Gegner war, gewann die Oberhand und mit Unterstützung eines schwarzen Labradors schlug er den Übeltäter in die Flucht. Der Triumph hatte indes seinen Preis. Kraftlos brach Nicoles Schutzengel auf dem Trottoir zusammen und vergrub sein Gesicht im Schnee. Sie hastete zu dem Mann hin, dabei verlor sie einen ihrer Lackpumps. Erst als sie vor ihm kniete, erkannte sie die rote Blutspur im Schnee. Warum war dieser Fremde so ein Risiko eingegangen, um ihr das Leben zu retten? Wir werden ihm 20 Dollar in die Hand drücken als Dank für seinen Einsatz. Geschäftig sammelte Eric inzwischen sein Portemonnaie und das Handy wieder ein. Die Gefahr war vorüber. Der Anwalt hatte zu seiner gewohnten Arroganz zurückgefunden. Nicole blickte ihn voller Verachtung an. Siehst du nicht, dass er verletzt ist? Ich rufe die Polizei. Du solltest nicht die Polizei rufen, sondern lieber einen Krankenwagen organisieren. Mit einiger Mühe drehte sie ihren Retter auf den Rücken. Seine Schulterverletzung blutete und blutete. Sie presste ihre Hand auf die Wunde und betrachtete das bärtige Gesicht des Mannes. Sie erkannte ihn nicht gleich. Erst als sie seinem fiebrigen, ungläubigen Blick begegnete, fuhr sie erschrocken zusammen. Etwas in ihr zersprang. Ein heißer Strom erfüllte ihr ganzes Wesen. Sie wusste nicht, ob es Schmerz war oder Erleichterung. Eine Brandwunde oder eine Hoffnung, die plötzlich in dieser Nacht aufleuchtete. Sie beugte sich über ihn, näherte ihr Gesicht dem Seinen, wie um ihn gegen das Schneegestöbe abzuschirmen. Was machst du da? erkundigte sich Erik verwirrt, während er eine Nummer in sein Handy eingab. »Leg auf und hol deinen Wagen«, sagte Nicole bestimmt und richtete sich auf. »Darf man fragen, was du vorhast?« »Ich...« »Ich kenne diesen Mann.« »Was soll das heißen, du kennst diesen Mann?« »Hilf mir lieber, wir bringen ihn zu mir«, gab sie zurück, ohne seine Frage zu beantworten. Erik schüttelte den Kopf. »Würdest du mir bitte erklären, wer dieser Typ ist?« Nicole richtete den Blick in die Ferne. Nach einer Weile sagte sie leise, »Es ist Mark, mein Mann.« Brooklyn, auf der anderen Seite des East River, in einem idyllischen viktorianischen Haus, das mit Türmchen und Wasserspeiern verziert ist. Das Feuer knisterte behaglich im Kamin. Mark Hathaway lag immer noch bewusstlos auf der Wohnzimmercouch. Seine Beine waren in eine warme Decke eingewickelt. Dr. Susan Kingston stand gebeugt über der Schulter des Verletzten und vernähte die Wunde mit geübter Hand. »Die Verletzung ist nur oberflächlich«, erklärte sie Nicole, als sie fertig war und sich die sterilen Latex-Handschuhe abstreifte. »Ich mache mir mehr Sorgen wegen seines Allgemeinzustandes. Er hat eine schlimme Bronchitis und sein Körper ist übersät mit Blutergüssen und Frostbeulen.« Susan war gerade dabei gewesen, ihrer Familie den traditionellen Christmas-Pudding zu servieren, als das Telefon klingelte. Es war Nicole Hathaway, ihre Nachbarin, die völlig aufgelöst schien und sie anflehte, ihren verletzten Mann zu verarzten. Susan hatte nicht eine Sekunde gezögert. Ihr Mann und sie kannten Mark und Nicole sehr gut. Bevor die Katastrophe, sie lag inzwischen fünf Jahre zurück, über ihre Nachbarn hereingebrochen war, hatten sich die beiden Paare angefreundet und gingen oft zusammen aus. Heute schien diese Zeit einer weit zurückliegenden Vergangenheit anzugehören. Sie kam Susan beinahe unwirklich vor. Sie sah Mark an. Ein Gefühl von Trostlosigkeit überkam sie. »Wusstest du, dass er auf der Straße lebt?« Nicole schüttelte stumm den Kopf. Sie war nicht in der Lage, auch nur ein Wort hervorzubringen. Es war zwei Jahre her, dass Mark ihr eines Morgens mitgeteilt hatte, er würde jetzt gehen. Er könne es nicht ertragen, so zu leben. Er habe einfach keine Kraft mehr. Sie hatte alles versucht, um ihn aufzuhalten, doch manchmal ist auch alles nicht genug. Seither hatte sie nie wieder etwas von ihm gehört. »Ich habe ihm ein Schmerzmittel und Antibiotika gegeben«, sagte Susan und packte ihre Sachen zusammen. Nicole begleitete sie zur Haustür. »Ich komme morgen wieder vorbei«, versprach Susan. »Es wäre gut«, sie hielt inne und musste schlucken. »Nicole, es wäre gut, wenn du ihn in diesem Zustand nicht gehen ließest. Er würde es nicht überleben.« »Was machen wir jetzt mit ihm? Mit deinem Mann?« Ein Glas Whisky in der Hand lief Eric unruhig in der Küche auf und ab. Nicole sah ihm mit einer Mischung aus Überdruss und Widerwillen dabei zu. Was zum Teufel hatte sie mit so einem Typen zu schaffen? Und das seit fast einem Jahr. Wie hatte sie ihn nur in ihr Leben eindringen lassen können? Was hatte sie bei ihm gesucht? »Geh einfach, bitte«, sagte sie leise. Eric schüttelte den Kopf. »Nein, es ist ausgeschlossen, dass ich dich in so einem Augenblick allein lasse.« Als der Kerl mir das Messer an die Kehle gedrückt hat, war das doch auch kein Problem für dich. Die Miene des Anwalts erstarrte, und es dauerte einen Moment, bis er sich wieder gefasst hatte und zu einer Rechtfertigung ansetzte. »Aber ich hatte doch keine Zeit um...« stammelte er und ließ den Satz unvollendet im Raum stehen. »Geh«, wiederholte Nicole müde. »Wenn es das ist, was du willst, bitte schön. Aber ich werde dich morgen anrufen«, fügte er hinzu, bevor er sich davonstahl. Erleichtert, Eric endlich losgeworden zu sein, kehrte Nicole ins Wohnzimmer zurück, knipste alle Lampen aus und ließ sich neben dem Sofa nieder, auf dem Mark immer noch reglos lag. Sie wollte in seiner Nähe sein. Der Raum war nur mehr erleuchtet von dem spärlichen Licht der rot-orangenen Glut. Mit einem Mal erfüllte eine friedvolle Atmosphäre das Haus. Erschöpft und verwirrt legte Nicole ihre Hand auf die ihres Mannes und schloss die Augen. Wie glücklich sie in diesem Haus gewesen waren. Wie sehr hatten sie sich gefreut, als sie es damals entdeckt hatten. Es war eines der berühmten Brownstone-Häuser, erbaut am Ende des 19. Jahrhunderts, mit einer dunklen Steinfassade und einem hübschen Garten. Vor zehn Jahren hatten sie es erworben, kurz vor der Geburt ihrer Tochter, die sie abseits des wilden Treibens von Manhattan großziehen wollten. Auf den Bücherregalen erinnerten ein paar eingerahmte Fotos an die glückliche Zeit von damals. Ein Mann und eine Frau, Hand in Hand, die sich mit innigen Blicken und Gesten verständigen. Romantische Ferien auf Hawaii und eine abenteuerliche Motorradtour durch den Grand Canyon. Daneben eine Ultraschallaufnahme, dann das Bild eines pausbäckigen Babys bei seinem ersten Weihnachtsfest. Und schließlich ein paar Fotos, auf denen aus dem Baby ein kleines Mädchen geworden ist, das seine Milchzähne verloren hat. Stolz posiert es vor den Giraffen im Zoo der Bronx, rückt sein Mützchen vor einer Schneelandschaft in Montana zurecht und präsentiert seine beiden Klauenfische Ernesto und Cappuccino. Fotos, die ein ungetrübtes Glück atmen, das für immer verloren schien. Mark hustete im Schlaf. Nicola schauerte. Der Mann, der sich dort auf dem Sofa ausruhte, hatte nichts mehr mit dem Mann zu tun, den sie geheiratet hatte. Lediglich seine Diplome und Auszeichnungen erinnerten daran, dass Mark ein renommierter Psychologe gewesen war. Schon in jungen Jahren hatte er sich einen Namen als Spezialist für Traumatherapien gemacht und war häufig von der FAA und dem FBI bei Flugzeugabstürzen und Geiselnahmen zu Rate gezogen worden. Die Erfahrungen, die Mark als Psychologe in der Praxis sammelte, schrieb er regelmäßig für die großen Boulevardblätter nieder. Ein Forum, das ihm erlaubte, neue Therapieformen ins Gespräch zu bringen. Auf dem Gebiet der Hypnose und Aufstellung etwa galten er und Connor McCoy, sein Praxispartner und Freund aus Kindertagen, als absolute Vorreiter. Im Laufe der Zeit war Mark zu einem der populärsten Psychologen des Landes aufgestiegen. Ständig konnte man ihn auf irgendwelchen Podien im Fernsehen bewundern und seine Prominenz ließ Nicole und ihn zunehmend zu Stars der Medienszene werden. So hatte Vanity Fair ihnen einen vierseitigen Artikel mit einer Glamour-Fotostrecke gewidmet, als es um die angesagtesten Paare New Yorks ging. Und dann war das Hochglanzmärchen plötzlich in tausend Fetzen zerrissen. Eines Nachmittags war ihre fünfjährige Tochter Lila in der riesigen Shopping-Mall von Orange County im Süden von Los Angeles verschwunden. Zum letzten Mal hatte man sie gesehen, als sie die Spielsachen im Schaufenster des Disney Store bestaunte. Ihr Kindermädchen, ein australisches Au-pair, hatte sie ein paar Minuten unbeaufsichtigt gelassen, um ganz schnell eine heruntergesetzte Jeans im benachbarten Diesel-Shop anzuprobieren. Wie viel Zeit war vergangen, bis sie gemerkt hatte, dass die Kleine nicht mehr da war. Höchstens fünf Minuten hatte das Kindermädchen gegenüber der Polizei beteuert. Eine Ewigkeit also. Was kann nicht alles in fünf Minuten geschehen? Es hatte in Strömen geregnet an jenem 23. März. Obwohl die Kleine am helllichten Tag und an einem belebten Ort verschwunden war, hatten die Polizisten Schwierigkeiten, verlässliche Zeugenaussagen zusammenzutragen. Auch die Auswertung der Überwachungsvideos hatte nichts ergeben. Nicht mehr jedenfalls als die Befragung des Kindermädchens, dem zwar die Verletzung seiner Aufsichtspflicht vorgeworfen werden konnte, nicht jedoch eine Kindesentführung. So verging Tag um Tag. Mehrere Wochen lang durchkämmten hunderte Polizisten mit Spürhunden und in Helikoptern die gesamte Umgebung. Doch trotz dieses enormen Aufgebots und der Anstrengungen des FBI fand sich kein Hinweis auf den Verbleib des Kindes. Monat um Monat. Das Fehlen jeglicher Indizien brachte die Beamten völlig aus dem Konzept. Es gab keine Lösegeldforderung, keine Spur, einfach nichts. Jahr um Jahr. Seit fünf Jahren hing nun schon in einer Reihe mit den vielen anderen verschollenen Kindern ein Foto von Leila in allen Bahnhöfen, Flughäfen und Postämtern aus. Doch die Kleine blieb unauffindbar, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Für Mark war das Leben an jenem 23. März 2002 stehen geblieben. Das Verschwinden seiner Tochter hatte ihn in einen Zustand absoluten Elends gestürzt. Die von Schmerz und Schuldgefühlen ausgelöste Erschütterung war derart verheerend, dass er sich von allem abkapselte. Seinem Beruf, seiner Frau, seinem besten Freund. In den ersten Monaten hatte er die renommiertesten Privatdetektive beschäftigt, damit sie die polizeiliche Untersuchung bis ins kleinste Detail nachrecherchierten. Ohne Resultat. Dann hatte er sich selbst in ergebnislose Nachforschungen gestürzt. Eine zum Scheitern verurteilte Suche, die drei Jahre in Anspruch nahm. Danach war Mark seinerseits verschwunden, ohne je wieder etwas von sich hören zu lassen, weder bei seiner Frau noch bei Connor. Nicole war nicht in der gleichen Weise abgerutscht. Am Anfang hatte sich ihre hoffnungslose Verzweiflung durch ein besonderes Empfinden von Schuld noch verdoppelt. Sie war es gewesen, die darauf bestanden hatte, dass Lila sie nach Los Angeles begleitete, wo sie eine Reihe von Konzerten geben sollte. Und sie hatte das Kindermädchen engagiert, das schließlich das Drama herbeigeführt hatte. Als sie sich dem Schlimmsten stellen musste, war ihr als einzige Abwehr die Hyperaktivität geblieben, mit der sie seither Auftritte und Plattenaufnahmen aneinanderreite. Plötzlich knackte ein Holzscheit im Kamin. Mark riss die Augen auf und fuhr hoch. Einige Sekunden lang schien er zu rätseln, wo er sich befand, was geschehen war. Als er Nicole erblickte, kam seine Erinnerung langsam zurück. »Bist du verletzt?« fragte er seine Frau. »Nein, und das habe ich dir zu verdanken.« Für einen Moment sah es so aus, als wollte er wieder in seine Starre verfallen. Doch dann stand er abrupt auf. »Bleib liegen, bitte! Du musst dich ausruhen!« Als hätte er sie nicht gehört, machte er ein paar unsichere Schritte auf das große Glasfenster zu. Dahinter glitzerte die Straße, weiß und still. »Wo sind meine Sachen?« »Ich habe sie weggetan, Mark. Sie waren völlig verdreckt.« »Und mein Hund?« »Den habe ich mit dir hierhergebracht, aber er hat sich aus dem Staub gemacht.« »Ich gehe auch.« Er schwankte zur Tür. Nicole stellte sich ihm in den Weg. »Hör zu, es ist mitten in der Nacht. Du bist verletzt und völlig erschöpft. Willst du dich im Badezimmer frisch machen? Außerdem haben wir uns seit zwei Jahren nicht gesehen. Wir müssen reden.« Nicole nahm ihren Mann an die Hand und führte ihn ins Badezimmer zu duschen. Wortlos drehte sie das Wasser auf und ging. Völlig berauscht von dem schweren Duft des Shampoos überließ sich Mark eine halbe Stunde lang dem warmen, wohltuenden Strahl. Tropfnass und in ein großes, weiches Handtuch gehüllt, trat er dann in den Flur hinaus und hinterließ überall auf dem gewohnerten Parkett kleine Pfützen. Er öffnete eine Schranktür und betrachtete prüfend, was einmal seine Garderobe gewesen war. Unberührt hing dort alles genau so, wie er es hinterlassen hatte. Achtlos kramte er zwischen lauter feinem Tuch von Armani, Boss und Zengia, Kleidung, die aus einem Leben stammte, das nicht mehr seins war, zog schließlich eine Jeans, ein langärmliches Shirt und einen warmen Pulli hervor und schlüpfte hinein. Angekleidet und wohlriechend ging er hinunter in die Küche, wo Nicole bereits auf ihn wartete. Der Raum war geschmackvoll ausgestattet, die Mischung aus Holz, Glas und Chrom gab ihm eine gewisse Leichtigkeit und Transparenz. Eine sehr edle Arbeitsplatte verlief die ganze Wand entlang, in der Mitte lud ein freistehender Herd zum Kochen ein. Bis vor wenigen Jahren war diese Küche erfüllt gewesen von fröhlichen Familienfrühstücken, ausgelassenen Pfannkuchenmahlzeiten und romantischen Candlelight-Dinnern. Aber das schien lange her. Inzwischen ließ sich hier niemand mehr zum Kochen und Essen nieder. Ich habe dir ein Omelette mit Toast gemacht, sagte Nicole und schenkte dampfenden Kaffee in eine Tasse. Mark nahm an dem für ihn gedeckten Tisch Platz, erhob sich jedoch gleich wieder, seine Hände begannen zu zittern. Ehe er auch nur einen Bissen herunter bekam, musste er trinken. Er brauchte Alkohol. Fassungslos beobachtete Nicole, wie er sich fiebrig daran machte, die erstbeste Weinflasche zu entkorken, um sie dann mit zwei Schlucken halb zu leeren. Seine Angespanntheit löste sich, er setzte sich zurück an den Tisch und aß, schweigend. Wo warst du die letzten zwei Jahre, Mark? fragte Nicole in die Stille hinein. Unten in den U-Bahn-Schächten, Abwasserkanälen, Schlammgräben, mit all den anderen Obdachlosen. Nicole schüttelte verständnislos den Kopf, sie war den Tränen nahe. Warum? Du weißt genau warum, fuhr er seiner Frau an. Sie ging einen Schritt auf ihn zu und nahm seine Hand. Aber du hast doch eine Frau, einen Beruf, Freunde. Er zog seine Hand zurück und stand auf. Lass mich bitte in Ruhe. Erklär es mir, schrie Nicole hilflos. Erklär mir, was es dir bringt, wie ein Penner zu leben. Er blickte sie an. Ich kann nicht anders. Ich kann kein normales Leben führen. Du magst das schaffen. Ich kriege es einfach nicht hin. Jetzt fang nicht an, mir Schuldgefühle einzureden, Mark. Ich werfe dir nichts vor. Fang ein neues Leben an, wenn es dir gefällt. Bei mir sitzt der Schmerz zu tief. Ich komme nicht darüber hinweg. Du bist Psychologe und Therapeut, Mark. Du hast so vielen Menschen geholfen, furchtbare Katastrophen zu bewältigen. Weißt du, vielleicht will ich diesen Schmerz auch gar nicht überwinden, denn er ist das Einzige, was mich noch am Leben hält. Er ist alles, was mir von ihr bleibt. Verstehst du? Es vergeht nicht eine Minute, ohne dass ich an sie denke, ohne dass ich mich frage, was der Entführer ihr wohl angetan hat, ohne dass ich mir den Kopf darüber zerbreche, wo sie in diesem Augenblick sein mag. Sie ist tot, Mark, entgegnete Nicole Kühl. Er hob drohend den Arm, fasste sie am Hals und drückte zu, als wollte er sie erwürgen. Wie kannst du so etwas sagen? Mark, es ist fünf Jahre her, rief sie schluchzend und befreite sich aus seinem Griff. Fünf Jahre, ohne die geringste Spur, ohne eine Lösegeld Forderung. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass nein Mark, es ist vorbei. Es gibt keinen Grund zur Hoffnung mehr. Sie wird nicht plötzlich wieder auftauchen. Das wird nicht passieren. Niemals. Hörst du? Niemals. Wenn man irgendwann irgendetwas findet, wird es ihre Leiche sein, nichts weiter. Und glaub ja nicht, dass du der Einzige bist, der leidet. Was soll ich denn sagen? Ich habe nicht nur sondern auch meinen Mann verloren. Anstelle einer Antwort stürzte Mark aus der Küche. Nicole folgte ihm. Sie war fest entschlossen, ihn diesmal nicht davon kommen zu lassen. Hast du je darüber nachgedacht, dass wir andere Kinder haben könnten? Hast du dir nie überlegt, dass mit der Zeit wieder Leben in dieses Haus kommen könnte? Bevor ich über andere Kinder nachdenke, möchte ich meine Tochter wieder haben. Lass mich Conor Bescheid sagen. Er sucht dich seit zwei Jahren überall. Er könnte dir helfen, aus diesem tiefen Tal herauszufinden. Ich brauche keine Hilfe, um aus diesem tiefen Tal herauszufinden. Meine Tochter leidet, und ich will mit ihr leiden. Da draußen wirst du krepieren. Ist es das, was du willst? Dann geh! Oder jag dir eine Kugel in den Kopf. Nein, ich will nicht sterben. Ich will den Tag erleben, an dem man sie findet. Nicole griff nach ihrem Handy und wählte Connors Nummer. Sie benötigte dringend seine Hilfe. Und mach schon, Conor, geh endlich ran! Sie geben. Sie musste sich geschlagen geben. Allein würde es ihr nicht gelingen, ihren Mann aufzuhalten. Inzwischen hatte sich Mark wieder auf der Wohnzimmer Couch ausgestrickt. Er war eingeschlafen. Am nächsten Morgen wachte er früh auf, nahm eine Sporttasche aus dem Kleiderschrank und packte eine Decke, eine Windjacke, eine Schachtel Kekse und mehrere Flaschen Alkohol ein. Nicole ergänzte dieses Sammelsurium um ein Handy inklusive Akku und Ladegerät. Falls du dich doch entscheiden solltest, Connor anzurufen, oder wenn ich dich dringend sprechen muss. Mark öffnete die Haustür. Es hatte aufgehört zu schneien und das erste Tageslicht legte sich über die Stadt wie ein bläulicher Schleier. Kaum hatte Mark einen Fuß auf die glitzernde Schneedecke gesetzt, tauchte der schwarze Labrador aus dem Nichts wieder auf. Er bellte aufgeregt und wedelte mit dem Schwanz, als er hinter einer Mülltonne hervorgeschossen kam. Mark streichelte dem Tier liebevoll den Kopf. Dann blies er in seine Hände, um sie aufzuwärmen, schwang sich die Tasche über die Schulter und ging fort in Richtung Brooklyn Bridge. Nicole stand auf der Türschwelle und blickte dem Mann ihres Lebens nach, wie er sich im Morgengrauen allmählich entfernte. Hast dich, lief sie auf die Straße und rief ihm hinterher, ich brauche dich. Wie ein angeschlagener Boxer drehte sich Mark langsam um und hob die Arme, als wollte er sagen, wie leid es ihm tue. Am Ende der Straße bog er um die Ecke und verschwand. Die Praxis von Dr. Connor McCoy befand sich in einem der Glastürme des imposanten Time Warner Center im äußersten Westen des Central Park. Es erfüllte Connor mit Stolz einen Raum geschaffen zu haben, in dem seine Patienten sich wohlfühlten und bestmöglich betreut wurden. Seine Klientel war durch persönliche Empfehlungen stetig angewachsen, obwohl seine zuweilen etwas unorthodoxen Methoden nicht von allen Kollegen gleichermaßen geschätzt wurden. Bis tief in die Nacht saß Connor an diesem Weihnachtstag am Schreibtisch und grübelte über einer Patientenakte. Er unterdrückte ein Gähnen und blickte auf seine Armbanduhr. Von halb zwei entfuhr es ihm. Aber wen kümmerte es? Niemand wartete zu Hause auf ihn. Connor liebte ausschließlich für seinen Beruf. Er hatte weder eine Lebensgefährtin noch eine Familie. Die erste Praxis hatte er vor Jahren mit seinem Kindergartenfreund Mark Hathaway eröffnet, der seine Leidenschaft für die Psychologie uneingeschränkt teilte. Beide waren sie in einem sozial schwierigen Viertel in Chicago groß geworden. Beide hatten sie Leid und Elend hautnah miterlebt, bevor sie beschlossen, sich beruflich und mit ganzem Herzen der Entwicklung verschiedenster Therapieformen zu verschreiben. Ihr Erfolg war überwältigend gewesen. Bis eines Tages der Himmel über Mark zusammenbrach. Connor hatte alles getan, um seinem Freund zu helfen, hatte mit ihm die Suche nach Lila Tag und Nacht fortgesetzt, als die Polizei längst aufgegeben hatte. Doch Mark war an seinem Kummer zerbrochen und schließlich selbst von der Bildfläche verschwunden. Connor war untröstlich gewesen. Er hatte seinen besten Freund verloren. Und damit nicht genug. Es war zugleich seine schmerzlichste Niederlage als Psychologe. Um die trübsinnigen Gedanken zu verscheuchen, stand Connor auf und schenkte sich einen Tropfen seines edelsten Malt Whiskys ein. Frohe Weihnachten! Er prostete seinem Spiegelbild in der Fensterscheibe aufmunternd zu. Mit dem Glas in der Hand studierte Connor ein paar Computertomographien auf dem Bildschirm seines Laptops. Sie zeigten eine bestimmte Hirnregion eines seiner Patienten. Wie jedes Mal war Connor vollkommen gefesselt von dem, was er sah. Lieben, Leiden, Glück, Unglück. All das geschah dort, in den geheimen Kammern unseres Hirns, inmitten der Milliarden von Neuronen. Alles Begehren und Denken, Erinnerung, Angst, Wut oder auch der Schlaf hingen von verschiedenen biochemischen Stoffen ab, die der Organismus ausschüttete, den sogenannten Neurotransmittern, deren Aufgabe es ist, die Information einer Nervenzelle an eine andere weiterzugeben. Zu geben. Schon immer hatte Connor mit großer Aufmerksamkeit und Begeisterung die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet der Neurowissenschaften verfolgt. Er war sogar einer der Pioniere gewesen, die als Erste die biochemischen Ursachen, die während einer Depression stattfinden, analysierten. Die Studie, an der er mitgewirkt hatte, zeigte beispielsweise, dass bestimmte Mutationen eines Gens eine höhere Disposition zur Depression und Selbstmord bedingen als seine ursprüngliche Form. Es war also ganz und gar nicht so, dass alle Menschen mit denselben Voraussetzungen dafür geboren wurden, die Prüfungen des Lebens zu meistern. Dennoch wollte Connor nicht vor diesem vermeintlichen genetischen Determinismus kapitulieren. Er war der Überzeugung, dass die seelische Struktur eines Menschen kaum von seinen biologischen Gegebenheiten zu trennen war. Und so hatte er als junger Arzt immer sorgsam darauf geachtet, sich auf beiden Gebieten, der Psychologie und der Neurologie fortzubilden. Selbstverständlich werden wir von unserem genetischen Erbgut geprägt. Doch im Laufe eines Lebens kann es durch affektive Beziehungen umprogrammiert werden, so jedenfalls lautete Connors Credo. Nichts ist definitiv entschieden. Der Arzt leerte das Whiskyglas in einem Zug, zog seinen Mantel über und verließ die Praxis. In dem gigantischen Gebäude waren unter anderem ein Fünf-Sterne-Hotel, mehrere Restaurants und ein Jazz-Club untergebracht. Der ausgelassene fröhliche Radau drang über mehrere Etagen und unterstrich einmal mehr die Einsamkeit des Psychologen. Im Aufzug prüfte Conner noch einmal, ob er auch alle Akten eingesteckt hatte, die er zu Hause durcharbeiten wollte. Für den übernächsten Tag hatte er eine Gruppentherapiesitzung angesetzt und damit sie allen Beteiligten etwas brachte, musste er sich perfekt vorbereiten. Zugang zur Tiefgarage bekam nur, wer per Augenscan vom Computersystem erkannt wurde. Nachdem Conner die Prozedur hatte über sich ergehen lassen, steuerte er mit zügigen Schritten auf sein silberfarbenes Aston Martin Coupé zu. Er betätigte kurz die Funk Entriegelung seines Sportwagens und stieg ein. Wie liebte er diesen Geruch der Ledersitze. Er legte seine Umhängetasche auf dem Beifahrersitz ab und verließ die Garage durch die Auffahrt, die auf den Columbus Circle führte. Immer noch schneite es dicke Flocken und die Straßen waren glatt. Er erreichte die Avenue of the Americas und hielt sich in Richtung Tribe E. Im Radio lief ein Stück elektronischer Musik von Radiohead, das von einer unsicheren Zukunft zu berichten wusste, in der der Mensch jeden Kampf verloren haben würde. Die Musik passte gut zu seinem augenblicklichen Gemütszustand, eine düstere Grundstimmung, die sich durch nichts aufhellen ließ. Als er in den Broadway einbog, gab er plötzlich Vollgas und wäre um ein Haar aus der Kurve geflogen. Immer häufiger suchte er in letzter Zeit den Nervenkitzel und die Gefahr. Das war seine Art, sich lebendig zu fühlen. Erst an einer roten Ampel in Greenwood Village fasste er sich wieder und brachte den Wagen zum Stehen. Endgültig überwunden zu haben, dank seines Berufs. Er hatte sogar ein Buch mit dem Titel Überleben veröffentlicht, in dem er seine eigene Geschichte erzählte und viel Hoffnung verbreitete. Doch Marks Fahnenflucht hatte alles wieder über den Haufen geworfen. Connor versank in seiner alten Hoffnungslosigkeit, verlor sich in dem zerstörerischen Gefühl von Einsamkeit und litt unter permanenten Schuldgefühlen. Müde rieb er sich die Augen, als sein Handy klingelte und ihn aus seinen trüben Gedanken riss. Er holte das Telefon aus seiner Jackentasche hervor und staunte, als er den Namen auf dem Display las. Nicole Hathaway. Nicole? Sie hatten kaum noch Kontakt, seit sie mit diesem Anwalt Eric zusammen war. Was für ein Idiot. Ob es Neuigkeiten von Mark gibt, dachte er aufgeregt, ohne wirklich daran zu glauben. Er wollte den Anruf gerade entgegen nehmen, als die Beifahrertür seines Aston Martin plötzlich aufgerissen wurde. Eine Hand grapschte nach seiner Ledertasche. Scheiße entfuhr es Connor. Ohne nachzudenken sprang er aus dem Wagen und rannte dem Dieb, nein, der Diebin hinterher. Trotz der Dunkelheit konnte er deutlich die langen Haare des jungen Mädchens ausmachen, dass seine Beute fest gegen die Brust gepresst hielt. Connor beschleunigte und mit jedem Schritt drohte er auf dem glatten Bürgersteig auszurutschen. Nur noch zwei Meter trennten ihn von ihr, als sie plötzlich die stark befahrene Straße überquerte und dabei riskierte überfahren zu werden. Du kleines Luder. Wieder jede Vernunft blieb Connor dem Mädchen auf den Fersen. Um nichts in der Welt hätte er zugelassen, dass die Kleine sich mit den Akten, die sich in seiner Umhängetasche befanden, aus dem Staub machte. Sie enthielten das Intimleben seiner Patienten, ihre persönlichsten Geheimnisse. Er hatte die Gaunerin fast eingeholt. Als er bemerkte, wie sehr sie außer Atem war, warf er sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie. Sie stürzte zu Boden, ihr Gesicht grub sich in den Schnee und sie wehrte sich nicht, als Connor ihr den Arm auf den Rücken drehte. »Gib das her!« keuchte er und entriss ihr den Lederbeutel. Erst als er wieder im Besitz seiner Patienten Akten war, erhob sich der Arzt langsam, ließ den Arm der Diebin jedoch nicht los. Er wollte sie zwingen, ebenfalls aufzustehen. »Lassen Sie mich los!« brüllte die Kleine und strampelte wie wild. Unbeeindruckt schleifte Connor sie einige Meter hinter sich her, bis er sie unter einer Laterne näher in Augenschein nehmen konnte. Sie war vielleicht fünfzehn, ein schmales, hochgewachsenes Mädchen. Ihr bleiches Gesicht stand in Kontrast zu ihrem langen schwarzen Haar, in das sich stumpfe scharlachrote Strähnen mischten. Unter ihrem abgewetzten Lackmantel trug sie einen Minirock und eine Nylonstrumpfhose, über die sie zusätzlich eine dickere Netzstrumpfhose Conor ließ sich nicht beirren. Sein Griff wurde fester. Was hatte ein so junges Mädchen mitten in der Nacht ausgerechnet zu Weihnachten allein auf der Straße zu suchen? Wer heißt du? Fuck you, fauchte sie ihn an. Wenn das so ist, gehen wir eben zur Polizei. Tricks Kerl. Sie zitterte und schlug um sich so vehement, dass ihr Portemonnaie aus der Manteltasche fiel. Conor hob es vom Boden auf, ohne seinen Griff auch nur eine Sekunde zu lockern. Geschickt klappte er es auf und fand ihren Personalausweis. Evi Harper geboren am 3. September 1991 las er. Was zum Teufel machst du um 2 Uhr nachts hier draußen, Evi? Geben sie mir sofort mein Portemonnaie zurück. Sie haben kein Recht dazu. Ich weiß nicht, ob du gerade in der Position bist, von Recht zu reden, bemerkte Conor trocken. die Flucht zu ergreifen. Herausfordernd sah sie ihn an. Conor musterte sie. Evi zitterte vor Kälte. Ihre Augen waren mit schwarzem Kajal umrandet, doch hinter diesem Vampirlook erriet man ihre hellen und verängstigten Kinderaugen. Hör zu. Ich bring dich nach Hause, zu deinen Eltern. Ich hab keine Eltern, rief sie feindselig. Achso. Und wo lebst du dann? In einem Heim? In einer Pflegefamilie? Fick dich! Das seufzte der Arzt. Ist das alles, was du in der Schule gelernt hast? Dieses Mädchen löste gemischte Gefühle in ihm aus, Wut und zugleich Mitleid. Evi erinnerte ihn an jemanden, ohne dass er hätte sagen können, an wen. Er spürte ihre Angst und dass sie litt. Ein Leiden, das alles in ihrem Leben beherrschte. Brauchst du Geld? Sie antwortete nicht. Doch aus ihrem Brauchst du es für Drogen? Musst du deine Dosis haben? Hast du Entzugs Erscheinungen? Ich bin kein Junkie, rief Evi empört. Connor machte einen Schritt auf Evi zu und versuchte es etwas behutsamer. Ich bin Arzt. Ich könnte dir einen Schlafplatz für heute Nacht besorgen. Er riss den Klettverschluss ihres Portemonnaies auf. Nichts. Kein einziger Geldschein, nicht mal eine Münze. Er steckte Efis Personalausweis wieder in das Fach zurück und reichte ihr die Geldbörse. Ungeduldig griff sie danach. Soll ich dich zu einer warmen Mahlzeit einladen? schlug er vor. Und was verlangst du als Gegenleistung? Nichts, Evi. Gar nichts, entgegnete er kopfschüttelnd. Sie sah ihn misstrauisch an. Offenbar hatte das Leben sie gelehrt, keinem Mann über den Weg zu trauen und wenn er noch so glaubwürdig erschien. Warum solltest du mir helfen wollen? Weil du mich an jemanden erinnerst. Sie zögerte. Dann sagte sie, ich hau ab, du kannst dir deine warme Mahlzeit sonst wohin stecken. Warte. Connor hielt sie zurück. Ein bisschen weiter oben auf der vierzehnten Straße gibt es einen Diner. Er heißt Albertus, kennst du den? Evi Nikto unwillkürlich. Ich gehe jetzt zu meinem Wagen zurück, kündigte Connor an, und dann fahre ich dorthin und werde mir etwas leckeres zu essen gönnen. Alberto ist der König der Hamburger in New York. McDonald's ist nichts dagegen. Du wirst sehen. Gar nichts werde ich sehen. Wie auch immer, ich mache mich jetzt auf den Weg. Wenn du in zehn Minuten bereit bist für einen saftigen Hamburger mit knusprigem Brot, kleinen Zwiebelringen, Gurkenscheibchen und Bratkartoffeln, weißt du, wo du mich findest. Ohne Eile entfernte sich Connor. Nach zwanzig Metern drehte er sich noch einmal um. Die Schneeflocken glitzerten silbrig im Schein der Laternen und verzauberten die nächtliche Straße in eine Märchenlandschaft. Evi stand noch immer da, starr vor Kälte. Sie hatte sich keinen Zentimeter fortbewegt. Wieder erschrak Connor beim Anblick ihrer zerbrechlichen Gestalt und ihrer Blässe, als wäre etwas in ihr bereits gestorben. Ich werde nicht kommen, rief sie ihm zu. Ganz wie du meinst, antwortete Connor. Kaum eine halbe Stunde später saß Evi am Tresen des Diners und machte sich mit Heißhunger über einen saftigen Hamburger her, wie jemand, der seit Tagen nichts mehr zu essen bekommen hat. Das Lokal schien wie aus einer anderen Zeit. Mit seinen Sitzbänken aus abgewetztem Kunstleder und den Chromverzierungen, die bereits Patina angesetzt hatten, atmete es geradezu den Duft des alten New Jersey. An der Wand hinter der Kasse hingen Fotos mit Widmungen, die vermuten ließen, dass Jack Nicholson, Bruce Springsteen und Scarlett Johansson erst kürzlich hier eingekehrt waren. Im hinteren Teil des Restaurants unterhielt eine jämmerliche Anlage das halbe Dutzend einsamer Gäste mit einem alten Clapton Song. Connor war hinausgegangen, um zu rauchen. Aufmerksam verfolgte er durch das Schaufenster jede Regung des Mädchens, als könne er mit seinem Blick ihre Fassade durchbohren und die Geheimnisse ihrer Seele entdecken. Evies Mantel lag zusammengeknautscht neben ihr auf der Bank. Sie hatte ihren Hamburger so hastig hinuntergeschlungen, dass sie überall mit Ketchup verschmiert war. Als sie sich mit einer Papierserviette über das Gesicht wischte, bemerkte Connor ein Pflaster an ihrem Handgelenk und weiter oben, an der Innenseite ihres Unterarms, zahlreiche Spuren von Verletzungen, die sie sich selbst zugefügt haben musste. Dass es diesem jungen Mädchen nicht gut ging, war ein Euphemismus. Connor erahnte die widersprüchlichen Kräfte, die in ihr wirkten. Sie demonstrierte Willensstärke und Unerschrockenheit. Doch zugleich war sie immer nah dran, alles hinzuschmeißen. Es gehörte zu Connors Begabungen, sich in Menschen hineinzufühlen und sie zu durchschauen. Ein Talent, das er von Beginn an mit seinem Jugendfreund Mark geteilt hatte. Bei dem Gedanken an seinen Freund trübte sich sein Blick. Als sie noch Kinder waren, hatten sie sich geschworen, dass sie immer aufeinander würden zählen können. So viele Widrigkeiten hatten sie im Laufe der Jahre Seite an Seite gemeistert. Doch seit Lailas Verschwinden waren ihre gemeinsamen Bezugspunkte und ihre hochherzigen Versprechungen wie ausradiert. Connor zog ein letztes Mal an seine Zigarette und schnippte die Kippe in den Schnee. An diesem Weihnachtsabend hatte er das Gefühl, dass alle Tristesse der Welt auf seinen Schultern lastete. Was hatte er hier um drei Uhr morgens in der Eiseskälte verloren, anstatt es sich zu Hause gemütlich zu machen? Er konnte so nicht weiterleben. Er musste einsehen, dass er nicht alle und jeden vor dem Abgrund retten konnte. Das Mutter Theresa Gewand wurde ihm allmählich zu schwer. Vielleicht war es an der Zeit, einmal innezuhalten, die Patienten zu vergessen und Manhattan zu verlassen, um sein Glück anderswo zu suchen, noch einmal von vorn anfangen. Einige Sekunden lang erfüllte ihn diese Vorstellung mit einem Gefühl von Leichtigkeit und Euphorie. Doch dann spürte er, das Efi ihn von der anderen Seite des Fensters aus beobachtete. Er hob den Kopf und zum ersten Mal begegneten sich ihre Blicke tatsächlich. Und plötzlich begriff Connor, an wen ihn dieses Mädchen erinnerte. An ihn. Ohne sie zu kennen, wusste er, dass sie beide derselbe Schmerz quillte. Mit dem Unterschied, dass sie ihren wie ein Banner vor sich hertrug, während er sich hinter seinem Arztsein verschanzte. Aber letztlich saßen sie im selben Boot. Connor beschloss, ins Warme zurückzukehren. Als er das Lokal betrat, hatte Bob Dylan Eric Clapton abgelöst. Shelter from the Storm, Schutz vor dem Gewitter. Einer seiner Lieblingssongs, den Dylan 1975 nach der Trennung von seiner Frau Sarah geschrieben hatte. Einmal mehr ein Beweis dafür, dass Kummer sich günstig auf die Kreativität auswirkte. Am Tresen bestellte er ein Corona. Während er auf sein Bier wartete, ließ er Evi nicht aus den Augen. Nervös knabberte sie an ihren schwarz lackierten Fingernägeln und starrte aus dem Fenster. Beim Bezahlen prüfte Connor den Inhalt seines Portemonnaies. 300 Dollar Tresen 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 Verführung Minderjähriger? Ich dachte, du wolltest dir ein bisschen Geld verdienen. Mit einer Mischung aus Verachtung und Neugier betrachtete Evi den Geldschein. Er war zur Hälfte von Connors Hand verdeckt. Erstaunt stellte sie fest, dass die Kuppe seines Ringfingers fehlte. Er könnte dir gehören, sagte Connor. Er schob den Schein zu ihr hinüber. Du beantwortest mir einfach meine Frage und die 100 Dollar sind deine. Sie sah ihn an, zögernd, ob sie sich auf ein Spiel einlassen sollte, dessen Regeln sie nicht verstand. Stell deine Frage, befahl sie schließlich. Warum brauchst du Geld? fragte Connor und sah ihr dabei direkt in die Augen. Evi fasste nach dem 100 Dollar Schein. Um ihr eine Knarre zu besorgen, antwortete sie scharf. Sie steckte den Schein in ihre Tasche. So leicht hatte sie noch nie Geld verdient. Connor erstarrte. Die Antwort des Mädchens hatte ihn wie ein Blitz getroffen. Er sah die Waffe vor seinem geistigen Auge, hörte den Knall, den Schrei. Die lange verdrängte Erinnerung traf ihn völlig unvorbereitet. Beklommen zog er den zweiten 100 Dollar Schein hervor und legte ihn auf den Tisch. Wozu brauchst du eine Knarre? Diesmal ließ sich Evi länger Zeit mit ihrer Antwort. Sie schien zu überlegen, ob sie ihrem ersten Reflex folgen und Connor anlügen sollte. Doch dann entschied sie anders. Erstens, weil sie davon ausging, dass Connor die Lüge sowieso durchschaut hätte. Zweitens, weil sie der Meinung, dass die Wahrheit ein seltenes und wertvolles Gut darstellte und dass die 100 Dollar, die Connor ihr anbot, der Preis dafür waren. Weil ich jemanden umbringen will. Der Satz klang wie ein Verdikt. Connor schüttelte entsetzt den Kopf. Warum willst du jemanden umbringen? Um mich zu rächen, antwortete Evi ohne zu zögern. Wie ein Poker-Profi steckte sie den letzten Geldschein ein. Eine unerbittliche Rache schoss es Connor durch den Kopf. Er erschauerte bei diesen drei Wörtern. Sie halten in ihm wieder wie das Echo einer fernen Vergangenheit, die plötzlich auferstand. Wie meinst du das? An wem willst du dich rächen? Warum? Doch Evi hatte bereits ihren Mantel angezogen und den Schal um ihren Hals gewickelt. Tut mir leid, sagte sie. Das sind zu viele Fragen. Du hast kein Geld mehr. Sie stand auf und ging. Connor blickte ihr ratlos nach. Er war in seine eigene Falle getappt. Halt! Warte! rief er und sprang auf. Doch Evi bahnte sich unbeirrt ihren Weg ins Freie. Erst auf der Straße holte er sie ein. Du kannst nicht einfach so abhauen. Es ist kalt und gefährlich. Ich werde dir eine Unterkunft für die Nacht besorgen. Sie kehrte ihm den Rücken zu und sagte nichts. Unschlüssig wühlte Connor in seiner Tasche und förderte schließlich eine Visitenkarte zutage. Hier, falls du deine Meinung ändern solltest. Er wusste, dass sie es nicht tun würde. Evi bequerte die Straße. Doch mitten auf dem Zebrastreifen drehte sie sich plötzlich noch einmal zu ihm um. Du hast gesagt, dass ich dich an jemanden erinnere. An wen? An mich. Sie musterte ihn ungläubig. Ein letztes Mal trafen sich ihre Blicke. Dann ging Evi ihres Weges. Connor parkte seinen Wagen in der Broom Street, zwei Häuserblocks von seiner Wohnung entfernt. Zu Fuß stapfte er durch das nächtliche Soho, das bei diesem Wetter seltsam verschlafen und uniform wirkte. Der Schnee hatte die bunten Schilder der Kunstgalerien, Restaurants und Boutiquen ausradiert. Er kam an einem der historischen Cast-Iron-Gebäude vorbei, dessen Fassade erst kürzlich restauriert worden war. Sie erstrahlte im Licht hunderter Glühbirnen, während auf dem Trottoir davor ein trauriger Schneemann darauf wartete, dass man ihm einen Hut aufsetzte und ihn mit einer Karotte oder Pfeife ausstattete. Nimm so lange den hier, mein Guter. Connor band dem Schneemann seinen Schal um. Kurz darauf stand Connor im Foyer des Apartmenthauses, in dem er im obersten Stockwerk ein Loft bewohnte. Er leerte seinen Briefkasten und rief den Aufzug. Als er die Tür zu seiner Wohnung aufschloss, trat er in einen großzügigen, jedoch spartanisch eingerichteten Raum. Es duftete weder nach frischgebackenen Plätzchen noch nach Gänsebraten. Es gab keinen Weihnachtsbaum und kein Kinderzimmer, keine Wärme, kein Leben. Er hatte dieses Apartment fünf Jahre zuvor gekauft. Es war ihm ein Symbol für seinen wirtschaftlichen Erfolg. Eingerichtet und sich wirklich zu Hause gefühlt, hatte er sich hier nie. Wegen der vielen Arbeit, der vielen Probleme. Aber vor allen Dingen, weil ihm der Mensch an seiner Seite fehlte, mit dem er sich ein Zuhause hätte schaffen wollen. Er hatte sich ganz und gar der Erforschung des Seelenlebens anderer Menschen verschrieben und blieb sich selbst geheimnisvoll und unergründlich. Er liebte die Frauen, doch bisher waren all seine Beziehungen an einer fehlenden Zukunftsperspektive gescheitert. Er unterdrückte ein Gähnen und ging zum Kühlschrank hinüber, um sich einen Chardonnay aus der bereits halbleeren Flasche einzuschenken. Mit dem Weinglas in der Hand ließ er seinen Blick durch die Luftwohnung schweifen. Wie kalt dieses Apartment war! Er spülte den Wein mit einem einzigen Schluck hinunter und konnte der Versuchung nicht widerstehen, sich großzügig nachzugießen. Offenbar war sein alter Selbstzerstörungstrieb an diesem Abend wieder wachgekitzelt worden. Schon sein ganzes Leben kämpfte er gegen die destruktiven Kräfte, die in seinem Innern wirkten, und er wusste, dass er immer auf der Hut sein musste. In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Das musste Nicole sein. Nach allem, was passiert war, hatte er völlig vergessen, sie zurückzurufen. Er griff nach dem Hörer und hob ab. Es war nicht Nicole. Am anderen Ende der Leitung behauptete ein völlig verstörtes junges Mädchen, einen Menschen getötet zu haben. Drei Monate später Die blasse Röte eines Frühlingsmorgens zog über der Eastzeit herauf und versprach einen sonnigen Tag. Nahe beim East River ragte, eingekeilt zwischen einem Fabriklager und einem anderen gesichtslosen Gebäude, der Turm von Notre-Dame empor. Einer kleinen Hispanokirche, die in ihren heiligen Hallen ein provisorisches Obdachlosenheim unterhielt. Neuerdings kam Mark hierher, um sein Handy aufzuladen. Und so durchquerte er auch an diesem Morgen den Raum, ohne Notiz von seiner Außenwelt zu nehmen, hockte sich in eine ruhige Ecke und schloss sein Telefon an eine Steckdose an. Sie haben eine neue Nachricht. Mark, ich bin es. Er hatte seine Frau seit Weihnachten nicht wiedergesehen. Ruf mich bitte zurück, es ist dringend. Es folgte eine kurze Stille dann. Ich muss dir etwas sagen. Er schloss die Augen und betete, ohne zu wissen, an wen er sein Gebet richtete. Sie lebt. Mark. Eine heiße Welle durchströmte seinen Körper und streckte ihn nieder. Er weinte. Mark hörte sich die Nachricht kein zweites Mal an. Layla lebte. Kaum eine Minute zuvor hatte ihn der Gedanke an Tod und Verderben niedergedrückt. Und plötzlich fühlte er sich wie neu geboren. Endlich regten sich seine Lebensgeister wieder. Er verließ das Obdachlosenheim und rannte die Stanton Street entlang bis Little Italy. Mehrmals winkte er nach einem Taxi, erfolglos. Niemand wollte ihn mitnehmen. Aber er hatte ja ohnehin keinen einzigen Dollar in der Tasche. Er würde die U-Bahn bis Brooklyn nehmen und schwarz fahren. Atemlos stieg er in den Zug und ließ sich erschöpft auf einen freien Sitzplatz fallen. Vor seinen Augen verschwamm die Welt. Aber er durfte jetzt nicht schwach werden. Nicht jetzt. Er musste sich zusammenreißen, seine Sinne beisammenhalten. Ganz ruhig. Du musst wieder der werden, der du früher warst. Für Layla. Sie lebt. Du hast es immer gewusst. Es gab keinen Grund dafür. Aber du hast es immer gewusst. Jetzt musst du für sie da sein. Du musst stark sein. Für sie. Plötzlich durchzuckte ein Geistesblitz das Chaos in seinem Hirn. Es war mir eine Intuition als ein logischer Gedanke. Das Datum. Überprüf das Datum. Auf dem Sitz gegenüber lag ein herrenloses Exemplar der New York Post. Fieberhaft griff er nach der Zeitung und entdeckte schnell, was er suchte. Samstag, 24. März 2007. Die Nachricht, die Nicole ihm auf der Mailbox hinterlassen hatte, stammte vom Abend zuvor. Man hatte Layla am Vortag wiedergefunden, am 23. März 2007. Das Datum hatte sich ihm in Kopf und Herz eingebrannt. Am 23. März 2002 war Layla verschwunden. Fünf Jahre war es hier. Auf den Tag genau. Als Mark die ruhige, kleine Straße in Brooklyn entlang hastete, fiel ihm gleich das Polizei-Auto auf, das im Halterverbot auf dem Bürgersteig vor dem Haus parkte, das einmal sein Zuhause gewesen war. Mit zwei Sätzen nahm er die Stufen der Freitreppe. Ungeduldig trommelte er mit den Fäusten gegen die Haustür. Nicoles Gesicht erschien in einem Fenster, ein Blick, in dem alles zu lesen war. Der Schmerz über seine Abwesenheit, die Kraft tiefer menschlicher Bande. Ihre vorsichtige Umarmung wurde unterbrochen, als ein FBI-Agent hinzutrat. Guten Tag, Dr. Hathaway, stellte er sich vor und zeigte seine Polizeimarke. Frank Marshall vom FBI-Büro in Kalifornien. Ich nehme an, Sie erinnern sich an mich? Mark wandte sich dem Beamten zu. Nicole musste ihn vorgewarnt haben, denn Marshall war nicht erstaunt, einen Stadtstreicher vor sich zu haben. Sein Äußeres erinnerte Mark an Ed Harris. Kompakt, Bürstenschnitt, wohlwollender Gesichtsausdruck. Dieser Mann hatte seinerzeit die Ermittlungen in Lylas Fall geführt. Nicole lotste die beiden Männer in die Küche und bot ihnen einen Café an. Seite an Seite nahmen sie Platz, dann zog Marshall einen Notizblock aus seiner Tasche, damit er in seinem Bericht kein Detail vergaß. Gestern Nachmittag gegen 17 Uhr ist man auf ein etwa 10-jähriges Mädchen aufmerksam geworden, das in einem Gang der Shopping Mall der Sunshine Plaza in Orange County, L.A. herumirrte. Mark legte seinen Kopf in die Hände. Ihr Alter, ihr Aussehen, ihr Geburtsmal, ihre Narbe am Kinn, alles deutet darauf hin, dass es sich um ihre Tochter handelt. Sie befindet sich derzeit im St. Francis Memorial Hospital in Los Angeles, fuhr Marshall fort. In dieser Shopping Mall, flüsterte Mark, ist sie damals verschwunden, ich weiß. Und zwar auf den Tag genau vor fünf Jahren, unterbrach ihn Marshall. Mark richtete seinen Blick in die Ferne. Dieselbe Zeit, derselbe Ort, fünf Jahre später. Das kann man nicht gerade einen Zufall nennen, da stimme ich Ihnen zu. Und, und, Lila, was hat sie Ihnen gesagt? Das ist genau das Problem, Dr. Hathaway. Ihre Tochter hat uns nichts gesagt. Mark runzelte die Stirn. Sie hat nicht ein einziges Wort über die Lippen gebracht, führte Marshall aus. Weder uns gegenüber noch im Beisein des Krankenhauspersonals, das sie seit gestern Abend versorgt. Ein Hinweis auf totalen Mutismus? Schon regte sich der Arzt in Mark. Unzählige Male hatte er Kinder behandelt, die unter einem psychotischen Mutismus litten. Ich habe genug gehört. Er sprang auf. Ich werde nach Los Angeles fliegen. Wir haben zwei Plätze für Sie reserviert, für heute oder morgen, sagte Marshall und erhob sich ebenfalls. Rufen Sie mich an, wenn Sie soweit sind. Ich werde Ihnen einen Wagen schicken, der Sie zum Flughafen bringt. Wir sind startklar, erwählte Mark. Wozu warten? Mit einem Mal erfüllte eine angespannte Stille den Raum. Mark drehte sich zu seiner Frau um und sah sie verständnislos an. Wortlos wies Nicole auf das große Glasfenster, in dem man sich wie in einem Spiegel betrachten konnte. Mark folgte mit dem Blick ihrer knappen, aber sehr bestimmten Geste und erschrak. Ein ausgezehrter, ungepflegter Fremder mit langen, dreckigen Haaren und zerzaustem Bart starrte ihm entgegen. Das Gesicht zerbeult, die Augen blutunterlaufen. Er sah zum Fürchten aus. Du kannst nicht wollen, dass sie dich so sieht. Beschämt senkte Mark den Kopf. Ein stummes Zeichen der Zustimmung. Nach einem Friseurbesuch in einem Barbershop in Brooklyn, in dem er früher Stammkunde gewesen war, machte Mark noch einen kleinen Abstecher in einer der exklusiven Boutiquen von Park Slope, in denen er sich früher als junger, ambitionierter Arzt regelmäßig eingekleidet hatte. Bis vor wenigen Stunden war er ein Wrack gewesen, nichts, das in einem dreckigen Loch hauste. Es hatte nur ein bisschen Kosmetik und ein paar Utensilien zum Verkleiden bedurft, um die Fassade wieder zum Glänzen zu bringen. Er machte sich auf den Heimweg. Schon von Weitem fiel ihm auf, dass der Polizeiwagen vor dem Haus verschwunden war. Er wollte gerade klingeln, als ihm einfiel, dass Nicole ihm seinen Schlüssel zurückgegeben hatte. Als er in den Flur trat, bemerkte er, dass die Fenster offen standen. Das warme Licht der Frühlingssonne durchflutete das Wohnzimmer. Es duftete nach Bergamotte und Orangenblüten. Nicole war nicht da. Auf einer Karte hatte sie ihm offenbar in aller Eile eine Nachricht hinterlassen. Mark, mein Liebster, bitte mach dir keine Sorgen um mich, mir geht es gut. Aber ich kann jetzt nicht nach Los Angeles fliegen, obwohl es mein größter Herzenswunsch ist, endlich wieder mit dir und unserer kleinen Tochter zusammen zu sein. Aber es ist unmöglich. Du musst diese Reise allein unternehmen. Entschuldige bitte, dass ich dir im Augenblick nicht mehr erklären kann. Später wirst du meine Entscheidung verstehen. Was auch immer geschehen wird, du sollst wissen, dass ich dich immer geliebt habe und immer lieben werde. Nicole Zwölf Stunden später Die Türen des Fahrstuhls öffneten sich auf einen langen Korridor mit Fenstern, gegen die der Regen peitschte. Draußen war es dunkel, die Lichter der Stadt der Engel erstreckten sich bis in die weite Ferne. Leilas Zimmer befand sich am Ende des Gangs. Wie in Zeitlupe bewegte sich Mark vorwärts, gefangen in einer Blase, in die keine Geräusche drangen. Wovor hatte er Angst? Er hatte doch recht behalten. Fünf Jahre waren eine lange Zeit, fünf Jahre, gefangen in einem schmerzhaften Abgrund, mit dem Wissen, dass die eigene Tochter litt und dass man nichts dagegen tun konnte. Nichts, außer selbst zu leiden, in einem letzten Versuch, dem Kind wenigstens im Leiden nahe zu sein. Er hatte die Tür noch nicht ganz erreicht, da öffnete sie sich bereits vorsichtig. Zunächst erkannte er nur einen engelsgleichen Lockenschopf, der aus einem zu großen, rosafarbenen Pyjama ragte. Dann ein kleines Mädchen, in Begleitung einer Krankenschwester, das den Kopf zu ihm hob. Sie war es. Sie war gewachsen, natürlich. Und trotzdem so zart, so zerbrechlich. Ihm war, als explodierte eine Granate in seinem Herzen. Doch um die Kleine nicht zu erschrecken, zügelte er seinen Drang, ihr entgegenzulaufen, und winkte ihr bloß zu. Er zitterte am ganzen Körper. Geh nicht fort, Leila. Geh nicht fort. Das Mädchen blieb stehen. Mark wagte es, ihr in die Augen zu sehen. 1.826 Trage waren seit ihrem spurlosen Verschwinden vergangen. Er hatte damit gerechnet, ein ausgemergeltes, verstörtes Kind vorzufinden. Aber in ihrem Blick lagen weder Angst noch Leid. Im Gegenteil, sie wirkte ruhig und aufgeräumt. Sie lächelte sogar, ließ die Hand der Krankenschwester los und lief in seine Richtung. Mark bückte sich und schloss sie in die Arme. Alles ist gut, meine Kleine. Er hob sie hoch, drückte sie an sich, überwältigt von unendlicher Dankbarkeit. Ein Gefühl, das noch intensiver war als jenes, das er bei ihrer Geburt empfunden hatte. Es ist vorbei, flüsterte er ihr ins Ohr. Es ist vorbei. Wie um die Rückkehr zur Normalität zu unterstreichen, kramte er in seiner Tasche und förderte ein Stofftier zutage. Ich habe dir deinen weißen Hasen mitgebracht. Erinnerst du dich? Ohne diesen Hasen bist du nie eingeschlafen. Die Kleine nahm das Stofftier an sich und drückte es fest an ihr Herz. Es ist vorbei, mein Kleines, flüsterte Mark immer wieder, als müsse er sich selbst davon überzeugen. Es ist vorbei. Wir fahren nach Hause. Es ist vorbei. 25. März 2007, 8 Uhr morgens, am Flughafen von Los Angeles. Mark Als das Taxi vor Terminal 2 anhielt, stieg Mark nicht gleich aus. Lila war während der Fahrt zum Flughafen an seiner Schulter eingeschlafen und er wollte die Kleine nicht zu grob wecken. Nachdem Lila aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hatten sie sich ein Hotel im Stadtzentrum gesucht, um dort den Rest der Nacht zu verbringen. Lila hatte noch immer kein einziges Wort gesprochen, doch sie wirkte vergnügt und glücklich. Du wirst widersprechen, ich weiß es, flüsterte Mark seiner schlummernden Tochter ins Ohr. Er war überzeugt, dass Lila ihre Sprache wiederfinden würde, sobald sie sich geborgen und beschützt fühlte. Und Mark würde Himmel und Erde in Bewegung setzen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Besorgt sah er durch die getönte Fensterscheibe der Limousine zum Abfluggebäude hinüber. Schon um diese Uhrzeit herrschte hier ein geschäftiges Treiben. Er hasste Los Angeles, den Dreck und die Oberflächlichkeit dieser Stadt, die Gewalt, für die sie berüchtigt war. Alles, was sich ihr in den Weg stellte, schien sie zu verschlingen, die Menschen wie die Natur. In der Abflughalle eilte Mark mit Lila zum angezeigten Schalter. Er wollte die Abfertigungsprozedur und Handgepäckkontrolle so schnell wie möglich hinter sich bringen. Er nahm Lila fester an die Hand, als hätte er Angst, sie in der Menge noch einmal zu verlieren. Dr. Hathaway? Dr. Hathaway? Überrascht drehte Mark sich um. Ein Mann, den er nie zuvor gesehen hatte, hastete auf ihn zu. Michael Phillips, ich schreibe für den Herald, stellte er sich vor. Mark runzelte die Stirn. Ich würde gern einen O-Ton von ihrer Tochter haben, sagte der Journalist und zauberte ein Aufnahmegerät aus seiner Tasche hervor. Wir haben ihnen nichts mitzuteilen, erwiderte Mark. Er drückte Lila an sich und beschleunigte seinen Schritt. Doch Phillips ließ sich nicht beirren und blieb ihnen auf den Fersen. Wir bieten ihnen einen Exklusivvertrag an. 75.000 Dollar für ein Interview und eine Fotosession. Scheren Sie sich zum Teufel, wetterte Mark und lief weiter. Doch aus dem Augenwinkel sah er, dass der Journalist sein Handy gezückt hatte und sie fotografieren wollte. Schützend stellte er sich vor Lila und versuchte gleichzeitig, Phillips das Telefon zu entreißen. Schließlich fiel der Apparat zu Boden. Mark reagierte blitzschnell und zerquetschte das Gerät unter dem Absatz seines Schuhs. Dafür werden Sie bezahlen, zischte der Journalist drohend. Und als Mark unbeeindruckt mit seiner Tochter Richtung Gate hastete, setzte er hinzu, Sie scheinen sich nicht im Klaren darüber zu sein, wie tief Sie in der Scheiße stecken, Hathaway. Ich habe gut recherchiert und hätte Ihnen die eine oder andere Information zukommen lassen können. Sie haben ja keine Ahnung, was hier gespielt wird. Nichts wissen Sie. Weder über Ihre Frau, noch über Ihre Tochter. Efi Der Shuttle, der zwischen Union Station und Flughafen hin und her pendelte, setzte die Fahrgäste vor Terminal 2 ab. Ein junges Mädchen im Gothic-Look verließ den Bus als Letzte. Müde trabte sie der Menge hinterher zur Abflughalle. Mit zusammengekniffenen Augen suchte sie ihren Flug auf die Monitor. Ihr tat alles weh, die Gelenke knackten, die Knochen knirschten. Die vergangene Nacht, die sie auf einer Parkbank verbracht hatte, rief sich immer wieder schmerzhaft in Erinnerung. Außerdem knurrte ihr Magen. Sie fühlte sich hundeelend. Sehnsüchtig blickte sie zu einem Starbuck-Café hinüber. Der Duft nach frischem Kaffee und Kuchen war verlockend, doch sie hatte nicht einen einzigen Dollar in der Tasche. Völlig ausgehungert machte sie sich im Vorbeigehen über einen Rest Orangensaft und einen halben Muffin her, den sie im Mülleimer des Cafés aufstöberte. In wenigen Stunden würde sie in New York sein. Nach einem ärgerlichen Zwischenfall, der sie gezwungen hatte, länger in Los Angeles zu bleiben, konnte sie sich nun endlich wieder an die Fersen des Mannes heften, den sie schon seit einiger Zeit verfolgte. Sie hatte seine Adresse. Er wohnte im Norden von Manhattan. Wenn sie ihm erst gegenüberstand, würde sie ihn töten. Sie würde ihn töten. Und danach würde der Schmerz vielleicht nachlassen. Allison Ein protziger SUV kam mit quietschenden Reifen um eine Kurve in der Tiefgarage von Terminal 2 gefegt. Umständlich rangierte die junge Frau hinter dem Steuer den Wagen in eine Parklücke. Sie hatte die Musik, eine Mischung aus Rap und R'n'B, voll aufgedreht. Allison Harrison war 26, trug einen platinblonden Kurzhaarschnitt, eine hautenge Notify-Jeans mit breitem Gürtel und darüber eine taillierte Lederjacke. Sie machte den Motor aus und ließ ihren Kopf auf das Steuer sinken. Sie zitterte am ganzen Leib. Wenn sie wollte, dass man sie an Bord ließ, musste sie sich endlich beruhigen. Es gab nur eine Lösung. Fieberhaft wühlte sie in ihrem Hermes-Täschchen und förderte schließlich eine kleine Puderdose zutage. Hastig zog sie sich zwei Lines durch die Nase und rieb sich den Rest des weißen Pulvers aufs Zahnfleisch. Das war ihre Art, Probleme zu lösen. Ohne Kokain fühlte sie sich mies und unfähig, überhaupt irgendwas in Angriff zu nehmen. Seit einigen Jahren schon hatte sie die Kontrolle über ihren Konsum verloren. Und trotzdem enttäuschte sie das zauberhafte Pulver nie. Innerhalb einer Minute fasste sich Alison. Sie fühlte sich den Herausforderungen, die da draußen auf sie warteten, wieder gewachsen. Sie war stark, sie war schön, sie war gut. Und jetzt musste sie einfach nur zusehen, dass sie ihren Arsch in dieses Flugzeug bekam und heil in New York landete. Als in der Abflughalle das Blitzlichtgewitter der Paparazzi losbrach, entdeckte Alison für einen kurzen Moment ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe einer Limousine. Ein grausames, aber authentisches Abbild ihrer selbst. Eine koksende, milliardenschwere Schlampe. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2. Fortsetzung des Romans »Weil ich dich liebe« von Guillaume Müsseau. Nur wenige Meter trennten Mark, Efi und Alison voneinander. Sie kannten sich nicht, hatten nie ein Wort miteinander gewechselt, teilten jedoch eine wesentliche Erfahrung. Sie alle standen an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Vor einem Abgrund. Bereit zum endgültigen Bruch mit allem. Alle drei blickten auf eine schmerzhafte Vergangenheit zurück. Ihr Leben war durch den Tod oder die Abwesenheit eines geliebten Menschen erschüttert worden. Sie fühlten sich als Opfer und Täter zugleich. In wenigen Minuten würden sie dasselbe Flugzeug besteuigen. Ihr Leben würde sich verändern. Okay, mein Schatz, ich gehe jetzt zuerst durch die Kontrolle und du kommst dann gleich nach, ja? Mark zog sich Jacke und Gürtel aus, legte beides auf das Fließband und ging durch das Turm mit den Metalldetektoren. Kein Piepsen. So, und jetzt bist du dran, rief er seiner Tochter zu und nahm sein Handgepäck wieder an sich. Mit stoischer Ruhe passierte auch Leila die Sicherheitskontrolle. Und löste den Alarm aus. Taschen leeren und Schuhe ausziehen? Überschlag dich bloß nicht vor Freundlichkeit, dachte Mark grimmig und warf dem Sicherheitsmann einen finsteren Blick zu. Der Arzt bückte sich und half Leila, sich die Schuhe auszuziehen. Außerdem inspizierte er ihre Hosentaschen. Sie waren leer. Los, meine Kleine. Auf Socken ging Leila erneut durch das Tor und schon wieder ertönte ein alarmierendes Piepsen. Dabei hatte sie nicht mehr am Leib als eine Jeans, ein T-Shirt und eine Windjacke. Das Ding scheint nicht in Ordnung zu sein, sagte Mark. Der Sicherheitsbeamte machte sich nicht die Mühe, Mark zu antworten und wandte sich stattdessen an Leila. Dreh dich mal um, mein Fräulein, und nimm die Arme hoch. Leila gehorchte, während der Mann ihr mit einem Detektor über den Körper fuhr. Als er sich ihrem Nacken näherte, fing das Gerät wie wild an zu fiepen. Was hat das zu bedeuten, erkundigte sich Mark verwirrt. Der Beamte schien ebenfalls ratlos zu sein. Er wiederholte die Kontrolle mit demselben Ergebnis. Schließlich bat er einen Kollegen, den Detektor auszutauschen. Doch auch der neue Apparat gab alarmierende Warnsignale von sich. Alles deutete darauf hin, dass sich ein Metallkörper unter der Haut des Mädchens befand. Verblüfft drückte der Wachmann einen Knopf in seinem Kopfhörer und hob den Blick zu einer Überwachungskamera. »Madame, wir haben hier ein kleines Problem«, sagte er zu einer unsichtbaren Gesprächspartnerin. Das karge Büro, in das man Mark und seine Tochter führte, hatte den Charme eines Verhörzimmers. Eine energische Latina in strengem Hosenanzug empfing sie. Sie schien sich für Condoleezza Rice höchstpersönlich zu halten und prüfte ihre Ausweise. »Sagen Sie, Mr. Hathaway, ist bei Ihrer Tochter vor kurzem ein chirurgischer Eingriff vorgenommen worden?« »Ich... ich weiß es nicht genau«, gab Mark zu. »Könnte man ja irgendetwas im Bereich des Nackens eingesetzt haben? Einen Chip, ein Implantat, irgendetwas Metallisches?« »Ich weiß es nicht.« Die eiserne Lady musterte ihn hochmütig. »Sie wissen es nicht?« »Ist das Kind Ihre Tochter, ja oder nein?« »Das ist eine lange Geschichte«, sagte Mark müde. Condoleezza stackste zu Leila hinüber. »Hast du Schmerzen am Hinterkopf?« Das Mädchen hielt ihrem strengen Blick stand und blieb stumm. »Hast du deine Sprache verloren oder was?« Entrüstet erhob sich Mark von seinem Stuhl. »Wir gehen«, entschied er und nahm die Hand seiner Tochter. »Der Flug kann uns gestohlen bleiben, wir werden uns ein Auto mieten.« »Sie werden nirgendwo hingehen«, sagte die Dame im Hosenanzug scharf und deutete auf den Wachposten vor der Tür. »Das werden wir ja sehen«, schnaubte Mark. »Und jetzt geben Sie mir bitte meinen Ausweis zurück. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen.« Das Gespräch drohte eine unheilvolle Wendung zu nehmen, als das Telefon klingelte. »Ja?« Condoleezza drückte auf die Lautsprechertaste. »Ein Mann vom FBI möchte Sie sprechen«, informierte sie die Sekretärin. »Sein Name ist Frank Marshall. Richten Sie ihm bitte aus, dass er später nochmal anrufen soll. Er sagt, dass es dringend ist.« »Also gut, stellen Sie ihn durch«, seufzte Condoleezza und schaltete die Lautsprecherfunktion aus. Mark hatte derweil wieder auf seinem Stuhl Platz genommen. Er war überrascht. »Was hatte Frank mit dieser Frau zu schaffen?« »Das Gespräch dauerte keine Minute. Zwar ja, ein »Natürlich wird gemacht«, und schon legte Condoleezza den Hörer wieder auf die Gabel. »Alles in Ordnung, Dr. Hathaway«, sagte sie beinahe zerknirscht. »Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Tochter einen guten Flug.« Nach diesem demütigenden Zwischenfall beschloss Mark, dass Leila und er sich eine kleine Stärkung verdient hatten. An der Theke einer Bon-Café-Filiale bestellte er zwei üppige Frühstücksteller und setzte sich dann mit seiner Tochter an einen freien Tisch, der durch eine Grünpflanze geschützt war. Zufrieden stellte er fest, dass Leila offenbar großen Appetit hatte und beobachtete vergnügt, wie sie herzhaft in den Croissant biss und gierig ihren Orangensaft hinunterstürzte. Während er selbst an seinen Kaffee nippte, überflog er die Schlagzeilen der Gratis-Ausgabe von USA Today, die jedem Passagier in die Hand gedrückt wurde. Die Abflughalle war in sanftes Licht getaucht. Kaum dass Vater und Tochter ihren Platz verlassen hatten, schlich Evi sich an den Tisch, um den noch unberührten Joghurt einzustecken. Dabei fiel ihr Blick auf die Zeitung. Ein langer Artikel mit einem großen Foto nahm über die Hälfte der Titelseite ein. Selbstmord des Milliardärs Richard Harrison Der Gründer des Green Cross-Konzerns, eines der führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt, ist gestern im Alter von 72 Jahren gestorben. Der Milliardär wurde in einer Blutlage liegend auf seinem Boot aufgefunden, nachdem er sich mit einem Kopfschuss selbst getötet hatte. Unseren Informationen zufolge hat Richard Harrison seiner Familie einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er die Gründe für seinen Selbstmord darlegt. Offenbar konnte der Unternehmer, der vor zwei Jahren öffentlich zugab, an Alzheimer erkrankt zu sein, es nicht mehr ertragen, zusehends körperlich und geistig zu verfallen. Die Beerdigung wird morgen Nachmittag in Manhattan stattfinden. 1966 hatte Harrison mit der Eröffnung eines kleinen Discounters in Nebraska den Grundstein für sein Imperium gelegt. Sehr schnell wurde er damit so erfolgreich, dass er weitere Läden aufmachen konnte, zunächst in der Region, dann im ganzen Land. Schon heute gibt es mehr als 600 Green Cross-Supermärkte in den USA und die Anzahl der Filialen steigt immer noch stetig an. Harrison galt Zeit seines Lebens als zurückgezogen und war bekannt für seinen bescheidenen Lebensstil. 30 Jahre lang lebte er im selben Haus. Das Geld scheint den Alltag des Konzernchefs, der sich gern als jedermann gab und auf jegliche Form von sichtbarem Luxus verzichtete, nicht sonderlich verändert zu haben. Sein unauffälliger und asketischer Lebenswandel steht im krassen Gegensatz zu dem seiner einzigen Tochter Allison, deren Entgleisungen regelmäßig in sämtlichen Hochglanzmagazinen zu verfolgen sind. Abgelenkt von einem plötzlichen Tumult? unterbrach Evi ihre Lektüre. Eine ganze Armada von Fotografen machte Jagd auf Allison Harrison, die gerade das Flughafengebäude betreten hatte. Sie wirkte zerbrechlich hinter ihrer riesigen Sonnenbrille und hatte ihre liebe Not, die Meute, die sie mit Fragen bedrängte, abzuwehren. Ein Blitzlichtgewitter. Halten Sie das durch, Allison? Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Vater? Es heißt, Sie hatten sich gestritten. Und Ihre Drogenskandale, hat es damit nun ein Ende? Wie fühlt man sich als Milliardenerbin? Äh, Allison, gibt es einen neuen Mann in Ihrem Leben? Werden Sie wieder ins Krankenhaus gehen? Wie sieht es aus mit Ihren Drogenexzessen? Darauf haben Sie noch nicht geantwortet. Ist es wirklich vorbei damit? Die Fragen hagelten auf die junge Frau nieder wie Ohrfeigen. Früher hatte sie es genossen, im Rampenlicht zu stehen. Sie hatte sich geschmeichelt gefühlt, dass alle Welt sich für sie interessierte. Das war, als sie noch dachte, alles unter Kontrolle zu haben und die Presse für ihre Zwecke instrumentalisieren zu können. Über Nacht war sie berühmt geworden. Ein Promi, der in der Falle saß. Kein Tag verging, ohne dass ein Fotograf oder irgendein Dahergelaufene mit einem Handy versuchte, ihr ein Stück ihrer Intimsphäre zu entreißen. Wieder blendeten sie tausend Blitze. Schützend hielt sich Allison eine Hand vors Gesicht. Die plötzlich auftauchenden Erinnerungen an die letzten acht Jahre trafen sie unvorbereitet und mit der Wucht eines Bumerangs. 25. März 2007 10 Uhr morgens, Flughafen Los Angeles Meine Damen und Herren, Kapitän McCarthy und seine Crew heißen Sie herzlich willkommen an Bord unseres Airbus A380 nach London via New York. Wir werden gleich starten und möchten Sie bitten, nun Ihre Sitzplätze einzunehmen. Shangri-La Airlines wünscht Ihnen einen angenehmen Flug. Als Mark an Bord ging, war er überrascht über die bombastischen Ausmaße des Flugzeugs. Der Airbus fasste über 500 Passagiere und um lange Schlangen zu vermeiden, lotste man die Fluggäste beim Einstieg über zwei Brücken, die jeweils auf eine andere Ebene der Maschine führten. Mark drückte seine Tochter fest an sich, während sie geschlagene zehn Minuten brauchten, um ihre Plätze zu finden. Man konnte der Fluggesellschaft wirklich nicht vorwerfen, bei der Ausstattung geknausert zu haben. Die großen Fenster und geräumigen Sitze sorgten selbst in der Economy Class für angenehmes und komfortables Reisen. Mark und Leila saßen nebeneinander im hinteren Teil des Unterdecks. Neben ihnen, am Fenster, döste ein junges Mädchen mit strohigen, ungebürsteten Haaren vor sich hin. Auf ihren Knien ruhte ein abgewetzter Rucksack mit Namensschild. Efi Harper Leila hatte zwischen ihrem Vater und Efi Platz genommen. Sie trug das rosa T-Shirt mit Alice im Wunderland-Motiven, das Mark ihr in einem der Duty-Free-Shops gekauft hatte. Follow the White Rabbit stand unter dem aufgedruckten weißen, närrischen Hasen, der in einen G-Rock geschnürt war und eine übergroße Taschenuhr in der Hand hielt. Alles in Ordnung? Erkündigte sich Mark, ohne auf eine Antwort zu hoffen. Die Kleine schaute ihn mit sanftem Blick an. Mark spürte, wie sich sein Herz zusammenzog. Er rang um seine Fassung und begann umständlich in seiner Tasche zu kramen, bis er schließlich eine kleine Flasche Mineralwasser, einen Zeichenblock, Filzstifte und zwei Bücher, ein Bilderbuch und den ersten Harry-Potter-Band zutage förderte. Ich habe zwei mitgenommen, denn ich weiß ja nicht mal, ob du lesen kannst, gestand Mark und breitete seine Gaben auf dem Klatttischchen aus. Vor fünf Jahren habe ich dir jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Erinnerst du dich? Er nahm einen Schluck Wasser und verstaute die Flasche in der Sitztasche vor ihm. Weißt du, mein Schatz, ich habe nicht die geringste Vorstellung davon, was dir passiert ist. Ich weiß nicht, wer sich all die Jahre um dich gekümmert hat. Vielleicht hast du gelitten. Vielleicht hattest du Angst. Schreckliche Angst. Du musst dich einsam gefühlt haben und verlassen. Bestimmt dachtest du, deine Mama und ich hätten dich im Stich gelassen. Aber das ist nicht wahr. Es ist nicht eine Sekunde vergangen, in der wir nicht an dich gedacht hätten. Wir hätten alles gegeben, um dich wieder bei uns zu haben. Leila lauschte die Monologie ihres Vaters mit offenem Mund und großen Augen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, was für einen Beruf ich ausübe, mein Engel. Als du mich einmal fragtest, was ich machte, sagte ich dir, ich sei Arzt, aber ein spezieller Arzt. Einer, der seelische Schmerzen behandelt. Die Leute kommen zu mir, wenn sie innerlich zerrissen sind. Sie leiden, weil die Prüfungen des Lebens offene Wunden in ihrem Herzen hinterlassen haben. Solche Schmerzen verheilen nur sehr langsam. Mark hielt inne. Er suchte nach den richtigen Worten. Oft fühlen diese Menschen sich schuldig, wegen irgendeiner Sache. Dabei haben sie sich eigentlich gar nichts vorzuwerfen. Meine Aufgabe ist es, ihnen klarzumachen, dass der Schmerz irgendwann nachlässt und man danach ein neues Leben anfangen kann. Keine Verletzung tut ewig so weh. Ich bin der festen Überzeugung, dass man seinen Kummer in Stärke verwandeln kann. Das ist keine Hexerei. Es braucht Zeit. Und meistens bleibt eine Narbe zurück. Der Schmerz verschwindet nie ganz. Er verkriecht sich in einen Winkel in unserem tiefsten Innern. Aber man kann damit weiterleben. Ich weiß, es klingt kompliziert. Aber du bist schließlich ein intelligentes Mädchen. Und ich erzähle es dir, damit du weißt, dass ich alles daran setzen werde, um dich zu schützen und dich zu begleiten. Aber du musst dir von mir helfen lassen, mein Schatz. Wenn du eines Tages bereit dazu bist, musst du mit mir reden. Du kannst mir alles erzählen, was du erlebt hast, hörst du? Wirklich alles. Nicht, weil ich Arzt bin, sondern weil ich dein Vater bin. Verstehst du? Anstelle einer Antwort schenkte Leila ihm ein Lächeln. Dann nahm sie die beiden Bücher zur Hand und entschied sich für Harry Potter. Mark beobachtete sie einige Minuten lang. Sie las. Sie kann lesen. Jemand hat ihr das Lesen beigebracht. Wer? Während Leila konzentriert Seite um Seite des Romans studierte, versuchte Mark, seiner Angst Herr zu werden. Tausend Fragen schwirrten in seinem Kopf. Wer hatte seine Tochter entführt? Warum hatte man sie nach fünf Jahren wieder freigelassen? Warum verharrte sie in diesem erschreckenden Mutismus? Wie ließ sich der Zwischenfall beim Security-Check erklären? Hatte man ihr tatsächlich in einen Fremdkörper eingepflanzt? Einen Chip, um sie lokalisieren zu können? Um ihre Spur nicht zu verlieren? Mit welchem Ziel? Und Nicole? Warum war sie ihrerseits plötzlich abgetaucht, als hätte sie sich irgendetwas vorzuwerfen? Und dann dieser Journalist, der über Leilas Verschwinden auf dem Laufenden war, obwohl das FBI bislang keine Informationen an die Öffentlichkeit gegeben hatte. Was sollte seine Warnung? Sie haben ja keine Ahnung, was hier gespielt wird. Nichts wissen sie. Weder über ihre Frau noch über ihre Tochter. Unter den Flugbegleitern im vorderen Oberdeck kam plötzlich Unruhe auf. Soeben hatte Alison Harrison die Kabine der ersten Klasse betreten. Herzlich willkommen an Bord, Miss Harrison. Eine elegant gekleidete, freundliche Stewardess führte Alison zu ihrem Sitzplatz. Wenn Sie Wünsche oder Fragen haben, wenden Sie sie bitte an mich oder meine Kollegen. Die gesamte Crew steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Haben Sie einen angenehmen Flug? Alison nickte kurz und ließ sich in den Sessel fallen. Ihre Sonnenbrille hatte sie aufbehalten. Sie fühlte sich beobachtet, unsicher, unwohl. Wie immer, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegte. Irgendwo lauerte immer ein Amateur-Paparazzo mit einem Handy, der seine jämmerlichen Aufnahmen später teuer an eine Klatschseite im Internet verkaufen würde. Wie eine ausgehungerte Meute würden sich alle darauf stürzen und sich die Kehle wundlästern. Das Problem war, dass sie sich nirgendwo auf dieser Welt mehr wohlfühlte. Seit Jahren war ihr Dasein eine einzige Serie von Fehltritten und Exzessen, die sie immer weiter auslaugten. Sie war am Ende. Und daran änderte auch die Milliarde Dollar nichts, die sie geerbt hatte. Die wertvollsten Dinge im Leben haben keinen Preis. Alison hatte lange gebraucht, um das zu begreifen. Zu lange. Der Riesenvogel schwang sich in die Lüfte und erreichte in wenigen Minuten 15.000 Fuß an Höhe. Schweißgebadet krümmte sich Mark auf seinem Sitz. Seine Hände zitterten. Heiße und eiskalte Schauer liefen ihm über den Rücken. Ihm dröhnte der Schädel von einer schrecklichen Migräne, die sich anfühlte, als wenn sein Hirn durchgemangelt würde. Seit 36 Stunden hatte er keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen. Und allmählich machte sich der Entzug bemerkbar. Am Morgen hatte er wie zuvor am Abend der großen Versuchung widerstanden, die Minibar des Hotelzimmers zu leeren. Leila zuliebe. Zu groß war die Freude darüber, sie wieder bei sich zu haben. Doch es war unleugbar. Das Leben auf der Straße hatte einen Alkoholiker aus ihm gemacht. Er war überzeugt davon, dass er sich am eigenen Schopf wieder aus der Misere würde ziehen können. Doch ihm war klar, das konnte dauern. Zahlreiche Alkoholiker hatte er als Psychologe während ihres Entzugs betreut. Er wusste also in etwa, was auf ihn zukam, wenn er nicht mehr trank. Mark. Unruhe und Anspannung, epileptische Anfälle, Delirium, Halluzinationen. Leila hob den Blick von ihrem Buch und betrachtete ihn skeptisch von der Seite. Mark zwinkerte ihr zu und lächelte, aber er ahnte, dass seine Tochter nicht auf sein Täuschungsmanöver hereinfiel. Alles in Ordnung bei Ihnen? Die Stimme gehörte dem jungen Mädchen, das am Fenster saß. Eine seltsame Erscheinung, dachte Mark. Halb Frau, halb Kind. Mit ungepflegtem, stumpfen Haar. Im Gothic-Look schaute sie in ihrem zarten Alter in die Welt wie jemand, den das Leben schon durch harte Prüfungen gezeichnet hat. Ja, danke, alles bestens, versicherte er. Wie heißt du? Evi zögerte mit ihrer Antwort. Wieder einmal fragte sie sich selbst. Warum nur trug sie immer diesen Argwohn anderen Menschen gegenüber in sich? Auf eine unerklärliche Weise jedoch flößte dieser Mann ihr Vertrauen ein. Sein warmer Blick erinnerte sie an den Arzt, dem sie vor drei Monaten begegnet war, am Weihnachtsabend, und der ihr nicht mehr aus dem Sinn ging. Sie hatte ihm damals nicht zeigen wollen, wie wohl sie sich in seiner Nähe gefühlt hatte. Doch oft genug hatte sie sich danach in einsamen und verzweifelten Stunden dabei ertappt, wie sie an ihn denken musste. Es hatte etwas Tröstliches, an ihn zu denken. Es half ihr, die Angst, die sie umtrieb, zu beherrschen, und gab ihr eine konfuse Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich heiße Evi, antwortete sie. Und ich bin Mark Hathaway. Das ist meine Tochter Leila. Hallo, Leila, sagte Evi und beugte sich zu der Kleinen vor. Sie spricht nicht, erklärte Mark. Evi schaute ihn fragend an. Dann deutete sie auf seine Hände. Machen Sie einen Alkoholentzug? Wie bitte? Versuchen Sie gerade nicht zu trinken? Zittern Sie deswegen so? Nein! Log Mark und schämte sich mit einem Mal. Wie kommst du darauf? Wegen meiner Mutter. Schärte das auch. Hör zu, das ist wirklich eine komplizierte Geschichte. Er sagte, setzte er an, doch dann hielt er inne. Was ist aus deiner Mutter geworden? Sie ist tot. Oh, das tut mir leid. Über ihren Köpfen erloscht das Anschnallzeichen. Wenn Sie sich ein bisschen frisch machen wollen, passe ich gerne auf Ihre Tochter auf. Danke, geht schon, sagte Mark schnell. Ich glaube, wenn Sie nicht bald etwas trinken, wird es Ihnen ganz schön dreckig gehen. Er versuchte, einen klaren Kopf zu behalten. Es stimmte ja, er fühlte sich hundeelend. Er hatte sich vorgemacht, innerhalb weniger Stunden sein Leben als obdachloser Säufer aufgeben zu können und die Konsequenzen eines solchen brutalen Entzugs völlig ausgeblendet, als er dieses Flugzeug bestiegen hatte. Er sah Leila an. Sollte er sie wirklich auch nur für ein paar Minuten mit dieser Evi, die er nicht kannte, allein lassen? Andererseits, um sich überhaupt in die Lage zu versetzen, für Leila da zu sein, musste er unbedingt ein, zwei Gläschen zu sich nehmen. Hör mal zu, mein Liebling. Ich gehe mir kurz die Beine vertreten und bin in fünf Minuten wieder zurück. Du wartest hier ganz ruhig, ja? Die junge Dame neben dir wird auf dich aufpassen. Dann wandte er sich an Evi. Im Oberdeck gibt es eine Bar. Wenn es irgendein Problem mit Leila gibt, sagst du mir sofort Bescheid, ja? Evi nickte. Mark stand auf und steuerte zunächst die Bordtoilette an. Seine Kehle brannte, sein Gesicht glühte, er war dehydriert und schweißgebadet zugleich. Als er die Tür der kleinen Kabine hinter sich verriegelte, starnte er. Selbst an diesem Ort hatte man nicht an Chrom, Marmor und Spiegeln gespart. Sogar hier hatte man ein Fenster mit Blick in den Himmel. Alles war makellos sauber auf dieser luxuriösen Toilette, mit Ausnahme eines sorgfältig über die Länge der Wand gesprähten Tex. Mark erkannte die drei Affen der Weisheit wieder, die er seinerzeit, als er sich anlässlich eines Kongresses in Japan aufhielt, in den buddhistischen Tempeln gesehen hatte. Der erste Affe hielt sich die Augen zu, der zweite die Ohren, der dritte den Mund. Darunter war ein Schriftzug zu lesen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Es hieß, dass demjenigen, der sich an diese Regel hielt, nur Gutes widerfahre. Einen Augenblick später waren die drei Affen verschwunden. An ihrer Stelle zierte er nun eine andere, unheimliche und morbide Zeichnung die Wand. Sie umfasste mehrere Symbole, die ihm während seines Psychologiestudiums schon einmal untergekommen waren. Eine Sanduhr, eine Sense und Gebeine. Sie stellten die Zeit dar, die vergeht und die man verschwendet, den plötzlichen und unausweichlichen Tod, den Staub, zu dem der Mensch wird. Er erkannte außerdem einen langen und gefährlichen Steg, die Brücke des jüngsten Gerichts. Sie symbolisierte den mühsamen Übergang ins Jenseits. Schließlich war noch eine Leiter zu sehen, die Treppe des Heils. Sie bedeutete das Auffahren der Seele in den Himmel. Gleich daneben wartete ein Mann mit dem Kopf eines Schakals. Anubis, der die Seele in das Reich der Toten führte. Überschrieben war das Ganze mit einer Art Mantra. Man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles verstehen. Mark fahrte wie versteinert vor der Wand. Träumte er? Was er sah und las, traf ihn wie eine schmerzhafte Wahrheit, ohne dass er gewusst hätte, warum. Er musste sich von dem Anblick regelrecht losreißen, denn vor der Tür warteten bereits andere Passagiere. Die Hand auf der Verriegelung drehte er sich ein letztes Mal nach der Wandbemalung um. Er traute seinen Augen nicht. Da war schon wieder ein neues Tag. Diesmal breitete ein flammender Vogel seine riesenhaften Flügel über der gesamten Wand aus. Damit konnte nur Phönix gemeint sein, der sagenumwobene Vogel, der der Asche entstieg. Ein Auferstehungssymbol, über dem der Satz prangte »Ein Mensch kann zerstört, aber nicht besiegt werden.« Einmählich bekam Mark es mit der Angst zu tun. Die eben noch befürchteten Halluzinationen nahmen bereits sehr konkrete, furchterregende Formen an. Sein ganzer Körper glühte, seine Hände zitterten, sein Puls explodierte. Er brauchte dringend etwas zu trinken, Beruhigungsmittel oder Vitaminpillen. Aber nichts hatte er bei sich. Alles, womit er sich im Augenblick helfen konnte, war sein Wille. Er schloss die Augen und versuchte sich darauf zu konzentrieren, seine letzten Kräfte beisammen zu halten. Als er die Augen wieder aufschlug, war kein Tech mehr zu sehen. Die Wand war jungfräulich und makellos rein. Efi nahm die Rolle der großen Schwester sehr ernst. Keine Sekunde ließ sie Leila aus den Augen. Das Mädchen hatte sich stumm einen Filzstift genommen und kritzelte abstrakte Formen auf seinen Block, so wie es kleine Kinder tun. Efi schaute ihr voller Mitgefühl dabei zu. Leilas Stummheit faszinierte und rührte sie zutiefst. Zehn Minuten waren vergangen, seit Mark in Richtung Toilette verschwunden war. Plötzlich schaute Leila von ihrer Zeichnung auf. Sie öffnete den Mund und da geschah das Wunder. Woran ist deine Mutter denn gestorben? fragte sie Efi. Efi Rückblende Las Vegas, Nevada an einem frühen Oktoberabend zwei Jahre zuvor. Abseits vom Las Vegas Strip, vom Glanz und Glamour der Stadt, lag ein unbebautes Areal, auf dem der Müll sich häufte und das Unkraut wild empor schoss. Etwa 40 Wohnwagen reiten sich auf dem Terrain aneinander. Sie waren in einem jämmerlichen Zustand, verwittert, zerbeult, die Scheiben eingeschlagen und die Dächer durchhängend. Die Menschen, die hier lebten, befanden sich auf der letzten Stufe vor der Obdachlosigkeit. Einfache Arbeiter mit höchst bescheidenem Einkommen. Am Ende des Grundstücks stand ein Wohnwagen mit Wellblechdach, der ein bisschen besser in Schuss war. Seine Bewohner hatten eine Art Zaundarum gebaut. Vielleicht, um sich die Illusion eines kleinen Häuschens mit Vorgarten zu schaffen. Auf einem Resopaltisch unter dem Vordach lag ein Stapel Büchern. Nachdenklich kaute die 13-jährige Evi auf ihrem Stift. Dann schrieb sie in einem Schwung den Schluss ihres Aufsatzes nieder, den sie am nächsten Tag dem Lehrer abliefern musste. Sie überflog noch einmal, was sie geschrieben hatte, korrigierte rasch hier und dort etwas, dann lief sie in den Wohnwagen und putzte sich die Zähne. Evi musste zur Arbeit. Miguel, der Manager des Reinigungstrupps vom Hotel Oasis, war bekannt dafür, nicht sehr umgänglich zu sein. Und zu spät kommen hasste er wie die Pest. Evi hatte ihn auf Knien anflehen müssen, damit er sie, obwohl sie minderjährig war, ein paar Mal die Woche nachts für ihn schuften ließ. Schwarz, für fünf Dollar die Stunde. Sie raffte ihre Schulsachen zusammen, verstaute sie in einer Tasche und verabschiedete sich von ihrer Mutter. Theresa Harper lag ausgestreckt auf der unteren Matratze eines Etagenbetts. Sie war erst 34, doch jeder schätzte sie mindestens 20 Jahre älter. Jahrelang hatte sie eine chronische Hepatitis mit sich herumgeschleppt, die sich allmählich zu einer Zirrhose entwickelte. Wenig später hatte man einen bösartigen Tumor diagnostiziert. Erst vor wenigen Monaten waren ihr bei einer Operation drei Viertel der krebsverseuchten Leber herausgenommen worden. Sie fasste nach der Hand ihrer Tochter. Pass auf dich auf, mein Liebes. Seit bald einem Jahr lebten Mutter und Tochter von dem Geld, das Evi nachts illegal als Putzfrau verdiente und von der lächerlichen Summe, die ihnen als Sozialhilfe zugestanden wurde. Mach dir keine Sorgen, sagte Evi und wandte sich zum Gehen. Leise zog sie die Tür des Wohnwagens hinter sich zu und lief zu ihrer Nachbarin Carmina, einer üppigen Mexikanerin, hinüber, die heute Nacht demselben Team zugeteilt war wie sie. Carmina wartete bereits ungeduldig in ihrem alten Pontiac, dessen scheppernder Auspuff eine schwarze Abgaswolke ausstieß. Evi schloss die Augen. Seit drei Jahren führten sie trotz Teresas Krankheit ein geradezu beschauliches Leben im Vergleich zu dem, was sie vorher durchgemacht hatten. Alkoholismus, Drogen und Prostitution, das waren die Konstanten in Teresas Leben bis dahin gewesen. Soweit Evi zurückdenken konnte, war sie diejenige gewesen, die sich um den Haushalt kümmerte. Und allein ihr war es zu verdanken, dass die Mutter den Weg aus der Drogenhelle gefunden hatte, er, dem kleinen Mädchen, das zunehmend zur Mutter seiner Mutter geworden war. Sie fuhren den Las Vegas Boulevard entlang. Mittlerweile herrschte völlige Dunkelheit. Überall an den feuerroten Fassaden der Hotels blinkten Neonlichter, eins greller als das andere. Schon tauchte die Silhouette des Oasis vor ihnen auf, ein gigantisches Hotel, das in tausend Lichtern erstrahlte und Karminas alten Pontiek gierig zu verschlingen schien, als seine Fahrerin ihn in die Tiefgarage lenkte. Mit seinen dreitausend Zimmern, vier Swimmingpools und einer eigenen Shopping-Mall gebot das Oasis wie ein Pharao über die anderen Hotels der Gegend. Alles, an diesem Ort war überdimensioniert. Tausende unsichtbare Arbeitsbienchen sorgten dafür, dass der Betrieb reibungslos funktionierte. Vom Zimmermädchen über den Fensterputzer bis zum Animateur hatte jede Berufsgruppe ihren Anteil daran. Evi war eine dieser unsichtbaren. Jede Nacht bekam sie eine andere Aufgabe zugeteilt. Diesmal sollte sie das Team von Carmina beim Putzen des Treppenhauses unterstützen. Angesichts der 30 Etagen ein äußerst undankbarer Job. Zwei Uhr morgens. Nach einigen Stunden Plackerei erlaubte sich Evi eine kleine Pause von zehn Minuten. Sie stieg auf das Dach hinauf. Aus beinahe hundert Meter Höhe hatte man einen beeindruckenden Blick über die Stadt, über den nie unterbrochenen Lichterstrom, der den Las Vegas Trepp entlang floss. Sie atmete tief durch. Wie sie diese Stadt hasste, in der sie geboren war. Wie sie all die Touristen verachtete, die herkamen, um eine erbärmliche Hochzeit zu arrangieren oder ihre Dollars in den Casinos zu verspielen. Sie hatte nie verstanden, was die Menschen hierher trieb, in dieses riesige Phantasialand, wo alles glitzerte und nichts echt war. Man musste sich anstrengen, um in Las Vegas drei Schritte zu machen, ohne auf einen Spielautomaten zu treffen. Überall standen die Dinger in Tankstellen, Supermärkten, Restaurants, Bars, Waschsalons. Wer hingegen einen Buchladen auftat, konnte sich wahrhaft etwas darauf einbilden. Bücher waren Evis Welt. Sie liebte Bücher, vor allen Dingen Romane und Gedichtbände. Wie oft hatte sie insgeheim dem Lehrer auf Knien gedankt, der ihr den Zugang zur Literatur eröffnet hatte. Die Literatur war ihr zu einem geheimen Zaubergarten geworden, zu einer Pforte in eine andere Welt, einem unverhofften Mittel, um der Banalität ihres Lebens zu entkommen. Bei einem der zahlreichen Pfandleier der Stadt hatte sie neulich einen ganzen Stapel Bücher für zwei Dollar erstanden. Hundert Jahre Einsamkeit, Schall und Wahn, Schuld und Sühne, von Mäusen und Menschen, der Fänger im Roggen, Sturmhöhe, Fegefeuer der Eitelkeiten, Garcia Marquez, Faulkner, Dostoyevsky, Steinbeck, Salinger, Bronte, Wolf. Für den Preis einer Tüte Chips. Vier Uhr morgens. Während Evi die nicht enden wollenden Stufen schrubbte, malte sie sich in Gedanken ihre Zukunft aus und dachte an ihre Mutter. Theresa stand auf der Warteliste für eine neue Leber, aber Spenderorgane waren selten und Evi hatte große Angst, dass die Mutter den Tag, an dem ein geeigneter Spender gefunden wurde, nicht mehr erlebte. Sechs Uhr morgens. Erschöpft nahm Evi den Lohn entgegen, den ihr ein Vorarbeiter in Bar aushändigte und verließ das Gelände des Oasis. Ein Stück weiter unten am Boulevard kannte sie ein Café, das um diese Uhrzeit bereits geöffnet hatte. Sie setzte sich an einem Tisch etwas abseits von den ersten Gästen. Diese eine Stunde, bevor sie den Bus zur Schule nehmen musste, war ihr heilig. Es war der einzige Moment am Tag, den sie mit dem verbringen durfte, was ihr am Herzen lag. Lesen und schreiben. Sie bestellte sich eine heiße Schokolade und holte ein gebundenes Buch aus ihrer Tasche hervor, das sie in der Nacht zuvor auf dem Nachttisch eines Hotelzimmers gefunden hatte. Ein Gast musste es dort vergessen haben. Es war kein Roman, kein Gedichtband, sondern ein Werk, das aus der Feder eines gewissen Connor McCoy stammte, eines Neuropsychiaters aus New York, Überleben. Und es war, als hätte dieser Mann das Buch extra für sie geschrieben. Der Autor beschrieb darin genau das, was sie erlebt hatte, schilderte die Umstände, die einen Menschen hart werden ließen, damit er dem Schlimmsten aufrecht begegnen konnte. Auch sie hatte sich im Laufe der Jahre einen Panzer zugelegt, um nicht zu zerbrechen. Doch warnte McCoy auch davor, sich zu sehr hinter den selbst errichteten Schutzwall zurückzuziehen, denn zu groß sei die Gefahr, dass man irgendwann abstumpfe und sich damit jeder Lebensfreude beraube. Sie träumte davon, Schriftstellerin zu werden oder Psychologin, um Menschen in Not helfen zu können. Doch das waren Seifenblasen. Niemals würde sie studieren können. Die Tochter einer Drogenabhängigen, die in einem abgewrackten Wohnwagen lebte und nachts putzen musste, um etwas zwischen die Zähne zu bekommen, hatte an einer Universität nichts verloren. Evi nippte an ihrer Schokolade und schrieb ein paar Sätze in ihr Spiralheft. Sie fühlte sich oft allein, so allein. Sie sehnte sich nach einem Menschen, mit dem sie ihre Gedanken teilen konnte, der sie verstand. Da es diesen Menschen jedoch nicht gab, vertraute sie ihre Wünsche und Ängste einem Tagebuch an. Sie stellte eine Liste mit zehn Wünschen auf, auch wenn sie wusste, wie gering die Chancen waren, dass sie sich erfüllten. Erstens, dass meine Mutter wir eine neue Bleibe finden, die nicht zu teuer ist. Drittens, dass meine Mutter nie wieder Drogen oder Alkohol anrührt. Viertens, dass ich niemals in die Versuchung komme, Drogen zu nehmen. Fünftens, dass ich nie vergesse, dass es auch schöne Dinge im Leben gibt. Neuntens, dass ich irgendwann jemanden treffe, der mich versteht. Der zehnte Wunsch war der komplizierteste. Sie strich ihn durch, gleich nachdem sie ihn formuliert hatte, doch man konnte ihn noch entziffern. Zehntens, dass sich eines Tages jemand in mich verliebt. 25. März 2007, 11. 45. Im Flugzeug. Gleichmäßig und majestätisch glitt der A380 durch die Lüfte und zerteilte die Wolken, die über den Rocky Mountains trieben. Mark stieg die Treppe hoch, die Ober- und Unterdeck miteinander verbannt und ging weiter bis zum Floridita, das von der Crew mit einem gewissen Stolz geführt wurde. Entspannte Musik, behagliche Beleuchtung, bequeme Clubsessel, gepolsterte Ledersofas. In der angenehmen Lounge-Atmosphäre dieser Bar konnte man leicht vergessen, dass man sich an Bord eines Flugzeugs befand. Mark setzte sich auf einen Hocker an den Tresen. Ein junger Schwarzer mit Schnauzbart, das perfekte Dubel von Isaac, dem Bartender aus Loveboat, kam herbei und fragte und fragte ihn, was es sein dürfe. Einen doppelten Whisky auf Eis, bitte. Mark fühlte sich gleich besser. Allein die Perspektive, wieder Alkohol zu trinken, beruhigte ihn und erhellte sein Gemüt. Eine junge Frau nahm auf dem Hocker neben ihm Platz. Was darf es für Sie sein, Miss? erkundigte sich der Barmann charmant. Einen Daiquiri, bitte, ohne Zucker, aber dafür mit einem Schuss Pampelmusensaft. Einen Hemingway-Spezial, also, mischte sich Mark von der Seite ein. Wie? Den Cocktail, den Sie gerade bestellt haben, hat Ernest Hemingway erfunden. Die junge Dame schwieg. Hemingway, der Schriftsteller. Danke, ich weiß, wer Hemingway ist. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen, sagte Mark schnell. Neugierig musterte Mark die aufreizende Erscheinung der falschen Blondine. Sie hatte etwas von einem Callgirl. Als sie sich nach ihrer Tasche bückte, entdeckte er das Tattoo, das sie auf Hüfthöhe trug. Es war ein buddhistisches Symbol, das Rad des Lebens. Alles in Ordnung? erkundigte sich Mark. Ja, ja, versicherte die Blondine und schluckte. Hemingway war der Lieblingsautor meines Vaters. Mein Vater ist erst vor wenigen Tagen gestorben. Um genau zu sein, er hat Selbstmord begangen. Das tut mir aufrichtig leid. Ein Schuss mit dem Jagdgewehr wie... Hemingway ergänzte Mark. Sie nickte stumm. Ich heiße übrigens Mark Hathaway, erreichte ihr die Hand. Alison Harrison. Sie erfreut, Alison. Aber sagen Sie, warum starren alle Leute sie so an? Alison räusperte sich verlegen. In den letzten Jahren habe ich wohl für einige Schlagzeilen gesorgt. Sie haben doch bestimmt schon mal etwas über mich gelesen, in einem dieser Boulevardblätter. Wenn nicht, wären Sie wahrscheinlich der Einzige hier an Bord. Ich habe seit fünf Jahren keine Zeitung und keine Illustrierte aufgeschlagen, gab Mark zu. Alison sah ihren Gesprächspartner neugierig an. Mark spürte, dass sie ein großes Bedürfnis hatte, jemanden ihr Herz auszuschütten. Na los, Alison. Sagen Sie mir schon, was ich in den letzten fünf Jahren verpasst habe. Alison. Rückblende. Fünf Jahre zuvor. Alison. Hörst du mir eigentlich zu? Richard Harrison saß seiner Tochter gegenüber. Er war ein stattlicher Mann von mittlerer Größe. Auf der Nase trug er eine dicke Brille und zu seiner einfachen Korthose einen Rollkragenpulli und klobige Schuhe. Er versteckte sich gern hinter einem Äußeren, das nach nichts aussah. Doch in Geschäftskreisen war er nicht ohne Grund gefürchtet. Was ist denn nur mit dir los, mein Kleines? Alison hatte sich auf ihren Sitz gekauert und die Beine angezogen. Das Kinn ruhte auf ihren Knien. Das wachste noch zu fragen nach allem, was du getan hast? Was ich getan habe, habe ich für dich getan, antwortete der Vater müde. Und glaub mir, ich hätte es mir gern erspart. Ich hätte allein damit klarkommen müssen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, seufzte Harrison. Du musst dein Leben wieder in den Griff kriegen, Alison. Denn irgendwann, werde ich nicht mehr da sein, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ist mir egal, dann habe ich ja dein Geld. Ob schon ihn diese Worte tief verletzten, ließ der Vater sich nicht aus dem Konzept bringen. Du musst endlich die Finger von den Drogen lassen. Fang irgendwas vernünftiges an, etwas, das dir liegt und sinnvoll erscheint. Du könntest vielleicht die Stiftung übernehmen, die deine Mutter gegründet hat. Lass Mom aus dem Spiel, herrschte Alison ihren alten Herrn an. Ich möchte dir doch nur helfen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Richard Harrison kassierte den Schlag, ohne eine Regung zu zeigen. Warum immer diese Aggressivität? Diese Lust, andere mit Bösartigkeiten zu verletzen? Ich weiß, dass du im Grunde deines Herzens nicht so bist, Alison. Ich weiß, dass du intelligent und sensibel bist. Du machst gerade eine schwierige Phase durch. Wenn ich dir wehgetan haben sollte, möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber ich bitte dich inständig, reite dich nicht noch tiefer in den Dreck, denn sonst wirst du dann nie wieder rauskommen. Alison sah zum Fenster hinaus und schwieg. Mein Kummer ist meine Rache an mir, schoss es ihr durch den Kopf. Ein Satz, der von Albert Cohn stammte. Februar 2004 Alison war dabei, ihren Koffer zu packen. Sie schaute sich in dem Krankenzimmer der Entziehungsklinik um, ob sie auch nichts in diesem Gefängnis mit den Pastellfarben gestrichenen Wänden und dem täuschend schönen Ausblick auf die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains vergessen hatte. Die Tür ging auf, herein kam ihr Vater. Ich habe gerade mit dem Direktor gesprochen. Er will dich hier nie wieder sehen. Er behauptet, dass du eine Gefahr für die anderen Patienten darstellst. So ein Schwachsinn. Die Einzige, für die ich eine Gefahr darstelle, bin ich selber. Hör zu, Alison. Es gibt in New York einen Arzt und ich möchte, dass du einen Termin mit ihm ausmachst. Er heißt Connor McCoy und gilt unter Psychologen als Korriphäer. Er hat völlig neue Behandlungsmethoden entwickelt und ich bin mir sicher, er könnte dir helfen. Weißt du was, Papa? Ich werde mir ein Taxi rufen. Du kannst alleine fahren. Lies wenigstens sein Buch, schlug Harrison vor und streckte seiner Tochter das Werk McCoy entgegen. Da Alison nicht reagierte, steckte er eine Visitenkarte des Psychologen zwischen die Seiten und verstaute das Buch in ihrem Koffer. Bevor er das Zimmer verließ, richtete er ein letztes Mal das Wort an seine Tochter. Es möchte nicht, dass du es aus der Presse erfährst. Alison wurde hellhörig. Eine böse Ahnung stieg in ihr auf. Was? fragte sie besorgt. Ich werde bald sterben. Einen Monat später ging die Meldung durch die Presse, dass der Geschäftsmann Richard Harrison an Alzheimer erkrankt war. 2005 Eine Herbstnacht in Las Vegas Ärgerlich und mit eiligen Schritten durchquerte Russell Malone, der Manager des Oasis, die riesige Hotelhalle zu den Aufzügen in der Lobby. Dort stürzte er sich in die erstbeste transparente Kabine, die ihn auf Knopfdruck in schwindelnde Höhen katapultierte. Im dreißigsten Stockwerk, dem höchsten, waren die Luxussuiten des Hotels untergebracht. Einen Augenblick lang verharrte der Manager unschlüssig vor der Tür zu dem Apartment, in dem sich Alison Harrison erst vor kurzem eingemietet hatte. Mehrere Gäste hatten sie inzwischen eine Rezeption wegen Lärmbelästigung beschwert. Mehrmals hatte er versucht, sie telefonisch zu erreichen. Vergeblich. Als er auch jetzt keine Antwort erhielt, beschloss er, sich mit seinem Generalschlüssel Zugang zu der Suite zu verschaffen. Marlone schritt durch jedes einzelne Zimmer. Auf dem Nachttisch neben dem Bett entdeckte er ein Buch »Überleben« von Conor McCoy. Sein Unbehagen wuchs mit jedem Raum, den er betrat und hinter sich ließ, ohne die junge Frau aufgespürt zu haben. Vor dem Badezimmer zögerte er kurz, doch dann drückte er entschlossen die Tür auf. Dunstschwaden schlugen ihm entgegen. Angstvoll schob er den Duschvorhang beiseite und stieß einen entsetzten Fluch aus. In der Badewanne lag Alison Harrison, die Handgelenke und Fußfesseln aufgeschlitzt, sie zitterte am ganzen Leib. Es sollte nicht ihr letzter Selbstmordversuch sein. 25. März 2007, 13 Uhr, im Flugzeug. Alison hatte mit ihrem Bericht geendet. Sie senkte den Blick. Sie war erstaunt und zugleich ein wenig beschämt, dass sie sich einem völlig Unbekannten so geöffnet hatte. Doch die Aufmerksamkeit, die Mark ihr geschenkt hatte, vermittelte ihr eine nie gekannte Geborgenheit. Tatsächlich hatte Mark innerhalb weniger Minuten in seine Rolle als Psychologe zurückgefunden. Er bemerkte, wie er dabei selbst innerlich zur Ruhe kam. Eindringlich blickte Mark die verzweifelte Milliardärstochter an. Wofür wollen sie sich bestrafen? Alison wagte nicht, den Blick zu heben. Sie verkrampfte sich im ganzen Körper. Mark wusste, dass er mit seiner Frage ins Schwarze getroffen hatte. Sie öffnete den Mund und für einen kurzen Moment glaubte sie sich im Stande diesem fremden Mann ihr schreckliches Geheimnis anzuvertrauen. Natürlich hatte ihr selbst zerstörerisches Verhalten eine Ursache und vielleicht fände ihre wunde Seele nach langen Jahren endlich wieder ein bisschen Frieden, wenn sie es endlich aussprechen würde. Doch die Worte blieben ihr im Hals stecken und Tränen traten ihr in die Augen. Gerade als Mark sie mit einer neuen Frage ermuntern wollte, sich ihm mitzuteilen, wurde das Flugzeug heftig durchgerüttelt. Isaac begoss den Tresen mit einem Cocktail, den er frisch zubereitet hatte, die Lichter begannen zu flackern, einige Passagiere schrien spitz auf. Meine Damen und Herren, wir befinden uns derzeit in einem Bereich harter Turbulenzen und möchten sie bitten, nun wieder ihren Sitzplatz einzunehmen und sich anzuschnallen. Ein paar Gäste in der Loungebar protestierten, doch schließlich fügte sich jeder der Ansage des Flugkapitäns. Ich muss runter ins Unterdeck zu meiner Tochter, sagte Mark, als er sich von seinem Hocker erhob. Verstehe, sagte Alison leise. Ohne ein weiteres Wort trennten sie sich, doch las jeder im Blick des anderen das Versprechen, sich schon bald wiederzusehen. Unruhig schaukelte die Maschine des Fluges 714 über einem Meer aus Wolken. Besorgt kehrte Mark zu seinem Sitzplatz zurück. Wie hatte er seine Tochter über eine halbe Stunde unbeaufsichtigt lassen können? Er atmete erleichtert auf, Lila saß friedlich mit einem Filzstift in der Hand auf ihrem Platz. Stolz zeigte sie Evi ein Bild, das sie offenbar soeben fertig gestellt hatte. Alles in Ordnung? erkundigte sich Mark, als er sich hinsetzte. Alles bestens, antwortete Evi und nickte. Neugierig versuchte Mark, einen Blick auf das zu erhaschen, was seine Tochter während seiner Abwesenheit zu Papier gebracht hatte. Darf ich mir das ansehen? fragte er und strich Leila liebevoll über das Haar. Wortlos nahm die Kleine ihre Arme von dem Klapptisch, damit der Vater ihre Kunstwerke bewundern konnte. Sie hatte mehrere Blätter in bunten Farben vollgemalt. In seinen Therapien hatte Mark die jüngeren Patienten häufig zur Kommunikation ermuntert, indem er sie malen ließ. Früher hatte er die Gabe besessen, diese Zeichnungen zu dechiffrieren und zu analysieren. Aufmerksam betrachtete er Leilas Bilder. Beruhigt stellte er fest, dass sie bunt und von Schmetterlingen, Sternen und Blumen bevölkert waren. Obwohl er schon lange nicht praktiziert hatte, war er sich sicher, diese Bilder stammten nicht von einem Kind, das einem dramatischen Erlebnis zum Opfer gefallen war. Die sind sehr schön geworden, mein Schatz, lobte er seine Tochter. Als er die Blätter wieder auf das Tischchen zurücklegen wollte, stutzte er jedoch. Ihm fiel plötzlich auf, dass eine bestimmte geometrische Form, die er zuvor für eine Blume oder einen Stern gehalten hatte, auf jedem Bild auftauchte. Es handelte sich eindeutig um das Rat des Gesetzes, ein Symbol für das Schicksal der Menschen, dessen Bahn nichts und niemand beeinflussen konnte. Das Gesetz der ewigen Wiederkehr, Geburt, Tod, Wiedergeburt. Er hatte dieses Zeichen kurz zuvor an Alison entdeckt. Als sie sich nach ihrer Tasche gebückt hatte, war ihre Tätowierung über dem Hosenbund zum Vorschein gekommen. Derselbe Kreis mit den acht Speichen, die den Menschen den Weg aus seinem Leid weisen sollten. Mit einem Mal kam Mark sein sein Freund sein in den Sinn, der schon immer fasziniert von diesem Symbol gewesen war. Warum hast du das da gemalt, Liebes? Mark sah seine Tochter eindringlich an. Ich weiß nicht, antwortete Leila ruhig. Mark traute seinen Uhren kaum. Ihm stockte vor Verblüffung der Atem. Leila hatte geantwortet. Sie konnte sprechen. Oder hatte sein Unterbewusstsein ihm wieder einen Streich gespielt? Geht es dir gut, mein Kleines? fragte er vorsichtig. Er hatte Angst, diesmal keine Antwort zu erhalten. Ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht es mir gut. Mark spürte förmlich, wie ihm die Steine vom Herzen fielen. Doch er wusste nicht recht, wie er sich angesichts dieser neuen Situation verhalten sollte. Ihm brannten tausend Fragen auf den Lippen, doch er durfte nichts überstürzen, wenn er seine Tochter nicht gleich wieder verschrecken wollte. Darf ich ein Eis haben? fragte Leila. Na klar, aber du musst dich noch einen Moment gedulden, bis die Stewardess wieder vorbeikommt. Die Turbulenzen sind bestimmt gleich vorbei. Dann hätte ich gern ein Schokoladeneis mit Mandeln, sagte Leila. Mark spürte, wie Er schöpfte erneut Hoffnung, diese verrückte Hoffnung, dass alles wie früher wurde. Zuvor allerdings gab es noch so vieles zu klären. Nicole's plötzliche Flucht, die Umstände von Leilas Entführung. Seine Tochter wurde mit einem Mal rätselig. Er musste versuchen, ein wenig in sie zu horchen, ohne sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Möchtest du mir nicht erzählen, was mit dir geschehen ist, mein Herz, fragte er so gelassen wie möglich. Als ich noch klein war, meinst du? Er nickte. Du hast jetzt nichts mehr zu befürchten. Wir fliegen nach Hause. Dort wartet deine Mama auf dich. Du hast wieder ein eigenes Zimmer und kannst zur Schule gehen. Alles wird wieder so sein, wie es sein soll. Aber vorher musst du mir sagen, wo du all die Jahre warst, wie du sie verbracht hast. Und vor allem mit wem? Leila öffnete den Mund, wie um ihm all die quälenden Fragen zu beantworten, doch dann schien sie sich eines anderen zu besinnen. Frag doch Mama. Mark gefror das Blut in den Adern. Ach so? Mama weiß über alles Bescheid? Ja? Leila nickte stumm. Wie von Ferne hörte Mark sich fragen, hast du Mama denn in den letzten fünf Jahren überhaupt wieder gesehen? Klar, ganz oft sogar. Ganz oft sagst du? Leila sah ihren Vater sanftmütig an. Ihre Augen glitzerten. Ich möchte jetzt schlafen, Papa. Es dauerte einen Moment, ehe Mark seine Fassung zurückgewann. Natürlich, mein Schatz, ruhig aus. Er drückte einen Knopf, um Leilas Rückenlehne ein wenig nach hinten zu neigen. Seine Tochter schloss die Augen und schlief bald darauf ein. Mark stand vor einem Abgrund. Er war fassungslos. Welchen Glauben konnte er den Worten seiner Tochter schenken? Die Kleine gab sich heiter, aber war sie nicht zwangsläufig durch ihre Entführung traumatisiert? Vielleicht verbarg sich in dem, was sie sagte, ein wahrer Kern. Doch Mark weigerte sich anzunehmen, dass Nicole direkt oder indirekt in die Entführung ihrer eigenen Tochter verwickelt sein könnte. Neben ihm schlummerte Leila tief und fest mit geballten Fäusten. Mark beobachtete sie zärtlich und begann unwillkürlich im selben Rhythmus mit ihr zu atmen. Sanft strich er ihr über das Haar und steckte ihr eine vorwitzige Strähne hinters Ohr. Sie hatte Nicoles Gesichtszüge und seinen Blick geerbt. Zumindest behaupteten das alle. Dabei wusste Mark, dass das nicht stimmte, denn Leila war nicht seine leibliche Tochter. Als er Nicole zehn Jahre zuvor kennengelernt hatte, war sie im ersten Monat schwanger und hatte sich gerade von Daniel Gravin, dem Chef des Französischen Nationalorchesters getrennt. Gravin war um die 60, ein brillanter Musiker und kultivierter Mann, bekannt und anerkannt in der ganzen Welt. Bekannt auch für die vielen Musikerinnen unterhielt, die nach seinem Takt spielten. Seine Affäre mit Nicole war nur von kurzer Dauer gewesen. Nach ein paar Wochen hatte die Violinistin das Abenteuer beendet. Als sie erfahren hatte, dass sie schwanger war, hatte Nicole wieder erwarten und ohne Gravin über seine Vaterschaft in Kenntnis zu setzen, beschlossen, das Baby zu behalten. Und dann war Mark in ihr Leben getreten. Mark hatte Leila geliebt und großgezogen wie seine eigene Tochter. Er war es gewesen, der seine Hand auf Nicoles Bauch gelegt hatte, um die ersten Bewegungen des Babys im Mutterleib zu spüren. Er hatte ihr die Hand während der Geburt gehalten. Er war dabei gewesen, als Leila ihren ersten Schrei ausgestoßen, ihre ersten Schritte gemacht und ihre ersten Worte gesprochen hatte. Das Glück, Vater zu sein, hatte ihn sehr schnell Leilas tatsächliche Abstammung vergessen lassen. Gemeinsam hatten Nicole und er beschlossen, die Herkunft der Kleinen für sich zu behalten. Nie hatten sie irgendwem davon erzählt. Nicht einmal Connor war eingeweiht und auch den Polizisten gegenüber, die ihr Leben im Zusammenhang mit Leilas Entführung kurz und klein analysierten, hatten sie den leiblichen Vater der Kleinen mit keiner Silbe erwähnt. waren an einem Herzinfarkt gestorben und mit der Zeit verlor das Geheimnis zunehmend seine Konturen, dass es sich schließlich ganz und gar in Wohlgefallen aufgelöst hatte. Denn nicht das Blut schafft die familiären Bande, sondern die Liebe. Von ihrem Fensterplatz aus hatte Evie das Gespräch zwischen Mark und Leila aufmerksam verfolgt. Unwillkürlich blickte sie immer wieder zum Mark hinüber. Ohne seine Geschichte spürte sie seine Verzweiflung und die starken Gefühle, die ihn mit seiner Tochter verbanden. Sie sah ihm an, wie bestürzt er war und ahnte, dass ihm eine schwere Prüfung auferlegt worden war, die sein Leben verändert hatte. Als Mark auf Evies Blick aufmerksam wurde, berichtete er dem Mädchen zu seinem eigenen Erstaunen, was er in den letzten fünf Jahren seit Leilas Entführung bis zu ihrem mysteriösen Auftauchen durchlebt hatte. Rückblende Las Vegas Nevada einige Monate zuvor Der Caravan der Familie Harper war schwach erleuchtet vom Schein einer Kerze. An diesem Abend arbeitete Evie nicht. Sie lag auf dem Sofa und blätterte in einer alten Zeitschrift. Im Hintergrund spielte ein Radio. Die Mutter schlief auf dem Klappbett daneben. Auf dem kleinen Nachttisch aus Sperrholz türmten sich die Schachteln unzähliger Medikamente. Evie gehnte hinter vorgehaltener Hand und beschloss ebenfalls schlafen zu gehen, als ihr Handy in die Stille des Wohnwagens klingelte. Ein Handy mit Prepaid Karte, das sie nur im Notfall benutzte. Wer sollte sie noch dazu um diese Uhrzeit anrufen? Es war das Krankenhaus. Am anderen Ende der Leitung stellte sich ein gewisser Dr. Craig Davis vor, Koordinator der Abteilung für Lebertransplantationen. Er verkündete Evie eine wunderbare Neuigkeit. Möglicherweise hätten sie ein Spendeorgan für Theresa gefunden, sie möchte sich bitte so schnell wie möglich in der Klinik einfinden. Mit einem Satz war Evie am Bett ihrer Mutter. Nur fünf Minuten später standen die beiden Frauen vor dem benachbarten Wohnwagen, in dem Carmina und ihr Mann Rodrigo lebten. Rodrigo fuhr Evie und ihre Mutter zum Krankenhaus. Als sie endlich auf den Parkplatz des Krankenhauses fuhren, dachte Evie erstmals, dass das Glück vielleicht doch in manchen Momenten auf ihrer Seite war. Als Evie und Theresa das Foyer betraten, erwartete Dr. Craig Davis sie bereits persönlich am Empfang. Wir müssen uns beeilen, sagte er, als er Mutter und Tochter zum Aufzug führte. Das Zentrum für Biomedizin, das für die Verteilung von Spenderorganen zuständig war, hätte das Krankenhaus erst spät am Abend informiert, erklärte Davis. Seit über 24 Monaten wartete Theresa auf diesen Moment. Die Knappheit an Spenderorganen und ihre seltene Blutgruppe hatten ihn so ungewöhnlich lange hinausgezögert. Sie hätte wahrscheinlich keine weiteren zwei Monate überlebt. Ein OP ist gerade frei geworden, sagte der Arzt. Wir können sie also innerhalb der nächsten Stunde operieren. Wir müssen vorher nur noch ihre Werte bestimmen. Ich möchte, dass meine Tochter bei mir bleibt, bat Theresa. Sie kann selbstverständlich bei Ihnen bleiben, bis sie in den OP kommen, erwiderte Dr. Davis und führte die Patientin zu einem überprüfte Theresas Narkosefähigkeit und versicherte ihr, sie werden sich wie neu fühlen, schließlich die präoperative Desinfektion mit Betadine. Und dann das Warten auf den herbeigesehnten wie gefürchteten Augenblick. Evi schwebte auf einer Wolke. Ihre Angst, die Mutter zu verlieren, diese Angst, die ihr seit Jahren den Magen zuschnürte, löste sich auf. Ihr Körper entspannte sich allmählich. In diesen Minuten glaubte sie daran, dass alles gut würde. Seit der Visite des Anästhesisten war eine Stunde verstrichen. Warum dauerte es nur so lange? Instinktiv spürte Evi, dass sie nur eine kurze Atempause vergönnt war, als Dr. Davis in Begleitung einer Krankenschwester wieder das Zimmer betrat. Uns legen jetzt die Resultate der Untersuchung vor, Theresa begann er gereizt. Bestürzt sah Evi den Arzt an. Ärgerlich wedelte er mit Papieren vor den Augen ihrer Mutter herum. Sie haben erst kürzlich Alkohol zu sich genommen, giftete er sie an. Dabei wissen sie doch, dass sie damit gegen die Regel verstoßen. Für einige Sekunden stand dieser Satz im Raum. Wie in einem bösen Traum. Niedergeschlagen wandte Evi sich ihrer Mutter zu. Ich habe nichts getrunken, keine Tropfen, beteuerte Theresa. Sie schien aus allen Wolken zu fallen. Wir haben zwei verschiedene Proben getestet und jedes Mal waren sie positiv. Sie haben wieder alle Vereinbarung gehandelt, Theresa. Es war ausgemacht, dass sie sechs Monate vor dem Eingriff absolut trocken sein müssen. Dazu hatten sie sich verpflichtet. Ich schwöre ihnen, dass ich keinen Alkohol mehr. Benachrichtigen Sie den nächsten Patienten auf der Liste, wies ihr die Schwester an. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich bin keine Lügnerin, schrie Theresa und schaute dabei nicht den Arzt, sondern ihre Tochter an. Sie war es, die sie überzeugen musste, da der Arzt sie verloren zu geben schien. Sie selbst hatte ohnehin nie daran geglaubt, dass eine Transplantation sie retten würde. Sie wusste, dass sie bald sterben musste, aber sie wollte nicht ohne das Vertrauen ihrer Tochter gehen. Ich schwöre dir, dass ich nicht rückfällig geworden bin, mein Liebes, sagte sie leise. Aufgebracht und tief enttäuscht, trat Evi zwei Schritte zurück. Das hast du schon hundert Mal behauptet, Mama. Ich weiß, du hast recht, aber diesmal ich glaube dir nicht mehr. Diesmal ist das wirklich wahr. Warum musst du immer alles kaputt machen, Mama? fragte Evi tränen überströmt. Mein Liebes. Theresa streckte ihr die Hand entgegen, doch Evi stieß sie mit einer Barschengeste von sich. Ich hasse dich, brüllte Evi und rannte davon. 25. März 2007, 13 Uhr 45. im Flugzeug. Ich hasse dich, schloss Evi. Das waren die letzten Worte, die ich an meine Mutter gerichtet habe. Du hast sie nie wieder gesehen, erkundigte sich Mark vorsichtig. Nein? Nie wieder. Mark sah sie schweigend an. Efis Offenbarungen wühlten ihn auf. Wie um seine Gemütslage zu unterstreichen, erschütterte genau in diesem Moment eine neue Turbulenz das Flugzeug. Selbst der Koloss klappert vor Kälte mit den Zähnen, dachte Mark bitter. Und dann? fragte er nach einer Weile. Dann ist sie gestorben. Evi Rückblende Las Vegas Nevada Ein 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 eisiger Wind fegte über den Mountain View Friedhof. Es regnete wie aus Kübeln. Ein verlassener Ort. Der Sarg, in dem Teresa Harper ruhte, war in die Grube gelassen und schon vor einer Weile hatte sich der und entfernte sich mit langsamen Schritten. Niedergeschlagen kniete Evi vor der Grabstätte ihrer Mutter. Ihre Augen füllten sich mit Tränen wütender Verzweiflung. Sie hatte Theresa seit dem heftigen Wortwechsel im Krankenhaus nicht mehr gesehen. Ohne das Spenderorgan waren der Mutter nur noch wenige Wochen geblieben. Natürlich hatten der Krebs, der Alkohol und all die Drogen sie umgebracht. Sie hatte ihr Leben verbrannt, anstatt es zu leben. Dennoch spürte Evi in diesem Augenblick, wie sich Schuldgefühle in ihr Herz burten. Als sie sich endlich zum Aufbruch entschloss und langsam zum Auto trottete, war sie bis auf die Haut durchnässt. Sie zitterte am ganzen Leib. Auf dem Parkplatz entdeckte sie eine Frau unter einem großen Schirm, die dem Begräbnis offenbar aus der Ferne beigewohnt hatte. Eine elegante Erscheinung in grauem Regenmantel und schickem Hosenanzug und mit tadellos sitzender Frisur. Und trotzdem wirkte die Fremde aus der Nähe krank und zerbrechlich. Evi beobachtete, wie die Dame den Kofferraum ihrer anthrazitfarbenen Luxuslimousine öffnete und ein Handtuch hervorholte. »Hier, trockne dich damit ab, du holst dir sonst den Tod«, sagte die Frau, als Evi an ihr vorüberging. Überrascht blieb Evi stehen und nahm das wohlriechende Handtuch, das die Dame ihr hinhielt, dankbar entgegen. Die Fremde bot ihr unter dem großen Schirm Schutz vor dem Regen und während sich Evi Gesicht und Haare trocken rubbelte, musterte sie die Frau. »Sie hat zu viel Klasse, um eine Freundin meiner Mutter zu sein.« »Ich heiße Meredith de Leon«, stellte sich die Dame vor. Sie zögerte kurz, bevor sie weitersprach. »Und ich habe deine Mutter getötet.« »Vor einem Jahr hat man bei mir einen Leberkrebs festgestellt«, begann Meredith. Sie saßen sich gegenüber im Heaven, einem Café, das an der Straße lag, die zum Friedhof führte. Vor ihnen standen zwei Tassen mit Tee. Meredith gestand Evi, dass sie und ihr Mann Paul auf ein Angebot von Dr. Davis, Efis Mutter von der Liste verschwinden zu lassen, eingegangen waren, als Merediths Krankheit ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hatte. »200.000 Dollar hatten sie Dr. Davis gezahlt, um das lebensrettende Spenderorgan zu erhalten.« Evi erstarrte. In ihrem Kopf hallte Theresas Flehen der Verteidigungsversuch nach. »Ich bin keine Lügnerin. Ich schwöre dir, dass ich nicht rückfällig geworden bin, mein Liebes.« »Nein.« Ihre Mutter hatte nicht gelogen. Doch nicht einen Augenblick lang hatte Evi ihren Worten Glauben schenken wollen. »Nicht für den Bruchteil einer Sekunde hatte sie gezögert.« Meredith blickte Evi fest an. »Wenn du zur Polizei gehen willst, werde ich ihnen Wort für Wort wiederholen, was ich dir gerade gesagt habe. Ich werde die Verantwortung für das übernehmen, was ich getan habe. Du musst dich nur entscheiden. Jetzt.« Langsam stand Meredith auf. »Du musst tun, was du für richtig hältst.« Mit diesen Worten verließ sie das Café. Am Busbahnhof kam Kaminas alter Pontiac zum Stehen. Evi stieg aus, schlug die Beifahrertür zu und nahm ihr Gepäck aus dem Kofferraum. Der Greyhound-Bus Richtung New York wird sehr bald abfahren. Die bescheidenen Habseligkeiten ihrer Mutter hatten ihr 200 Dollar eingebracht, den Preis für eine einfache Fahrt nach Manhattan. Dort arbeitete Craig Davis inzwischen. Sie hatte ihn überall in Las Vegas gesucht, bis sie herausfand, dass er sich offenbar nach dem Tod ihrer Mutter an die Ostküste abgesetzt hatte. Evi verabschiedete sich von Carmina und stieg in den Bus. Sie wollte tun, was sie für richtig hielt, und Dr. Davis töten. 25. März 2007, 14 Uhr, im Flugzeug. Was ist dann geschehen? Ein akustisches Signal ließ die Passagiere wissen, dass die Turbulenzen überstanden waren und erlöste Evi aus dem Trance-Zustand, in den ihre Erinnerungen sie geführt hatten. Was ist in New York geschehen? fragte Mark noch einmal. Hast du den Mörder deiner Mutter gefunden? Mit einem Mal war Evi erschrocken über die Freimütigkeit, mit der sie sich offenbart hatte, und zögerte, noch mehr von sich preiszugeben. Wie hatte sie einem Fremden ihre intimsten Geheimnisse enthüllen können? Sie, die für gewöhnlich niemandem vertraute. Sein Blick, seine Präsenz, sein offenes Ohr, sein Mitgefühl hatten ihre Wachsamkeit getrübt. Sie wähnte sich plötzlich in Gefahr und suchte nach einem Ausweg. Ich muss mal auf die Toilette, gab sie vor. Mark begriff sofort, dass er den Draht zu Evi verloren hatte. Er stand auf, um dem jungen Mädchen Platz zu machen. Mit Bedauern sah er, wie sie sich entfernte. Was sie erzählt hatte, erinnerte ihn an seine eigene Kindheit, an das, was er mit Connor durchgemacht hatte. Er blickte auf seine Tochter, die neben ihm schlummerte, die Hände zur Forst geballt und mit dem Kopf zum Fenster hin. Die Maschine flog wieder in ruhigen Bahnen ihren Kurs. Eine grüne Anzeige signalisierte den Fluggästen, dass sie nun ihr Handy benutzen durften. Über ein integriertes GSM-Netz konnte man tatsächlich Anrufe empfangen und selbst tätigen. Mark war erstaunt, dass sogleich Unruhe entstand, weil allenthalben hektisch die Telefone gezückt und die Mailboxen abgefragt wurden. Er schaltete sein Handy ein. Es lagen keine neuen Nachrichten vor, allerdings wurden mehrere Anrufe in Abwesenheit angezeigt. Doch die Nummer, die auf dem Display erschien, sagte Mark nichts. Immer wieder hatte er seit seiner Abreise versucht, Nicole in New York zu erreichen. Vergeblich. Anscheinend war sie nicht mehr zu Hause gewesen und er hatte nicht die leiseste Ahnung, wo sie sich aufhalten mochte. Er drückte die Rückruftaste. Es klingelte einmal, zweimal. Dann ging ein Anrufbeantworter ran. Sie haben die Nummer von... Die Ansage wurde unterbrochen. Mark? Die Stimme gehörte ohne jeden Zweifel seiner Frau. Ja, ich bin's. Nicole? Geht's dir gut? Wo bist du? Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ich... Ich kann nicht lange sprechen, Liebster. Mark meinte, Anspannung und Angst aus ihrer Stimme herauszuhören. Sofort schluckte er seinen Ärger hinunter und berichtete ihr seinem ersten Reflex folgend, dass Leila gesund und munter sei. Ich sitze neben ihr. Sie ist bester Dinge. Und sie hat mit mir gesprochen. Als Leila ihren Namen hörte, schlug sie die Augen auf und gähnte. Willst du Mama guten Tag sagen? Aufmunternd streckte Mark seiner Tochter das Telefon entgegen. Nein, erwiderte die Kleine. Mark war überrascht. Hey, meine Süße. Sag doch etwas zu deiner Mama. Das würde sie bestimmt freuen. Nein, wiederholte Leila unmissverständlich und stieß den Hörer von sich. Entgeistert starrte Mark seine Tochter an, bis ihn Nicoles Stimme am anderen Ende der Leitung aus seiner Fassungslosigkeit riss. Mark, ich muss jetzt auflegen. Nein, das wirst du nicht, ehe du mir erklärt hast, wieso sie nicht mit dir sprechen will. Weil ich weiß, was passiert ist, sagte Nicole. Die Antwort war dynamit. Was redest du da? schnaubte Mark wütend. Wusstest du etwa, dass sie lebt? Es tut mir so leid, entschuldigte sich Nicole. Was wird hier eigentlich gespielt? Könntest du mich bitte endlich aufklären? Du darfst mir nicht böse sein. Ich wäre vor Kummer fast verreckt, explodierte Mark. Du hast zugesehen, wie es immer weiter bergab mit mir ging und dabei wusstest du, dass sie lebt. Es ist nicht so, wie du glaubst, Mark. Ich... Es reicht jetzt, unterbrach eine dunkle Männerstimme seiner Frau. Wer ist dieser Typ? bellte Mark in den Hörer. Eine komplizierte Geschichte. Leg endlich auf, Nicole, befahl die Stimme ihm auf. Wer ist bei dir? brüllte Mark. Es ist nicht so, wie du glaubst, wiederholte seine Frau. Leg auf, sonst machst du alles kaputt. Nicole fügte sich dem unsichtbaren Fremden. Ich liebe dich, verabschiedete sie sich kaum hörbar. Unbewegt saß Mark da und starrte ausdruckslos in die Ferne. Zehn Minuten waren seit dem seltsamen Gespräch mit Nicole verstrichen. Seine Frau hatte ihn in Bezug auf Leila angelogen. Eine grausame Lüge. Schlimmer als jeder Betrug. Schlimmer als... Alles. Zum ersten Mal bohrte sich ein schrecklicher Zweifel in sein Herz. Wie gut kannte er die Frau, die er geheiratet hatte. Seit dem Vortag häuften sich die merkwürdigen Zwischenfälle, drängten sich ihm Fragen auf, für die er keine passende Antwort fand. Nacheinander hatten der Journalist am Flughafen und seine Tochter ihn vor Nicole gewarnt. Doch er hatte diese Warnungen nicht verstanden. Er wusste nicht mehr, was er denken und fühlen, wie er sich verhalten sollte. In seinem Kopf und in seinem Herzen drehte sich alles. Nur 48 Stunden zuvor hatte er noch in der Gosse gelebt, war verstört durch die unterirdischen Gänge der Stadt gewandelt und hatte allein mit Hilfe von Alkohol überlebt. Die Freude über Leilas unverhoffte Rückkehr hatte ihm die Kraft gegeben, an einen Neuanfang zu glauben. Es war ihm gelungen, zumindest für einen Moment wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. Doch nun brach die Welt erneut über ihm zusammen. Das Glück war zu kurz gewesen, als dass es ihn gegen einen weiteren Schicksalsschlag zu fein vermochte. Hilflos betrachtete er seine Hände, die wieder zu zittern begannen. Er war schweißgebadet und hatte das Gefühl zu ersticken. Er musste sie bewegen. Bevor er sich erhob, schaute er liebevoll auf seine Tochter. Ihr Atem ging ruhig. Ein friedlicher Schlaf hatte sie eingeholt und sie badete in den Sonnenstrahlen, die durch das Fenster fielen. Der Anblick beruhigte ihn. Ihm wurde bewusst, dass sie sein einziger Rettungsanker war. Er brauchte sie und sie brauchte ihn. Solange er bei ihr war, würde er sie beschützen, so wie sie es umgekehrt auf ihre Art mit ihm tat. Über die Toilettenschüssel gebeugt, erbrach Evi ihr dürftiges Frühstück, das sie ein paar Stunden zuvor so mühevoll ergattert hatte. Seit dem Morgen plagte sie eine böse Übelkeit, die während der Reise nur schlimmer geworden war. Hinzu kam ein quälender Juckreiz. Sie kratzte sich die Haut durch das T-Shirt hindurch, doch das Kribbeln ließ nicht nach. Es wurde im Gegenteil immer stärker und steigerte sich zu einem unerträglichen Schmerz. Schmerz. Der März 2. In einer nie gekannten Höllenqual kratzte sie sich blutig und glaubte darüber, verrückt zu werden. Als sie ihren Ärmel in den napanischen Geste hochschob, entdeckte sie an ihrer linken Schulter ein violettes Zeichen. Sie tat einen Schritt zur Seite, um sich im Spiegel zu vergewissern, dass sie nicht unter Halluzinationen litt. Verblüfft betrachtete sie eine frisch in ihrer Haut geritzte Tätowierung. Zur Fortsetzung bitte CD Nr. 3 einlegen. CD Nr. 3 Fortsetzung des Romans »Weil ich dich liebe« von Guillaume Musso 25. März 2007, 14.15 Uhr im Flugzeug Wie ein riesiger Vogel über weite Ebenen schwebte der Airbus-Flug 714 in 12.000 Meter Höhe weiter durch die Lüfte Richtung New York. Evi schloss die Tür der Toilettenkabine hinter sich. Die Panik, die das soeben Erlebte in ihr ausgelöst hatte, steckte ihr noch in allen Gliedern. Hier stand der Schweiß auf der Stirn. Sie rang nach Luft. Kalte Schauer jagten ihr über den Rücken. Wer hatte ihr heimlich dieses verfluchte Symbol auf die Schulter tätowiert, das ihr zuvor bereits in den Zeichnungen der kleinen Leila aufgefallen war? Schwankend arbeitete sie sich durch den Gang zu ihrem Platz vor. Ist dir nicht gut? fragte Mark alarmiert, als er ihr bleiches Gesicht entdeckte. Doch, doch, ich bin nur ein bisschen müde, erwiderte sie ausweichend. Dabei wusste sie, dass man ihr aus Kilometer weiter Entfernung ansah, wie elend ihr zumute war. Wenn ich irgendetwas tun kann, sie könnten mir zum Beispiel meinen Rucksack geben. Mark beugte sich nach dem Gepäckstück, das unter seinen Sitz gerutscht war. Als er es hervorzog, fiel ein broschiertes, augenscheinlich gründlich gelesenes Buch mit lauter Eselsohren und reichlich mitgenommenem Deckel heraus. Neugierig warf er einen Blick auf den Titel »Überleben« von Connor McCoy. Überrascht hob er das Buch vom Boden auf. Connor hatte es vor vielen Jahren geschrieben, um die Dämonen der Vergangenheit aufs Papier zu bannen. Ein Werk, das psychologische Erfahrungen mit Kindheitserinnerungen verbannt und seinen Lesern Möglichkeiten aufzeigte, ihre Ängste zu verstehen und damit umzugehen. Ein kleiner Verlag hatte es damals mit wenig Aufwand veröffentlicht und doch hatte es dank persönlicher Weiterempfehlungen den Weg in eine breitere Öffentlichkeit gefunden. Mark wendete das Buch. Von der Rückseite lächelte ihm Connor entgegen. Dieses melancholische Lächeln, das ihm so vertraut war. Plötzlich verspürte er eine tiefe Sehnsucht nach dem Freund, dem er so nah gewesen war, mit dem er alles geteilt hatte, bis zu seinem Abstieg in die Hölle. Warum hatte er sich nicht bei Connor gemeldet, als Lila wieder aufgetaucht war? Wieso hatte er nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet? Mein Lieblingsbuch, sagte Efi. Kennen Sie es? Es stammt aus der Feder meines besten Freundes, erklärte Mark und reicht es Efi. Ihres besten Freundes? Dann sind Sie der Mark, den er immer erwähnt? Ja, wir sind zusammen groß geworden, im selben Viertel von Chicago. Warum ist es dein Lieblingsbuch? wollte Mark wissen. Weil es mir geholfen hat. Es ist vielleicht dumm, so etwas zu sagen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er es für mich geschrieben hat. Das ist wohl das größte Kompliment, das man einem Autor machen kann. Allerdings habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob alles wahr ist, was er in seinem Buch behauptet. Es ist alles wahr, bestätigte Mark. Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Fragend hob Efi eine Augenbraue. Was meinen Sie damit? Es gibt einiges, das Connor nicht erzählen konnte. Warum? Mark blickte Efi fest an. Manchmal wusste er innerhalb einer Sekunde, ob er einem Menschen vertrauen durfte oder nicht. Und in diesem Augenblick sagte ihm seine innere Stimme, sie ist eine von uns. Warum hat er nicht alles erzählen können? fragte Efi noch einmal. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, antwortete Mark. November 1982 in einem Vorort von Chicago. Mark und Connor sind zehn Jahre alt. Greenwood, ein Viertel im Süden von Chicago, war ein Brennpunkt von sozialem Elend und Gewalt. Kilometerweit zog sich eine verwüstete Landschaft hin, beschädigte Bürgersteige, verlassene Hochhäuser, verkohlte Autowracks, vermüllte Freiflächen. Man hätte denken können, dies wäre ein bombardiertes Bagdad im Herzen der Vereinigten Staaten. Die Bevölkerung von Greenwood war fast ausschließlich schwarz und fast ausschließlich bitterarm. Schon lange hatten all diejenigen, die konnten diesen hoffnungslosen Flecken ohne Zukunft verlassen. Der kleine Mark Hathaway lebte bei seinem Vater, dem Hausmeister einer öffentlichen Schule des Ghettos. Die Mutter war gegangen, als der kleine drei Jahre alt war. Wenn Mark fragte, warum hat Mama uns verlassen, antwortete ihm der Vater völlig zutreffend, weil sie nicht glücklich war. Die Gewalt der Gangs war allgegenwärtig. Viele Kinder hatten Angst, morgens in die Schule zu kommen. Zu oft schon waren sie Zeugen von gewalttätigen, manchmal sogar tödlich endenden Auseinandersetzungen geworden und litten unter posttraumatischen Störungen. Ein Winterabend. Es war 19 Uhr. Die Schule lag verlassen da. In einem Klassenraum der obersten Etage ging das Licht an. Der zehnjährige Mark steuerte auf die kleine Bibliothek zu. Ein großes Wort für das Sperrholzregal, auf dem etwa ein Dutzend billiger Romane standen, die an der Rückwand des Raumes untergebracht war. Jeden Abend, wenn der Vater die Klassenzimmer aufgeräumt und von herumliegenden Bierdosen befreit hatte, suchte Mark diesen Ort auf, um in Ruhe seine Hausaufgaben zu erledigen. Sein Vater war Alkoholiker und wenn er auch nicht handgreiflich wurde, so hatte er doch die Angewohnheit, nach drei oder vier Dosen Budweiser lautstark alle Übel dieser Welt zu attackieren. Zuerst Reagan, dann den Kongress, die Stadtverwaltung, die Schwarzen, die Asiaten, die Latinos, seine Ex-Frau und schließlich überhaupt die ganze Gesellschaft, die verantwortlich für sein persönliches Elend und Unglück war. Mark stand vor dem Regal und fuhr mit dem Zeigefinger über die Buchrücken, bis er fand, was er suchte. Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. 200 Seiten des Romans hatte er bereits verschlungen. Das Buch gefiel ihm so gut, dass er sich fest vornahm, ab jetzt nicht mehr als ein Kapitel pro Abend zu lesen, um das Vergnügen noch ein wenig in die Länge zu ziehen. Erzählt wurde die großartige Geschichte von Atticus Finch, einem Anwalt, der seine beiden Kinder allein während der großen Depression der 1930er Jahre in einer Kleinstadt in Alabama großzieht. Das Leben der Finchs verläuft recht beschaulich, bis zu dem Tag, an dem Finch die Verteidigung eines Schwarzen übernimmt, der eine Weiße vergewaltigt haben soll. Trotz der Anfeindungen und Vorurteile seiner Mitbürger ist der Anwalt fest entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Gespannt auf den Fortgang der Handlung setzte sich Mark an ein Pult, packte ein Sandwich mit Erdnussbutter aus und vertiefte sich in die Lektüre. Dieses Buch war balsam für seine Seele. Es machte ihm Hoffnung, dass sich Intelligenz und Charakterstärke manchmal eben doch gegen Gewalt und Dummheit durchsetzten. Intelligenz. Er wusste, dass es ihm daran nicht mangelte, selbst wenn seine Noten nicht überragend waren. In seiner Klasse waren gute Schüler nicht gern gesehen, sie wurden regelmäßig in den Pausen verprügelt. Also fügte er sich, folgte der Herde, um nicht aufzufallen, versteckte seine Fähigkeiten und bildete sich heimlich selbst weiter. Plötzlich nahm er in der Stille des Klassenzimmers ein dumpfes Geräusch wahr. Es kehrte wieder, nochmal und nochmal. Besorgt hob Mark den Kopf. Das Abwassersystem? Eine Ratte? Es kam aus dem Spind, in dem der Lehrer das Material für den Kunstunterricht verstaute. Hin und her gerissen zwischen Angst und Neugier ging Mark auf den Schrank zu und ließ die Tür aufspringen. Dahinter kam ein gleichaltriger, völlig verschreckter Junge zum Vorschein, der sich, nachdem er sich misstrauisch vergewissert hatte, dass niemand anders im Raum war, blitzschnell aus seinem Gefängnis befreite und zum Ausgang stürzte. Die Hand auf der Klinke drehte er sich noch einmal zu Mark um und für einen Moment trafen sich die erstaunten Blicke der Kinder. Was hast denn du hier zu suchen? fragte Mark entgeistert. Er hatte nie mit diesem Jungen gesprochen, kannte ihn jedoch vom Sehen. Es war Connor, ein merkwürdig verschlossener und einsamer Schüler. Mit seinen verwuschelten Haaren, seiner mageren Statur und seiner dreckigen Kleidung, aus der er längst herausgewachsen war, erinnerte er an einen Huckleberry Finn des späten zwanzigsten Jahrhunderts. Ich habe geschlafen, antwortete Connor schnell und wollte sich aus dem Staub machen. Doch Mark hielt ihn auf. Hast du Hunger? Ja, ein bisschen, gestand Connor verlegen. Seit dem Morgen hatte er nichts mehr gegessen. Seine neue Pflegefamilie ließ es an Härte ihm gegenüber nicht fehlen. Demütigung und Entsagung sollten ihn das Leben lehren. Dabei kannte er das Leben zur Genüge. Seit seine Eltern ihn nach seiner Geburt sich selbst überlassen hatten, war er von Familie zur Familie gereicht worden, hatte vieles gesehen und alles durchgemacht. Inzwischen konnte ihm keine Kränkung mehr etwas anhaben. Er hatte sich in seine eigene Welt zurückgezogen, eine Welt, zu der nur er den Schlüssel besaß. Mark streckte ihm die Hälfte seines Sandwiches entgegen. Connor zögerte einen Augenblick. Er zeigte sich verwirrt. Uneigennützigen Freundlichkeiten war er noch nicht begegnet. Er suchte Marks Blick und entdeckte darin Warmherzigkeit, das Versprechen von Freundschaft. Dankbar nahm Connor das Sandwich schließlich an und setzte sich neben Mark auf den Boden. Und für kurze Zeit waren sie wieder Kinder, ganz normale Kinder. Abend für Abend trafen sich Connor und Mark von nun an in diesem Klassenzimmer. Jenseits des Chaos und der Angst, von denen sie tagtäglich umgeben waren, jenseits der Drogen, brennenden Autos und Gangs, die einander die Köpfe einschlugen, hatten die beiden Jungen sich einen Raum für Freundschaft und Vertrautheit geschaffen. Mark war der intuitive, geduldige und empathische von beiden. Doch er war auch ängstlicher und beeinflussbarer als der nachdenkliche Connor, der sich bereits mit seinen zarten zehn Jahren auf die Suche nach dem Sinn des Lebens begeben hatte. Doch in all ihrer Gegensätzlichkeit bildeten sie eine starke Einheit. Gemeinsam erledigten sie ihre Hausaufgaben, lasen Bücher, hörten Musik und lachten. Zu ihrer eigenen Überraschung entdeckten sie, dass für sie beide das Leben mehr bereit hielt als Unglück und Einsamkeit. Dass zwischenmenschliche Beziehungen sich nicht allein über das Gesetz des Stärkeren definierten. Dass man in seinem Gegenüber Halt und Stärke finden kann. Was auch immer passieren mochte. Februar 1984. Es ist sechs Uhr morgens. Der Himmel über Chicago wird allmählich blau. In das Auto. Die Stadt empfing Connor mit eisigen Temperaturen. Normalerweise hätte er die Hochbahn zur Schule genommen. Die Station befand sich direkt vor der Haustür. Doch man hatte sie geschlossen, in der Hoffnung auf diese Weise der Kriminalität Herr zu wirben. In Greenwood, dies war eine weitere Besonderheit des Viertels, verkehrten auch keine Busse mehr, es sei denn, sie wurden von Polizeistreifen eskortiert. Es blieb Connor also nur der Fußweg. Unterwegs sammelte er Bierdosen auf, die er später gegen ein Pfand von einigen Dimes einlösen konnte. Abends streumte er manchmal mit Gleichaltrigen bei der Tankstelle von Southside herum und bot den Kunden für ein paar Münzen an, ihnen den Tank zu füllen, das Auto zu waschen oder die Windschutzscheibe zu säubern. Mit der Zeit hatte Connor Begriffen, wie das Leben in Greenwood funktionierte, das System aus Gewalt, Ungerechtigkeit und geheimen Regeln. Doch es zu durchschauen hieß noch lange nicht, sich damit abfinden zu können. Als er die 61. Straße erreichte, schickte die Morgensonne ihre ersten wärmenden Strahlen über den Hyde Park. Ein seltsamer Ort. Man befand sich immer noch mitten im Ghetto. Doch gleich nebenan erhob sich die prächtige Universität von Chicago, an der junge Menschen aus wohlhabendem Hause für 30.000 Dollar pro Jahr ihr Studium absolvierten. Das Ghetto und die Universität. Nur wenige Schritte trennten diese dritte Welt und den Tempel des Wissens voneinander. Jedes Mal, wenn Connor die Straße am Hyde Park entlang lief, schaute er Richtung Westen zum Campus. Warum war das Leben jenseits der Demarkationslinie so anders als auf dieser Seite? Warum so aufregend für die einen und so schwierig für die anderen? Connor wusste es nicht. Doch er spürte, dass er die nötige Kraft und die Fähigkeiten besaß, auf die andere Seite zu wechseln. Eines Tages würde er gemeinsam mit Mark Greenwood hinter sich lassen. Wohin würde es ihn verschlagen? Was würde er dort tun? In seinem Kopf fand sich kein klarer Gedanke, nur der Ansatz einer Antwort auf diese Fragen. Er wollte Menschen helfen, Menschen wie ihn, wie Mark. August 1986. Mark und Connor sind 14 Jahre alt. Nachdem Mark und Connor in der brütenden Sommerhitze Basketball gespielt hatten, vertieften sie sich wieder in ihr Lieblingsthema. Wie kamen sie bloß aus diesem verfluchten Ghetto raus? Eine Frage, die zur Obsession geworden war. Denn in Southside gab es keine Zukunft, keine Perspektiven. Der einzige Ehrgeiz bestand darin, zu überleben oder zu gehen. Mark und Connor setzten ihre ganze Hoffnung auf ein Stipendium, das ihnen Zugang zu einem der Colleges in Downtown verschaffen würde. Ihre Noten waren gut, doch auch sie würden den miserablen Ruf ihrer Schule nicht wettmachen. Den beiden Jungs war klar, dass sie nur auf sich selbst bauen konnten und keinerlei Unterstützung von einer Institution erwarten durften. Was sie brauchten, war Geld. viel Geld. Und es gab nur einen Weg, sich welches zu verschaffen. Drogen. In ihrem Viertel gehörte Rauschgift zum Alltag, im Business, im sozialen Miteinander. Es war beinahe unmöglich, nicht damit konfrontiert zu werden. Jeder hatte wenigstens einen Verwandten, einen Freund oder einen Bekannten, der abhängig war oder dealte. Ein cleverer Drogendealer verdiente mehrere tausend Dollar pro Woche, das wussten Mark und Connor. Ein paar ihrer Klassenkameraden kamen schon gar nicht mehr zur Schule. Sie hatten sich einer Gang angeschlossen, um in den ertragreichen Handel einzusteigen. Es war also nur eine Frage der Zeit, dass sich diese Alternative auch Mark und Connor aufdrängte. Warum machen wir es nicht genauso? fragte Mark trotzig. Weißt du, was Kennedys Vater während der Prohibition getan hat? Fuhr er fort. Er hat Alkohol geschmuggelt. So ist er zur Reichtum gekommen. Nur deswegen ist sein Sohn Präsident geworden und dem wiederum verdanken wir unsere Bürgerrechte. Connor entgegnete, dass sie nicht ihre Werte verraten durften, um ihr Ziel studieren zu können, zu erreichen. 13. Oktober 1987 19. 36. Connor saß im Schneidersitz auf dem Boden, ein Buch auf den Knien, den Kopf in die Hände gestützt und versuchte das Chaos um ihn herum auszublenden. Aber nichts zu machen. Ausgeschlossen sich hier zu konzentrieren. Im Wohnzimmer war der Fernseher an, in voller Lautstärke lief ein Programm, das sich niemand ansah, aber auch keiner abschaltete. Aus allen Zimmern tönte Musik und das Geschrei von Kindern, die sich prügelten und beschimpften. Nirgendwo ein ruhiges Eckchen, wo man seine Hausaufgaben erledigen konnte. Der Klassenraum, in dem er sich immer nach dem Unterricht mit Mark zurückgezogen hatte, fiel als Zufluchtsort leider aus, seit ein überengagierter Nachtwächter sie dort erwischt hatte. Übellaunig schlug Connor die Wohnungstür hinter sich zu und stürmte die Stufen hinunter. Im Treppenhaus hielt sich niemand gern länger auf als nötig, auch Connor wusste, dass hier gedealt wurde, was das Zeug hielt. Entschlossen ging er in den Kellerraum, in dem die Müllcontainer standen, und sah sich ratlos um. Zähneknirschend ließ er sich zwischen zwei leeren Tonnen nieder und holte seufzend Stifte und Buch aus seiner Tasche hervor. Nicht gerade ein erhebendes Gefühl zwischen all dem Dreck und Unrat seiner Hausaufgaben zu machen. Doch Connor hatte sich geschworen, den Kopf nicht hängen zu lassen. Er musste die Zähne zusammenbeißen, wenn er es wirklich auf die Uni schaffen wollte. Irgendwann würde sich das Blatt wenden. Unbeirrt schlug er Howard Zins Geschichte des amerikanischen Volkes auf. Ein Lehrer hatte ihm das Buch ans Herz gelegt. Es war ein dicker Schmöker, der ungewöhnlich lebendig und auf sehr unkonventionelle Weise vor den Augen des Lesers ein Panorama der amerikanischen Geschichte entfaltete. Spät. Anders als in vielen Schulbüchern kamen hier nicht nur die ruhmreichen Sieger und Herrschenden zu Wort, sondern vor allem die Unterdrückten besiegten und beherrschten Indianer, Sklaven, Deserteure, Fabrikarbeiter. Connor war völlig versunken in die Lektüre, so dass er nicht bemerkte, wie sich Schritte näherten. Als er den Kopf hob, sah er sich von zwei Kerlen eingekeilt, die er flüchtig kannte. Die Anführer einer Gang, die das Viertel unsicher machte. Sie musterten ihn mit spöttischen Blicken. Na, du kleine Schwuchtel, wählst du dich ein bisschen im Müll? Connor sprang auf und wollte wegrennen, doch es war zu spät. Die Schläger packten ihn unsanft am Kragen und wuchteten ihn in einen der Container. Weißt du, was man mit so einem Dreck wie dir macht? Connor rappelte sich auf, faßte auf, faßte sich an die schmerzende Nase, sie blutete. Man fackelt ihn einfach ab, brüllte der andere. Connor hob den Kopf. Entsetzt sah er einen der beiden Kerle mit einem Benzinkanister herumfuchteln. Noch ehe Connor um Hilfe schreien konnte, spürte er, wie die Flüssigkeit ihm den Rücken hinunter ran. Brauchst du Feuer? höhnte der Erste und riss in lustvoller Grausamkeit ein Streichholz an. Connor erstarrte. Sie wollen mir nur Angst einjagen, versuchte er sich zu beruhigen, doch seine Peiniger waren nicht zu bremsen. Das Streichholz landete auf Connors Brust, sofort schlugen die Flammen hoch. Ich brenne, dachte Connor panisch, sie haben mich angezündet wie eine Fackel, sie fackeln mich einfach ab. Mit einem dumpfen Knall schloss sich der Müllcontainer über seinem Kopf. Er röchelte, schlug um sich, warf sich gegen die Wände des Metallkäfigs, der Container kippte zur Seite und spuckte den brennenden Jungen auf den kalten Betonboden aus. Connor wälzte sich hin und her, um die Glut zu ersticken, bis die unbändigen Schmerzen ihn überwältigten. Vor seinen Augen verschwamm alles. Die Welt löste sich in undeutlichen Konturen auf. Das Blatt hatte sich gewendet, doch nicht in die erhoffte Richtung. Der Bruchteil einer Sekunde hatte sein Leben in ein Vorher und ein Nachher eingeteilt. Er fiel ins Koma. Ein 15-jähriger Junge, der nur in Ruhe seine Hausaufgaben hatte machen wollen. 13. Oktober 1987, 21. 18. Mit heulenden Sirenen raste der Krankenwagen auf den Parkplatz des Presbyterian Hospital. Eilig transportierte man den bewusstlosen Connor auf einer Trage in die Notaufnahme. Stellenweise hafteten die Fetzen der verkohlten Kleidung dem Jungen so fest an der Haut, dass man sie nur mithilfe einer Lokalanästhesie entfernen könnte. Zur Sicherung der Atemwege hatten die Rettungsärzte ihn intubiert, außerdem hatte man ihm sofort eine Infusion angelegt. Nach dieser Primärversorgung schaffte man Connor schnellstmöglich auf die Station für Patienten mit schweren Verbrennungen, wo sich Dr. Lorena McCormick seine annahm. Die erste Diagnose, die sie stellte, war niederschmetternd. Über 50% der Haut geschädigt. Beide Arme, beide Beine, sowie die Vorderseite des Thorax nur mehr offene Brandwunden. Der Halsansatz und die rechte Hand ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Verbrennungen waren so schwer, dass akute Lebensgefahr bestand. Allein das Gesicht des Jungen war auf wundersame Weise verschont geblieben. Lorena McCormick und ihr Team entschieden sich für ein künstliches Koma, bevor sie ihn mit antiseptischen Bädern und antibakteriellen Salben behandelten. Immer wieder legten sie ihm Wasser getränkte sterile erneuerten, um die verbrannte Haut feucht zu halten und das Infektionsrisiko zu minimieren. Verwandelt in eine Mumie und umwickelt von Schläuchen und Tüchern dämmerte Connor in der Stille des nächtlichen Krankenhauses vor sich hin. An seinem Bett saß Lorena McCormick. Sie betrachtete den Jungen. Er hätte ihr Sohn sein können. Ihr Dienst war längst beendet, doch sie konnte sich nicht entschließen, das Zimmer zu verlassen. In was für einer barbarischen Welt wir doch leben, dachte sie deprimiert. Plötzlich schreckte sie aus ihren trüben Gedanken hoch. Ein Jugendlicher platzte in das Zimmer herein, dicht gefolgt von einem Wachmann. Ich will ihn sehen, er ist mein Freund, brüllte Mark verzweifelt. Der Sicherheitsmann, ein Koloss von einem Mann und mindestens dreimal so schwer wie der Eindringling packte ihn am Kragen. Lorena ging dazwischen. Lassen Sie doch bitte diesen Jungen los. Brummend zog sich der schwarze Riese zurück. Er ist mein Freund, wiederholte Mark leise und trat an Connors Bett heran. Wo sind seine Eltern? Erkundigte sich die Ärztin vorsichtig. Kennst du sie? Er hat keine Eltern. Dr. Lorena McCormick stellte sich als Connors behandelnde Ärztin vor und erklärte Mark wie es um den Zustand seines Freundes bestellt war. 15. Oktober 1987 Die kritische erste Phase war überstanden, als Lorena McCormick sich eilig daran machte, die Nekrosen zu entfernen. Dort, wo wenige Stunden zuvor noch offene Wunden gewesen waren, hatte sich inzwischen ein körniges neues Gewebe gebildet, das sogenannte Granulationsgewebe. Nach wie vor war es schwierig, eine zuverlässige Aussage darüber zu treffen, wie tief die Verletzungen sein mochten, die Connor erlitten hatte. Im Augenblick war sein klinischer Zustand stabil, doch das Risiko einer Infektion und einer unzureichenden Gewebsatmung blieb immer noch erheblich. Lorena entnahm eine Gewebeprobe, die sie Kollegen in einem Bostoner Labor zukommen lassen wollte. In Boston arbeitete man seit zwei Jahren an der Entwicklung einer Methode, mit deren Hilfe man auf der Basis kleinster Hautpartikel neue Zellen kultivieren konnte. 16. Oktober 1987 Connor öffnete langsam die Augen. Er schaute vorsichtig an sich hinunter. Sein Körper war von oben bis unten bandagiert. Und plötzlich meldete sich die Erinnerung zurück und mit ihr all die Bilder des Schreckens. 17. Oktober 1987 Mit Unterstützung einer Krankenschwester nahm Dr. McCormick Connor den Verband um den Brustkorb ab. Er selbst hatte sehen wollen, was sich darunter verbarg. Als er jetzt hinschaute, drehte sich ihm vor Entsetzen der Magen um. Verlassen hatte ihn jede Anwandlung den starken Mann zu spielen. Das war der Körper eines Monsters. Ein vor sich hin modernder Elephant man. Connor wollte schreien, weinen, weglaufen. Ich werde nie wieder ein normaler Mensch sein. Nie wieder. So was kann man nicht heilen. Es ist völlig normal, dass du Angst hast. Lorena blickte ihn fest an. Connor wusste nicht recht, was er von dieser Ärztin halten sollte. Aber Mark schien ihr zu vertrauen. Sie ist eine von uns, hatte der Freund ihm versichert. So schonend wie möglich erklärte die Ärztin Connor, dass man eine Haut Transplantation bei ihm vorgenommen hatte und dass in Zukunft noch weitere nötig sein würden. Wochen und Monate vergingen. Mark las Connor las Connor aus »Dumas der Graf von Montecristo vor«. Der Roman handelt von einem Mann, der zum Opfer der Justiz wurde und 15 Jahre seines Lebens unschuldig hinter Gittern verbrachte. Die Geschichte einer unerbittlichen Rache. Wegen einer schweren Infektion musste ein Fingerglied an Connors rechter Hand amputiert werden. Die Polizei war nach dem Überfall nur ein einziges Mal gekommen, um Connor anzuhören. Doch es war nichts unternommen worden. Da sein rechter Arm nicht einsatzfähig war, musste Connor lernen, mit der linken Hand zu schreiben. Um sich darin zu trainieren, brachte er Stunden damit zu, Skizzen und Porträts anzufertigen. Sie zeigten immer dasselbe Gesicht. Ein Gesicht, das ihn besänftigt. Es war das Gesicht einer Frau, das aus dem Nirgendwo aufgetaucht zu sein schien. Einer Frau, der nicht kannte. Noch nicht. Frühjahr, Sommer 1988. Eine Transplantation folgte auf die nächste und ganz allmählich erschuf sich Connors Haut neu. Ein Geflecht aus Narben, die mit einem elastischen Verband zusammengepresst wurden. Seit einiger Zeit bekam Connor wieder Schulunterricht. Er fand per Korrespondenz statt. Eine Einrichtung speziell für Jugendliche wie ihn die wegen eines langen Krankenhaus Aufenthaltes der Schule fernbleiben mussten. Neben den Besuchen seines treuen Freundes Mark war dieser Unterricht das einzige, was Connor aufzurichten vermochte. Dezember 1988. Als Lorena McCormick am Weihnachtsmorgen die Tür zu Connors Krankenzimmer öffnete, fand sie das Bett ihres Patienten zum ersten Mal seit 14 Monaten leer vor. Tags zuvor war der Junge in ein Reha-Zentrum in der Schublade des Nachttisches fand sie einen stoßloser Blätter, ein Dutzend Bleistift Zeichnungen, die immer dasselbe eindringliche Gesicht einer Frau zeigten. Lorena hatte diese Frau nie gesehen. Es fiel ihr schwer, den Blick von diesen Skizzen zu lösen. Sie beschloss, die Porträtsammlung in Connors Krankenakte zu heften. Eines Tages würde sie möglicherweise mehr darüber fahren. Juni 1989 Conner hatte seinen Highschool-Abschluss bestanden. Er verließ das Reha-Zentrum und wurde in ein Jugendheim aufgenommen. Sechs Monate lang absolvierte er tagtäglich ein intensives kranken gymnastisches Programm. Sein Hals und sein Brustkorb waren rot und blau verfärbt und mit der allmählichen Vernarbung seiner Wunden hatte sich seine Haut zusammengezogen, sodass seine Beweglichkeit erheblich eingeschränkt war. Die einfachsten Gesten musste er neu erlernen, essen, trinken, laufen, sich setzen, schreiben. Aber es gab auch andere Narben, unsichtbare Schmisse, die seiner Seele beigebracht worden waren. Er war überzeugt davon, dass es nur ein Mittel gab, um den Schmerz zu lindern, unerbittliche Rache zu üben. Oktober 1989 Es hatte nicht lange gedauert, bis er sie gefunden hatte. Seine beiden Schinder hatten ihr Lager in einem leer stehenden Haus aufgeschlagen, gleich hinter den Eisenbahngleisen. Mehrere Tage hintereinander war Connor ihnen gefolgt, hatte ihre Gewohnheiten ausspioniert und sich Informationen beschafft. In den vergangenen zwei Jahren mussten die Kerne reichlich Kohle geschäffelt haben. Sie waren nicht mehr bloß kleine Fische, die in den Außenbezirken dealen durften. Sie waren zu echten Bossen aufgestiegen, die den Heroinmarkt im Südviertel weitgehend unter Kontrolle hatten. Da sie nur selten allein unterwegs waren, musste Connor den geeigneten Moment für sein Vorhaben genau abpassen. Und der geeignete Moment schien an diesem Abend gekommen. Er hatte die beiden Männer beobachtet, wie sie in volltrunkenem Zustand eine Bar verließen. Auf dem Parkplatz roten Mustang fallen lassen. Connor hatte ihnen einen Vorsprung gegeben. Er wollte die Strecke zu Fuß bewältigen, den Schmerz noch einmal deutlich spüren. Als er endlich das alte Haus erreichte, war es bereits zwei Uhr morgens. Er trat leise in den dunklen Flur. Die Briefkästen und Klingelschilder waren abgerissen. Es war stockfinster. Langsam arbeitete sich Connor die Treppe hoch. Er hatte keine Angst mehr. Vor einer Wohnungstür, die zu vibrieren schien, weil die Musik so laut war, blieb er stehen. Mit einem Fußtritt, in dem die Kraft seiner ganzen aufgestauten Wut lag, zertrümmerte er die Tür. Eine Bewegung, die er während seines Reha-Programms hunderte Male wiederholt hatte. Die beiden Kerle lümmelten auf einem abgewetzten Sofa herum und starrten ihn völlig entgeistert an. Sie Die Wohnung war heruntergekommen, eine nackte Glühbirne spendete fahdes Licht. Auf einer Obstkiste, die als Couchtisch diente, lagen Spritzen, ein kleines Tütchen mit Pulver und ein aufgeklappter Geldkoffer, der bis oben hin mit Dollarscheinen gefüllt war. Zwischen den Scheinen blitzte bedrohlich der vernickelte Lauf eines Revolvers auf. Einer der beiden Dealer streckte die Hand nach der den Lauf auf die beiden Männer gerichtet. Scheiße, Mann, wer bist du eigentlich? Was hast ich hier zu suchen? lallte der eine. Connor erstarrte. Wer ich bin? Er hatte diese Szene hundertmal im Geiste vor sich gesehen, aber nicht eine Sekunde lang damit gerechnet, dass seine Peiniger ihn nicht wiedererkennen würden. Mit der unverseerten Hand griff er in seine Jackentasche und förderte zwei Paar Handschellen zutage, die er einem korrupten Bullen für fünfzig Dollar abgekauft hatte. Ja, macht euch damit an der Heizung fest, herrschte Connor die beiden an. Warte, vielleicht sollten wir uns unter ... ein Schuss. Entsetzt packte sich der Dealer an seinen blutenden Oberschenkel. Handschellen anlegen und festmachen, habe ich gesagt. Die Ganoven gehorchten und ketteten sich an die Heizung, die schon lange nicht mehr ihren Dienst erfüllte. Wer ich bin? Mit einem Satz war Connor bei der Stereoanlage, aus der noch immer ein ohrenbetäubender Rap dröhnte, und schaltete sie aus. Wer ich bin? Langsam entledigte er sich seiner Jacke und knöpfte sein Hemd auf. Mit nacktem Oberkörper pflanzte er sich vor seinen Angreifern auf und stellte seine Verbrennungen zur Schau. Wer ich bin? Die beiden Männer begriffen nichts. In ihren Augen spiegelten sich Angst und Erstaunen. Nichts weiter. Connor ging in den Flur und kam mit dem Benzinkanister, den er den ganzen Weg hierher geschleppt hatte, zurück. Wer ich bin? Sie hatten die Rollen getauscht. Das Opfer war der Henker und seine Henker die Opfer. Wer ich bin? fragte sich Connor, während er mit aller Sorgfalt den Kanister über seinen Peinigern von einst lehrte. Sie schrien, doch er hörte sie nicht. Andere Schreie übertönten sie. Na, du kleine Schwuchtel, wälzt du dich ein bisschen im Müll? Weißt du, was man mit so Dreck wie dir macht? Man fackelt ihn einfach ab. Wer ich bin? fragte er sich, während er ein Streichholz anriss. Als es aufflammte, kam ihm in den Sinn, was er einmal zu Mark gesagt hatte. Wenn wir unsere Werte verraten, verraten wir alles. In derselben Nacht, 5 Uhr morgens. Ein rostroter Mustang parkte vor dem Tor einer öffentlichen Schule in Greenwood. Connor stieg aus, sammelte eine Handvoll Kiesel vom Gehweg auf und warf die Steinchen nacheinander gegen einen Fensterladen der Hausmeisterwohnung. Marks verschlafenes Gesicht erschien am Fenster. Was machst du denn hier, Connor? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Zieh dich an, Mark, und komm! Ach ja, und steck deinen Ausweis ein! Fünf Minuten später öffnete der verwirrte Mark die Beifahrertür des Mustangs. Connor ließ den Motor an und brauste in Richtung Bahnhof los. Nach einer Weile drehte er sich zu Mark und bat ihn, in den Metallkoffer zu gucken. Im Koffer war das Geld, mit dem Mark sein Studium in New York finanzieren konnte. Connor wollte ihn nicht begleiten, weil er damit rechnete, dass die Polizei ihm bald auf die Spur kommen würde. Auf dem Bahnsteig wurde Connor nach den ganzen Ereignissen der letzten Nacht schwindelig. Er brach erschöpft zusammen. Mark reagierte blitzschnell. Sofort packte er den Freund und zog ihn in den Waggon. Sie verließen den Bahnhof, die ersten Sonnenstrahlen brachen durch die Wolken und tauchten den Himmel in rot-orange farbenes Licht. Mark schaute aus dem Fenster. Sein Leben lang würde er sich an die Farbe des Himmels an diesem Morgen erinnern. Der Morgen, an dem sie alles hinter sich ließen. 25. März 2007, 15 Uhr, im Flugzeug. Mark staunte über sich selbst, dass er sich dieser Weise anvertraut hatte. Und ebenso überrascht stellte er fest, dass er eine gewisse Erleichterung spürte. Abgesehen davon, dass ihn der Abstecher in seine Kindheit und Jugend einen Moment lang Nicoles Verrat hatte vergessen lassen. Im Abstand von 15 Jahren waren zwei Bomben explodiert. Die eine hatte das Leben von Connor verwüstet und einen Kriminellen aus ihm gemacht. Die andere Lylas Entführung hatte ihn Mark getroffen und in einer Spirale der Selbstzerstörung an die Pforte des Todes geführt. Und nur ein harter Kampf, gepaart mit ein bisschen Glück, hatte sie beide diese Wechselfälle des Lebens überstehen lassen. Efi hatte Mark aufmerksam zugehört. Connors Schicksal kam ihr wie ein Echo ihrer eigenen Erfahrungen vor. Als Jugendlicher musste er sich dieselben Fragen gestellt haben, die sie heute umtrieben. Wie kann man mit dem Schmerz weiterleben? Ist Rache die richtige Antwort auf eine Verletzung? Efi Rückblende New York am Weihnachtsabend 2006 2.30 morgens Ziellos irrte Efi durch Greenwich Village, während die eisige Kälte ihr Schaf ins Gesicht schnitt. Ihre Gelenke schmerzten und ihr Magen knurrte. Seit dem Morgen hatte sie nichts mehr gegessen. Seit drei Wochen stromerte sie nun schon durch New York. Wie Neuschnee in der Sonne waren ihre mageren Ersparnisse dahingeschmolzen. Keinen Dollar hatte sie mehr in der Tasche. Am Anfang hatte sie Unterschlupf in einem heruntergekommenen Hotel in Harlem gefunden, dann in einem Heim in der Amsterdam Avenue. Wo sie diese Nacht schlafen würde, wusste sie nicht. Doch sie war wild entschlossen, noch diese zehn Tage durchzuhalten, so lange, bis sie Craig Davis umgelegt hatte. Sie hatte sich in dem Krankenhaus, wo er arbeitete, nach dem Mörder ihrer Mutter erkundigt. Dort war die Auskunft gewesen, dass er die Januarwoche zurück. Evi würde die Zähne zusammenbeißen und warten. Ein silberfarbener, nagelneuer Aston Martin raste in einem Höllentempo auf die rote Ampel zu und riss sie aus ihren trübsinnigen Gedanken. Der Fahrer machte eine Vollbremsung und kam direkt neben ihr zum Stehen. Sofort fiel Evi die Ledertasche auf dem Beifahrersitz ins Auge. Vielleicht war die Tür ja nicht abgeschlossen. Sie brauchte nur die Tür aufzureißen. Kurz entschlossen riss Evi die Beifahrertür auf, griff nach der Tasche und lief davon. Nach fünfzig Metern wagte sie es sich umzudrehen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Der Typ lief ihr hinterher. Er war noch jung und er war schnell. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Evi noch nicht, dass der Mann sie auf einen Hamburger einladen und ihr seine Hilfe anbieten würde. Drei Uhr fünfundvierzig. Vor einer halben Stunde hatte sie den Mann einfach stehen lassen. Inzwischen tat es ihr leid. Sie klapperte vor Kälte mit den Zähnen und schaute sich um. In manchen Gebäuden passte ein Nachtwächter auf, dass sich niemand in den Haus flur schlich. Andere ohne Bewachung waren durch einen Zugangscode an der Eingangstür gesichert. Doch Evi hatte Glück. Ein paar Häuser weiter, in der Fenweed Street 37, verließen offenbar gerade ein paar Gäste ihre Freunde. Sie schlüpfte in das Gebäude, rief den Aufzug und erst als die Luft reinschien, suchte sie sich einen Winkel, wo sie ungestört schlafen konnte. Gleich neben der Kellertür kauerte sie sich in eine Ecke und schloss die Augen. Ihre Gedanken kreisten um den Fremden, der auf so merkwürdige Weise ihren Weg gekreuzt hatte. Seltsam, wie vertraut er ihr vorgekommen war. Seinen Namen hatte er nicht genannt, aber die Visitenkarte. Plötzlich wieder hellwach kramte Evi in ihrer Hosentasche. Trotz der schwachen Notbeleuchtung entzifferte sie den Namen auf der Karte einwandfrei. Connor McCoy. Hastig stand sie auf, schaltete das Licht ein und holte das Buch aus ihrem Rucksack hervor, das sie, seit sie es im Oasis gefunden hatte, wie ein Talisman begleitete, der sie vor allem Unglück bewahrte. Überleben von Connor McCoy. Sie betrachtete das Foto auf der Rückseite des Buches. Er war es. Wieso war sie nicht gleich darauf gekommen? Sie hatte die einzige Person auf der Welt ziehen lassen, die sie gerne kennengelernt hätte. Schnell raffte sie ihre sieben Sachen zusammen, sie wollte Haus gerade verlassen wollte, fuhr ein Streifen Wagen mit Blaulicht und heulender Sirene vor. 25. März 2007, 16. 20. Im Flugzeug. Laila war wieder aufgewacht und erinnerte ihren Vater daran, dass er ihr ein Eis kaufen wollte. Mark nahm seine Tochter an die Hand und forderte Evi auf, ihnen zu folgen. Fröhlich marschierte der kleine Trupp in Richtung Oberdeck. Im Floridita, das jetzt eher einem netten Kaffee mit familiärem Ambiente glich als einer coolen Lounge Bar, erwischten sie den letzten freien Tisch. Um dem Ansturm Herr zu werden, hatte sich Isaac zwei Kollegen hinzugeholt. Zu dritt zauberten sie nun in beeindruckendem Tempo bunte Cocktails und gigantische Desserts herbei. Feierlich griff Laila nach der Karte und studierte mit großen Augen die Auswahl an Süßspeisen. Mark lächelte. Er hielt kurz Ausschau nach Alison Harrison, doch die reiche Arbin schien die Bar wieder verlassen zu haben. Mark bestellte schließlich eine Frozen Hot Chocolate, die sie sich zu dritt teilen wollten. Wenig später trat Isaac höchst persönlich an ihren Tisch und stellte eine Glasschale so groß wie ein Aquarium vor ihnen ab. In einer Kakao Soße badeten ein Dutzend Schokoladeneiskugeln unter einer dicken Haube aus Schlagsahne. Riss langsam, sagte Mark als er bemerkte, wie gierig sich Laila über den Nachtisch hermachte. Niemand nimmt ihr etwas weg. Die Kleine schien sich wie im Schlaraffenland zu fühlen. Mit der Nasenspitze in der Sahne sog sie genussvoll an einem Strohhalm und strahlte. Mark blickte augenzwinkernd zu Eve hinüber. Es war das erste Mal, dass sie ein Lächeln über ihr Gesicht tuschen sah. Was die junge Frau ihm aus ihrem Leben erzählt hatte, ließ sie nicht los. Er bedauerte, dass sie ihm das Ende ihrer Geschichte verschwiegen hatte, doch er wollte sie auch nicht danach fragen. Eine innere Stimme flüsterte ihm zu, dass er ohnehin noch vor der Landung in New York mehr darüber erfahren würde. Gerührt beobachtete Eve wie Vater und Tochter fröhlich an dem Eis naschten. Sie hatte nie einen Vater gehabt und es bewegte sie zutiefst, dass die innige Beziehung, die Lila und Mark, diesen starken auferstand. Ihr kam Connor in den Sinn. Nach allem, was Mark über ihn berichtet hatte, fühlte sie sich ihm noch verbundener als zuvor. Connor hatte nicht gekniffen. Er hatte den Mut aufgebracht und war zur Tat geschritten. Auge um Auge, Zahn um Zahn hatte er seine Schmach gerecht und war schließlich zu einem der angesehensten Ärzte des Landes aufgestiegen. Was für ein glorreicher Sieg über das Schicksal. Aber hatte die Rache seinen Schmerz wirklich gelindert? Sie schlug die Augen wieder auf und stellte Mark genau diese Frage. Mark und Connor Rückblende 1989 bis 1995 The Freshman Years An einem regnerischen Oktobertag kamen Mark und Connor in Manhattan an. Sie waren ganze 17 Jahre alt. Doch das, was sich ihnen nun darbot, hatte rein gar nichts mit dem zu tun, was ihnen in unzähligen Filmen versprochen worden war. Als sie aus dem Zug ausstiegen, empfing sie ein grauer Himmel, der die Stadt kalt und traurig erscheinen ließ. Kalt und traurig. Als wollte jemand ihren Herzen einen Spiegel vorhalten. Sie waren zwei Jungen auf der Flucht, die nicht wussten, wie das Morgen aussehen würde. Vielleicht war ihnen die Polizei auf den Fersen, vielleicht endete ihr Aufbruch in ein neues Leben früher als gedacht in einer schäbigen Gefängniszelle. Bis dahin blieb ihnen nur eins. Sie mussten versuchen zu überleben. Es gelang Mark, eine kleine Wohnung in der Nähe des Universitätscampus auswendig zu machen und die administrativen Hürden für ihre Einschreibung als Studenten der Psychologie zu nehmen. Glücklicherweise plagten sie keine akuten finanziellen Nöte. Das Geld, mit dem Verkauf von Drogen verdient, das Conor den beiden Dealern entwendet hatte, erwies sich als Segen, der ihnen eine Zeit lang ein Dach über dem Kopf und den Studienplatz sicherte. Als die beiden Freunde endlich in der Hand hielten, was sie so sehr herbeigesehnt hatten, nämlich Studentenausweise, die auf ihren Namen lauteten, gab es für sie nur noch ein Ziel, den Doktor in Psychologie zu schaffen, um eines Tages eine eigene Praxis eröffnen zu können. Conor machten mehr denn je schwerste Schlafstörungen zu schaffen. Er hatte geglaubt, die beiden Dealer für immer los zu sein, stattdessen suchten sie ihn jede Nacht in seinen Albträumen heim. Er hatte geglaubt, seinem Leid ein Ende bereitet zu haben, stattdessen quälte ihn eine nur noch größere Er lebte in der Haut eines Mörders. Lorena McCormick empfahl ihm am Telefon, sich an einen ihr bekannten Kollegen in New York zu wenden, der ihn auf dem Weg seiner weiteren Genesung begleiten könnte. Und allmählich fasste Conor wieder Fuß. Mit Marks und Lorenas Hilfe gewann er schrittweise sein Selbstvertrauen zurück, doch immer noch fürchtete er den Kontakt mit fremden Menschen. Er hatte Angst vor vergingen. Noch immer litt Conor unter Schlaflosigkeit, doch er war entschlossen, sie als einen Vorteil zu nutzen. Um den Dealern zu entkommen, die ihm Schlafjagd auf ihn machten, arbeitete er sich Nacht um Nacht durch sämtliche psychologischen Standardwerke und die neuesten Erkenntnisse der Seelenerforschung. Mit seinem Eifer und seiner Leidenschaft für das Studium beeindruckte er die Professoren. Einer von ihnen, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Psychiatrie bot ihm die Stelle als sein Assistent an und gab ihm die Möglichkeit ihn überall hin zu begleiten. Auf diese Weise eröffneten sich ihm neue Welten. Er hospitierte in Gefängnissen, Krankenhäusern und Schulen für körperlich und geistlich behinderte Kinder. Und wo er auch auftauchte, beeindruckte er. Die eigenen schmerzhaften Erfahrungen hatten ihn besonders sensibel für das Leid anderer Menschen gemacht. Sehr schnell wurde Connor klar, dass sich das Geheimnis der menschlichen Seele im Gehirn verbarg und dass er nur erfolgreich sein würde, wenn er seine Ausbildung mit einem Studium der Neurologie ergänzte. Bei allem, was Connor anpackte, trieb ihn immer nur ein einziger Wunsch. Er wollte verstehen, was im Hirn eines Menschen vor sich ging, wollte seine Tiefen ausloten und in das Herz von Traum und Unterbewusstsein vordringen. 1996 bis 2001 The Golden Years 15. Mai 1996 An einem Frühlingsmorgen betrat Mark die Apotheke am Washington Square. Er war 24 und das Leben lachte ihm entgegen. Er hatte gerade seine Diplomprüfung bestanden und eine Stelle als Psychologe in einem Erziehungsheim angetreten. Die harten Jahre in Chicago waren Geschichte. Er liebte Manhattan, seine Arbeit, sein Leben. Leben. Mark achtete nicht weiter auf die Frau, die vor ihm mit ihrem Violinkoffer in der Schlange wartete. Eine mürrische Mitarbeiterin reichte einer müden Mutter mit Baby Anfangsmilch und Windeln über den Verkaufsdresen. 14,95 bitte, verlangte die Verkäuferin. Die Mutter krampfte die Hand um ihren Zehn-Dollar-Schein zusammen. Ganz offensichtlich hatte sie nicht mit einer so hohen Summe gerechnet. Hilflos kramte sie in ihrem Portemonnaie in der Hoffnung, dass sich dort wundersamerweise noch fünf Dollar finden ließen. Jeder der Wartenden wusste, dass sie das Geld nicht zusammen bekommen würde. Einige Kunden regten sich schon auf, andere bemitleideten die junge Mutter vielleicht insgeheim. gerade verloren, sagte sie, beugte sich hinunter, richtete sich wieder auf und hielt der Verzweifelten einen Zwanzig-Dollar-Schein hin. Fassungslos sah die Mutter die Violinspielerin an und brauchte ein paar Sekunden, bevor sie begriff, dass dieser Schein ihr gehören sollte. Hey, Miss! Atemlos lief Mark der Kundin mit dem Violinkoffer hinterher. Er war dem Blick der Unbekannten nur kurz begegnet, doch hatte dieser Blick sich in sein Herzgeburt. Er durfte diese Frau nicht gehen lassen, ohne ihren Namen in Erfahrung zu bringen. Bitte, warten Sie, keuchte Mark. Er? Die junge Frau drehte sich um und sah ihn fragend an. Er stellte sich ihr vor, doch sie wollte ihm nicht ihren Namen verraten oder wo sie wohnte. Die junge Frau stieg in ein Taxi und schien heilfroh den Kerl endlich losgeworden zu sein. Mark hatte sich unglaublich ungeschickt angestellt. Als sich das Taxi entfernt hatte, fiel sein Blick auf ein Plakat. Auf dem Plakat war ein Gesicht abgebildet. Unter dem Gesicht fand sich die Ankündigung eines Konzertes. Nicole Copeland in der Carnegie Hall. Violinkonzerte Prokofjev Stravinsky. Am Abend gegen 23 Uhr saßen Nicole und Mark in der Bar des Manfield Hotels. Nicole hatte seine Einladung angenommen, weil sie keine Lust hatte, mit ihren Kollegen essen zu gehen. Sie erzählten von sich und unterhielten sich über die Liebe. Nicole schien irgendetwas zu bedrücken. Gegen halb zwölf erfuhr Mark, dass sie in der Apotheke einen Schwangerschaftstest gekauft hatte. Er war positiv ausgefallen. 10. September 2001 Der Familienvater Mark und Nicole feierten ihren fünften Hochzeitstag. Sie hatten ihre engsten Freunde zu einer kleinen Grillparty in ihrem Garten eingeladen. Ein wunderschöner lauer Spätsommerabend, untermalt mit den Klängen der Musik von Marvin Gaye, Leonard Cohen und Johnny Cash. Mark stand mit einer Würstchenzange vor dem Rost und weihte Lila in die Kunst und die Gefahren des Grillens ein. Dabei entdeckte er Connor. Seit zwei Jahren führten sie nun schon sehr erfolgreich eine gemeinsame Praxis. Connor war ein exzellenter Praktiker und Forscher, immer auf der Suche nach neuen Behandlungsmethoden. Seine Hypnose-Therapie für Raucher, die ihrem Laster ein Ende bereiten wollten, hatte in Manhattan für Furore gesorgt und sicherte der Praxis einen großen Patientenstamm. Im Zuge dieses Erfolges hatte Connor die Therapieform auf andere Bereiche ausgedehnt. Alkoholsucht, Depressionen, chronische Angstzustände und Phobien. Als sein Kontrapart beschäftigte sich Mark vor allen Dingen mit der Öffentlichkeitsarbeit. Und ebenso wie Connor auf seinem Gebiet brillierte, hatte Mark es sehr schnell verstanden, die Medien mit seiner Eloquenz und seinem Charme für sich zu begeistern. Weißt du noch, wie wir als Kinder unsere Cola mit Wasser gemischt haben, um länger davon zu haben? Klar weiß ich das noch, sagte Mark. Das war echt eklig. Wird dir nicht manchmal auch ganz schwindelig, wenn du dir überlegst, welchen Weg wir zurückgelegt haben? Mensch, Connor, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich weiß nicht, sagte Connor leise, wie du weißt nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, Chicago nie hinter mir gelassen zu haben. Hast du immer noch diese Albträume? Es geht um die Schicht darunter, um das, was hinter diesen Albträumen steht. Ich glaube, ich werde niemals meinen Frieden damit schließen können, dass ich diese beiden Kerle getötet habe. Connor, diese beiden Kerle waren Verbrecher der allerübelsten Sorte. Das mag so sein, aber ich bin einer von ihnen geworden. Und das Schlimmste ist, dass ich mir mit ihrem dreckigen Geld bequem meine Karriere gezimmert habe. Wir hätten es auch anders schaffen können, davon bin ich überzeugt. Nein, entgegnete Mark scharf. Du weißt sehr genau, dass wir ohne dieses Geld noch genau da wären, wo wir herkommen, in der Gosse. Unser glücklicher Werdegang hatte seinen Preis und ich weiß, dass du ihn sehr teuer bezahlen musstest. Wie oft habe ich mir gewünscht, dir etwas von der Last abnehmen zu können, aber... Connor, all das gehört der Vergangenheit an. Schau nach vorne! Für mich ist es, als als ob es erst gestern geschehen wäre. Wir haben härteste Zeiten überstanden. Uns kann nichts mehr etwas anhaben. In diesem Moment unterbrach Lila das Gespräch der beiden Freunde. Sie warf sich in die Arme ihres Vaters. Papa, guck mal, ich hab dir ein Stück Kuchen mitgebracht. Kannst du noch mal Flugzeug mit mir spielen? Mark drückte die kleine fest an sich, ohne Connor aus den Augen zu lassen. Uns kann nichts mehr passieren, wiederholte er, wie um sich selbst davon zu überzeugen. Zu überzeugen. Betäusch dich, Mark. Uns kann alles passieren. 2001 bis 2006. The Darkness Years. 26. März 2002. Flash Info. CNN. US. Nach drei Tagen unermüdlicher Suchaktionen gibt es immer noch keine Hinweise auf den Verbleib der fünfjährigen Lila Hathaway, die am vergangenen Mittwoch in einer Shopping-Mall von Orange County plötzlich spurlos verschwand. Lila ist die Tochter der Violonistin Nicole Hathaway und des New Yorker Psychologen Mark Hathaway. Entgegen dem ausdrücklichen Rat des FBI hat Hathaway an seinem Wunsch festgehalten, vor unseren Kameras das Wort an die möglichen Entführer seiner Tochter zu richten. Mark erschien auf dem Bildschirm, leichenblass und mit dunklen Augenringen. Ich möchte diejenigen, die meine Tochter an ihrer Gewalt haben, bitten, ihr nicht wehzutun. Fordern Sie ein Lösegeld von mir, ich werde es bezahlen. Fordern Sie, was auch immer Sie wollen, ich werde mich fügen. Aber tun Sie bitte meiner Tochter nichts zu leide. Ich flehe Sie an. 10. Januar 2005 Ich gehe, Connor. Mark stand auf der Schwelle zum Behandlungszimmer seines Freundes. Vor einigen Monaten hatten sie mit ihrer Praxis größere Räume in dem brandneuen Time Warner Center bezogen. Der Umzug war lange im Voraus geplant gewesen. Doch Mark hatte sich aus allem herausgezogen. In den drei Jahren seit Lylas Verschwinden hatte er sich nicht mehr in der Praxis blicken lassen. Sein Leben beinhaltete nur mehr eins. Die verzweifelte Suche nach seiner Tochter. Und wohin, wenn man fragen darf? Ich weiß es nicht. Jedenfalls könntest du mich von dem Praxisschild runternehmen. Und wenn du meinen Anteil haben willst, besprich mit Nicole, wie ihr das handhaben wollt. Ich bin sicher, sie wird dir keine Steine in den Weg legen. Mark, du musst wieder zu dir kommen. Connor packte seinen Freund an den Schultern und umarmte ihn dann. Was du durchmachst, ist schrecklich, aber du bist nicht allein. Du hast eine Frau, die dich liebt. Und ich bin auch für dich da, wann immer du mich brauchst. Ich weiß, sagte Mark und befreite sich aus Connors Umarmung. Aber ich kann mich nicht mehr verstellen, ich schaffe es einfach nicht. Es übersteigt meine Kräfte. Wir beide, du und ich, wir haben doch bisher alles zusammen gemeistert. Erinnere dich. Auf Leben und Tod. Lass mich dir helfen, so wie du mir damals geholfen hast. Doch Mark war taub gegen alle Bemühungen des Freundes, seinen Entschluss ins Wanken zu bringen. Man überlebt solche Katastrophen, Mark, sagte Connor leise. Man vergisst sie nicht, niemals. Der Schmerz nistet sich auf immer in einem Winkel unseres Herzens ein. Aber man überlebt. All die Jahre tue ich nichts anderes als zu überleben. Ich werde dir dabei helfen können. Mark sah durch den Freund hindurch. Verzweifelt unternahm Connor einen letzten Versuch. Mach keinen Unsinn, Mark. Wenn du dich zu tief fallen lässt, gibt es kein Zurück mehr, warnte er. Resigniert zuckte Mark mit den Schultern und wandte sich zum Gehen. Wenn ich nicht mit ihr zurückkomme, dann gibt es kein Zurück für mich. 25. März 2007, 17.10 Uhr, im Flugzeug. Ich kann nicht mehr, stöhnte Lila und legte ihren Löffel zur Seite. Ihr war anzusehen, wie sehr sie sich ärgerte, die köstliche Eiscreme nicht aufessen zu können. Mark wuschelte ihr liebevoll durchs Haar. Dann lehnte er sich zurück und schaute aus einem Fenster. Unter ihm zog sich ein Wolkenteppich bis ins Unendliche. Was er Evi anvertraut hatte, ließ ihn in vergangene Zeiten abtauchen und weckte viele vergrabene Erinnerungen in ihm, von denen er jedoch nur einen nicht vergessen wollte. Du darfst nicht denselben Fehler begehen wie Connor, sagte er plötzlich und wandte sich zu Evi um. Du darfst dein Leben nicht verpfuschen, um deinen Wunsch nach Rache zu befriedigen. Ich glaube nicht, dass sie damit reden können. Oh doch, das kann ich, fiel Mark ihr ins Wort. Ich kann mir vorstellen, was du durchmachst. Was du erlebt hast, ist schrecklich. Und ich verstehe, dass du darunter leidest wie ein Tier. Meine Mutter ist das Opfer eines Kriminellen geworden. Dass du voller Wut bist und Hass, ergänzte Evi mit finsterem Blick. Mark legte ihr eine Hand auf die Schulter. Wut kann durchaus ein Trumpf sein, wenn man sie in positive Energie umwandelt. Immer dieses Psychologengeschwitz, sagte Evi verächtlich. Seit ich denken kann, haben meine Mutter und ich uns von Typen wie ihm demütigen lassen müssen. Ich werde es nicht mehr zulassen, dass man auf mir herumtrampelt. Das solltest du auch nicht, sagte Mark. Aber es gibt bessere Wege, dieses Ziel zu erreichen, als Rache zu üben. Skeptisch hob Evi ihren Blick. Die da wären? Mark zögerte. Er war sich im Klaren darüber, dass er sich mit dem, was er nun sagen würde, Evis geballte Feindseligkeit zuziehen würde. Vergebung. Nein, rief Evi empört, ich will nicht vergeben, ich will nicht vergessen. Jemandem zu vergeben bedeutet noch lange nicht, dass man vergisst, erwiderte Mark ruhig. Damit entschuldigt man nichts und man spricht niemanden frei. Aber im Gegensatz zur Rache, die den Hass nur weiter schürt, befreit uns die Vergebung davon. Evi sah ihn zweifelnd an. Wenn man ihre Tochter getötet hätte, könnten sie dann vergeben? Geben? Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, gab Mark zu, ohne der Frage auszuweichen. Aber ich würde es versuchen. Er schaute zu Leila hinüber. Sie spielte mit den bunten Regenschirmchen, die als Dekoration für das Eis gedient hatten. Ich glaube, dass es zu den schwierigsten Dingen im Leben gehört, jemandem zu vergeben. Auf jeden Fall zu denen, die einem am meisten Kraft abverlangen. Aber du solltest es. Um deinetwillen versuchen, Evi. Um dich von der quälenden Vergangenheit zu befreien und dir selbst die Möglichkeit zu geben, endlich ein normales Leben zu führen. Evi musste schlucken. Für mich ist der Zug abgefahren, sagte sie düster. Ich habe nichts. Keine Familie, kein Geld, keine Perspektiven. Mein Gott, Evi, rief Mark. Du hast das Leben doch noch vor dir. Jetzt flüchte dich nicht in einen solchen Defetismus, nur um nicht nach vorne denken zu müssen. Dieser Mann ist ein Mörder, brachte sie mit erstickter Stimme vor. Weißt du, begann Mark und suchte ihren Blick. Ich glaube, dass hinter diesem Craig Davis eine andere Person steht, die du bestrafen möchtest. Er hielt inne. Die eigentliche Person, die du töten möchtest, bist du selbst. Nein, nein, entrüstete sich das junge Mädchen. Sie war den Tränen nah. Doch Mark ließ ihr keine Zeit, sich von diesem ersten Schock zu erholen, sondern setzte nach. Natürlich ist das so, und das weißt du genau. Du verzeihst dir nicht, dass du das Wort deiner Mutter in Zweifel gezogen hast. In gewisser Weise fühlst du dich verantwortlich für das, was ihr widerfahren ist, und das erträgst du nicht. Das ist nicht wahr, schluchzte Efi. Doch ihre Tränen verrieten, dass Mark ins Schwarze getroffen hatte. Glaub doch nicht, dass du unter anderen Umständen irgendetwas hättest verhindern können, sagte Mark. Es ist nicht deine Schuld, Efi. Du kannst nichts dafür. Doch diese Worte vermochten sie nicht zu trösten. Sie weinte nun hemmungslos. Sie hat mich so oft angelogen, aber dieses eine Mal hat sie die Wahrheit gesagt. Alles wird gut, Efi. Alles wird gut. Den Kopf an seiner Schulter vergraben, ließ Efi ihrem Kummer freien Lauf. Sie war nicht darauf vorbereitet gewesen, dass Mark an etwas rühren würde, das sie doch so sorgsam vor allen verborgen hielt. Eine Weile sagte niemand ein Wort, bis Lila in die Stille hinein fragte, Papa, warum weint Efi denn? Weil sie traurig ist. Ist es wegen ihrer Mama? Mark schnickte seiner Tochter stumm zu, und nun streckte auch Lila ihre Arme nach Efi aus. Sei nicht traurig, sagte die Kleine und strich der Älteren tröstend über das Haar. Als sie sich wieder ein wenig beruhigt hatte, hob Efi den Blick zu Mark. Er reichte ihr ein Papiertaschentuch. Papa, ich muss mal aufs Klo, rief Lila mit Babystimme. Ich komme mit dir, bot Efi an. Die beiden Mädchen verabredeten mit Mark, dass sie sich bei den Sitzplätzen im Unterdeck wieder treffen würden. Er sah ihnen nach, während er am Tresen darauf wartete, zu bezahlen. Wie zwei Schwestern hielten sich Efi und Lila an den Händen, als sie sich in Richtung Toiletten entfernten. Die eine schien über das Wohl der anderen zu wachen. Gerade als Mark das Floridita verlassen wollte, nachdem er Eiserag an Trinkgeld in die Hand gedrückt hatte, dass der Riesenportion Frozen & Chocolate würdig war, sah er sie wieder. Sie saß allein an einem Tisch, vor sich ein Glas Dom Perignon. Mit einer Handbewegung lud Alison Mark ein, sich zu ihr zu setzen. Nach ihrem intensiven Gespräch ein paar Stunden zuvor hatte sie gehofft, dass er wiederkäme. Dieser Mann, dessen Gesicht sie irgendwoher kannte, übte eine unerklärliche Anziehung auf sie aus, die nicht in die Kategorie Verführung oder Charme fiel. Warum habe ich das Gefühl, sie zu kennen, fragte sie. Funktioniert dieser Spruch immer noch? gab Mark scherzhaft zurück. Nein, das war tatsächlich eine ernst gemeinte Frage. Ich hatte mal ein paar medienwirksame Auftritte, vielleicht kennen Sie mich daher, überlegte Mark. Allerdings liegt das schon einige Jahre zurück. Auf welchem Gebiet? Psychologie. Eine Zeit lang war ich häufig auf CNN und MSNBC zu sehen. Ich war sozusagen der Psychologe vom Dienst, derjenige, der den Zuschauern nach einem tragischen Ereignis Mut zugeredet hat. Zum Beispiel nach dem Columbine-Amoklauf, den Terroranschlägen vom 11. September oder den Antragsattacken. Und jetzt arbeiten Sie nicht mehr? Nein, das ist vorbei. Ein tragisches Ereignis, wie könnte das anders sein? Nur, dass ich ausnahmsweise selbst betroffen war. In solchen Momenten wird einem bewusst, dass all die klugen Ratschläge, die man anderen immer gibt, nichts gegen den eigenen Schlamassel ausrichten können. Allison hätte zu gern mehr darüber erfahren, doch Mark hüllte sich in Schweigen. Sie orderte ein weiteres Glas Champagner, das sie beinahe in einem Zug lehrte. Als sie den Kellner für eine neuerliche Bestellung herbeiwinken wollte, legte Mark seine Hand auf ihren Arm, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Denken Sie nur an den Freudentanz, den Ihre Paparazzi-Freunde aufführen werden, wenn man sie in New York aus dieser Maschine heraustragen muss, weil sie nicht mehr stehen können. Diese Genugtuung würde ich Ihnen an Ihrer Stelle nicht gönnen. Sie zuckte gleichgültig mit den Achseln. Ein Skandal mehr oder weniger? Warum wollen Sie sich unbedingt zerstören? Es ist die einzige Freiheit, die mir bleibt. Er ist mein Leben nicht wert. Ich weiß, dass man eine Frau niemals nach ihrem Alter fragen sollte, aber ich tue es trotzdem. Also, wie alt sind Sie, Allison? 24? 25? 26? Wie können Sie mit 26 Jahren behaupten, Ihr Leben sei nichts mehr wert? Das ist mein Problem. Mark legte es darauf an, die Milliardärstochter zu provozieren. Sie verzeihen mir, wenn ich Sie jetzt nicht bedauere. Sie haben alles, was man sich nur wünschen kann. Sie sind jung, reich, gesund und behaupten, Ihr Leben sei nichts wert? Ihnen stehen alle Türen auf, daran etwas zu ändern. Machen Sie etwas aus Ihrem Leben, suchen Sie sich andere Freunde. Sie könnten theoretisch sogar ganz von vorn anfangen. Mit einem neuen Gesicht, einer neuen Identität. Man kann nicht noch mal von vorn anfangen. Man macht immer nur weiter. Das weiß jeder, lieber Herr Psychologe. Ich habe Ihnen heute Morgen eine Frage gestellt, die Sie mir immer noch nicht beantwortet haben. Welche Frage sollte das gewesen sein? Ich erinnere mich nicht, log sie. Ich wollte wissen, wen Sie eigentlich bestrafen wollen. Alison schwieg. Doch dann schien sie plötzlich das dringende Bedürfnis zu überkommen, sich diesem Mann, dessen Bekanntschaft sie erst wenige Stunden zuvor gemacht hatte, zu offenbaren. Sie musste es endlich loswerden, dieses zermürbende Geheimnis, das sie so lange schon mit sich herumtrug. Natürlich, die Konsequenzen waren nicht abzusehen. Sie konnte im Gefängnis landen. Aber glich ihr Leben nicht seit Jahren einem Gefängnis? Sie blickte Mark fest an. In diesem Moment wusste er, dass er seine Frage nur noch ein letztes Mal stellen musste. Wofür wollen Sie sich bestrafen? Ich habe einen kleinen Jungen getötet, antwortete sie. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. CD Nummer 4. Fortsetzung des Romans »Weil ich dich liebe« von Guillaume Müsseau. Alison, Rückblende. Beverly Hills, Kalifornien. Frühling 2002. Es war zwei Uhr nachmittags. Im Schlafzimmer einer mediterran anmutenden Luxusvilla rickte sich allmählich Leben. Alison blinzelte in den Tag, schloss die Augen jedoch sogleich wieder. Ihr dröhnte der Schädel. Am Abend zuvor hatte sie eine rauschende Geburtstagsfeier für ihren aktuellen Lava organisiert. Eine Zusammenkunft der hippen Jugend von Beverly Hills, die sich bis tief in die Nacht hinzog. Sturz betrunken und mit verstimmtem Magen war Alison am frühen Morgen in ihr Bett getrockelt. Als sie sich in der Lage fühlte, einen Blick auf die Uhr zu werfen, fuhr sie entsetzt hoch. Scheiße! Sie hatte versprochen, der Einweihung einer neuen VIP-Sporthalle in Huntington Beach beizuwohnen. Und schon jetzt hatte sie Verspätung. Fluchend schwankte sie ins Bad. Ihre Schläfen fühlten sich wie in einem Schraubstock eingespannt an. Ihr Magen brannte, ihr Mund war ausgetrocknet, ihre Lider geschwollen. In diesem Augenblick bereute sie jedes einzelne Glas Wodka und Tequila, das sie sich ohne Sinn und Verstand hinter die Binde gegossen hatte. Nach einer eiskalten Gesichtsdusche schleppte sie sich zu ihrem feuerroten Geländewagen und fuhr los. Es regnete in Strömen. In einem irrsinnigen Tempo fegte der feuerrote Jeep durch die von Palmen und Sykomoren gesäumten Straßen. Alison ließ die Hügel von Beverly Hills hinter sich und erreichte den Knotenpunkt des kalifornischen Eisenbahnnetzes. Sie hielt sich in Richtung Huntington Beach, obwohl sie bereits beschlossen hatte, diese verdammte Einweihungsfeier sausen zu lassen. Es regnete inzwischen so stark, dass die Scheibenwischer nur noch mit Mühe Herr über die vom Himmel stürzenden Wassermassen wurden. Sie war noch jung. Sie konnte wieder anfangen zu studieren. Sie konnte aufhören, sich mit Freunden abzugeben, die keine waren, und mit Kerlen auszugehen, deren Gehirn die Größe einer Erbse nicht überstieg. Heftige Windstöße ließen den Jeep erzittern. Auf der Stadtautobahn mahnten große Anzeigetafeln alle Verkehrsteilnehmer zu umsichtigem Fahrverhalten. Hektisch schlängelte sie sich zwischen den Autokolonnen durch, um die nächste Ausfahrt zu nehmen. Diese führte wie so oft in Los Angeles an den riesigen Parkflächen einer Shopping Mall entlang. Allison kniff die Augen zusammen, um die Schilder durch den Regenvorhang besser erkennen zu können. Einen besonders ausgeprägten Orientierungssinn hatte sie noch nie gehabt. Sie verpasste die Kreuzung, an der sie hätte abbiegen müssen, und landete auf der Zufahrtsrampe eines halbleeren Parkplatzes. Sie wendete und fuhr an mehreren Autos vorbei, die am Straßenrand angehalten hatten, offenbar um zu warten, bis sich das Unwetter beruhigt hatte. Ihr Handy klingelte. Natürlich wusste sie, dass man beim Autofahren nicht telefonieren sollte. Sie bückte sich trotzdem zu ihrer Handtasche hinunter, um nachzusehen, wer sie sprechen wollte. Der Aufprall war hart und unerwartet. Allison richtete sich auf. Sie geriet in Panik. Wogegen war sie da gefahren? Eine Bordsteinkante? Hatte sie ein Tier erwischt? Sie machte eine Vollbremsung und sprang aus dem Jeep. Ihr Puls raste. Und dann bestätigte sich ihre schlimmste Befürchtung. Sie war nicht einfach irgendwo dagegen gefahren. Sie hatte einen Menschen überfahren. Ein Kind. Geht es dir gut? Du hast doch nichts Schlimmes. Bestürzt beugte sich Allison über den leblosen Körper des kleinen Jungen. Auf seiner Kleidung und auf dem Asphalt waren keine Blutspuren zu erkennen. Doch die Position des Kopfes ließ vermuten, dass er gegen einen der Betonblumenkästen am Fahrbahnrand geprallt war. Verzweifelt blickte Allison sich nach allen Seiten um. Hilfe! Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Niemand antwortete. Die Straßen waren wie leergefickt. Sie ging zurück zum Wagen, griff nach ihrem Handy und wählte die 911. Besetzt! Sie versuchte es ein zweites, ein drittes Mal. Ohne Erfolg. Die Notrufleitungen waren offenbar völlig überlastet. Kein Wunder bei dem Wetter. Tränen überströmt, trug sie das kleine Bündel durch den heftigen Regen zu ihrem Jeep. Du darfst nicht sterben, hörst du. Du musst durchhalten! Sie zitterte am ganzen Leib, als sie wie in Trance den Motor startete und der Autobahn bis zum General Hospital folgte. Es war drei Uhr nachmittags, aber es hätte genauso gut mitten in der Nacht sein können. Als hätte jemand einen dunklen Vorhang zwischen Himmel und Erde zugezogen. Zwei Ambulanzen versperrten die Zufahrt zur Notaufnahme. Alison wollte nicht warten, bis sie wieder abfuhren und steuerte ihren Jeep weiter bis zu einem etwas weiter entfernt gelegenen Parkplatz. Eilig rangierte sie den Wagen in eine Lücke, stieg aus, öffnete die hintere Tür und nahm das Kind behutsam auf den Arm. In diesem Augenblick offenbarte sich ihr die schreckliche Wahrheit. Der kleine Junge war tot. Ein markerschütternder Schrei entrang sich ihr. Wie von Sinnen drückte sie das Kind an sich und schluchzte. Schließlich verstummte sie. Wie in Trance ließ sie die Tür wieder ins Schloss fallen und sank erschöpft hinter dem Steuer zusammen. In einem letzten Reflex wählte sie die Nummer ihres Vaters. Eine halbe Stunde später Der Regen hatte nachgelassen, der Parkplatz vor dem General Hospital lag in Nebel gehüllt, als ein riesiger Hammer mit getönten Scheiben auf das Gelände des Krankenhauses einbog. Richard Harrison, der gerade geschäftlich in Los Angeles zu tun hatte, stieg als erster aus, gefolgt von einem großen, farbigen Mann mit kräftiger Statur. Es war Curtis, Harrisons getreuer Leibwächter und ständiger Begleiter, der dem Geschäftsmann alles verdankte und sicher bereit gewesen wäre, sein Leben für ihn zu geben. Die beiden Männer sahen sich kurz um, dann entdeckten sie Alisson. Völlig durchnäßt kauerte sie an einer kleinen Mauer, den Kopf zwischen ihren Knien verborgen. Richard beugte sich zu seiner Tochter hinunter. Leichenblass und Zähne klappern starrte sie ihm entgegen. Ihre Hand krampfte sich um ein silbernes Namenskettchen. Weiß traten die Knöchel hervor. Sie schien am Abgrund des Wahnsinns zu balancieren. Harrison legte seine Hand auf ihre glühende Stirn. »Bring sie nach Hause«, bat er Curtis. Curtis nickte stumm. Verhutsam wickelte er Allison in eine warme Decke und trug sie bis zum Wagen ihres Vaters. Indessen ging Richard mit schwerem Herzen hinüber zu dem Jeep seiner Tochter. Als er die Tür öffnete, fiel sein Blick auf den kleinen Leichnam. Reflexartig drehte er sich um und lehnte sich mit dem Rücken gegen das Auto. Verstört massierte er sich die Schläfen und atmete dann tief durch. Curtis war diskret neben ihn getreten. »Was haben Sie damit vor?«, fragte er leise. »Curtis, bitte kümmern Sie sich um meine Tochter. Damit muss ich allein fertig werden.« Mojave-Wüste im Südosten Kaliforniens Über drei Stunden war Richard Harrison nun schon in dem Jeep seiner Tochter unterwegs. Er hatte die weitverzweigte Metropole hinter sich gelassen und raste nun auf einem gottverlassenen Highway durch die Wüste, neben sich die Leiche eines kleinen Kindes. Eine Reise ins Grauen. Nicht in seinen schlimmsten Albträumen hatte Richard sich ausgemalt, je ein solches Martyrium durchstehen zu müssen. Dabei hatte ihn das Leben schon auf so manche harte Probe gestellt. Als jungen Soldaten in Vietnam, am Bett seiner sterbenskranken Frau, mit der er alle Stadien ihrer Krebserkrankung durchlitten hatte, im alltäglichen Krieg seines Business. Als Jugendlicher hatte er immer versucht, seine Ängste zu bezwingen, indem er gedanklich die schlimmsten Befürchtungen vorwegnahm. Mit zunehmendem Alter war er abgehärteter geworden, doch in Krisensituationen bewährte sich diese Gewohnheit aus früheren Tagen immer wieder. Sie rüstete ihn für die Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod, gab ihm Mut und Besonnenheit auf diesem Weg. Doch dass er eines Tages mit seinen eigenen Händen einen kleinen Jungen würde begraben müssen, den seine Tochter auf dem Gewissen hatte, damit hatte er nicht gerechnet. Und zum ersten Mal in seinem Leben zweifelte er daran, einer Situation gewachsen zu sein. Mehrere Male hatte er anhalten müssen, um sich zu übergeben, und schon seit einer Weile fuhr er mit weit offenen Fenstern, da er das Gefühl hatte, zu ersticken. Doch es half alles nichts. Er atmete schwer, rang fast panisch nach Luft und fühlte sich einer Herzattacke nahe. In einem Fort beschwor er sich, dass er keinesfalls zusammenbrechen durfte. Er konnte seine Tochter nicht im Stich lassen. Erst vor wenigen Wochen war ihr wegen Trunkenheit am Steuer die Fahrerlaubnis entzogen worden. Wenn man sie jetzt erwischte, wie sie ohne Führerschein in einen Unfall verwickelt war, bei dem ein Kind getötet wurde, wären ihr mehrere Jahre Gefängnis sicher. Und trotz seiner Beziehungen würde er ihr dann nicht mehr aus der Patsche helfen können. Kurz hinter Palm Springs hatte er einen Baumarkt gehalten und sich mit Spaten und Hacker ausgestattet. Da er bei weitem nicht die Medienpräsenz eines Bill Gates oder Warren Buffett zeigte, konnte er davon ausgehen, dass ihn niemand erkannte. Zumal die lustlose Blondine an der Kasse vermutlich nicht Abonnentin der Business Week war. Dennoch wollte er auf Nummer sicher gehen. Er zahlte in bar und achtete peinlich darauf, nicht in die Überwachungskamera zu schauen. Alison hingegen hatte es mit ihren permanenten Dummheiten zu trauriger Berühmtheit geschafft. Und trotz ihrer Versicherungen am Telefon konnte sich Richard kaum vorstellen, dass es keine Zeugen für den Unfall gab. Die Polizei würde sicher nicht lange brauchen, um auf seine Tochter zu kommen. Er musste also schnell handeln. Sehr schnell. Eine weitere Stunde brauste Harrison durch das steinige Ödland. Mit der Dämmerung drang er ins scheinbar unberührtes Gebiet vor. Es lag bereits unweit der Grenze zu Nevada. Er beschloss, die Schnellstraße zu verlassen und sich einen Weg durch den Schotter und zwischen zerklüfteten Felsen ins Nirgendwo zu bahnen. Er steuerte auf eine zerfurchte Parzelle zu, über die ein Joshua-Baum wachte. Das nahm er als Zeichen. Er hielt an, machte den Motor aus, ließ jedoch die Scheinwerfer eingeschaltet. Es war sieben Uhr abends, als er den ersten Spatenstich setzte. Um zehn Uhr bettete er den Leichnam in das Wüstengrab und um Mitternacht schüttete er die Ruhestätte des Kindes mit einer letzten Schaufel Geröll zu. Lange blieb Richard vor der Grabstelle stehen und betete. Von unterwegs rief er Curtis an und verabredete sich mit ihm an einem abgeschiedenen Ort, den er gegen drei Uhr morgens erreichte. Sie ließen den Jeep bis zur Unkenntlichkeit ausbrennen. Noch vor dem Morgengrauen brachte Richard Harrison seine Tochter zum Flughafen, wo um sechs Uhr der Privatjet des Milliardärs mit Allison an Bord in Richtung Schweiz abhob. Unruhig lief Richard in den ersten Tagen nach dem Unfall in seiner Villa auf und ab. Doch nichts passierte. Nach einer Woche wusste er, dass er die Spuren erfolgreich verwischt und seiner Tochter Kopf und Kragen gerettet hatte. Doch konnte man eine solche Tat, wenn es sich auch um einen Akt der Verzweiflung handelte, aus dem Gedächtnis radieren, so tun, als hätte sie niemals stattgefunden? 25. März 2007, 18 Uhr im Flugzeug Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit dem Landeanflug auf New York. Wir möchten Sie bitten, Ihre Sitzplätze wieder einzunehmen und sich zu vergewissern, dass sie angeschnallt sind. Die Ansage des Chef-Stewards bereitete Allisons Erzählungen ein abruptes Ende. Die junge Frau schien wie aus einem bösen Traum zu erwachen, als sie den Blick hob und sich umsah. Das Floridita hatte sich deutlich gelehrt. Zwei Stewardessen traten an die Tische der letzten Gäste, um sie aufzufordern, an ihre Plätze wieder zurückzukehren. Was ich getan habe, ist unverzeihlich, sagte Allison und tupfte sich die Augen trocken. Und das Schlimmste ist, dass ich danach alles meinem Vater überlassen habe. Mehrere Monate bin ich in der Schweiz geblieben, habe mich einer Entziehungskur unterziehen müssen und unter schwersten Depressionen gelitten. Und als ich zurück nach L.A. kam, haben wir alle so getan, als wäre nichts geschehen. Mark war fassungslos. Mühsam kämpfte er um eine möglichst sachliche Antwort. Nichts ist unverzeihlich. Aber manche Dinge im Leben kann man nicht ungeschehen machen. Sie hätten sich alle Leiden der Welt auferlegen können und das Kinds wäre deswegen nicht wieder lebendig geworden. Das ist ein schwacher Trost. Ich habe nicht vor, Sie zu trösten. Sie müssen die Verantwortung für das übernehmen, was Sie getan haben, selbst auf die Gefahr hin, dass dieser Prozess noch einmal sehr schmerzhaft werden kann. Aber Ihr Leben ist ja darum nicht vorbei. Sie könnten sich auf vielfältigste Weise nützlich machen, etwa, indem Sie anderen Kindern helfen oder sich in sozialen oder humanitären Organisationen engagieren. Und zwar nicht nur mit Geld. Aber das müssen Sie selbst entscheiden. In jedem Fall sollten Sie nicht länger eine Gefangene Ihrer Vergangenheit bleiben. Vielleicht verstehen wir auch nicht alles. Was genau er mit diesem letzten Satz meinte, ließ er in der Schwebe. Seine Gedanken schweiften ab zu seiner Tochter, die er auf wundersame Weise wiedergefunden hatte. Allison sah ihn fragend an. Vielleicht widerfahren uns Schmerz und Leid niemals umsonst, führte Mark aus. Vielleicht wird uns dadurch der Weg zu etwas anderem eröffnet. Nur begreifen wir das in dem Moment noch nicht. Welchen Sinn könnte schon der Tod eines Kindes haben? fragte sie bitter zurück. Mark öffnete den Mund, doch er fand keine Worte. In diesem Augenblick wurden sie unterbrochen. Sie müssen jetzt wirklich an Ihren Platz zurückgehen, mein Herr, bat eine Stewardess freundlich, aber bestimmt. Mark erhob sich, ließ die junge Harrison Erbin jedoch nicht aus den Augen. Er hätte ihr so gern vermittelt, dass sie sich aus den Fängen dieses Dramas befreien und in die Zukunft blicken musste, was nicht hieß, dass damit die Vergangenheit ausgelöscht wäre. Das Flugzeug tauchte in das Wolkenmeer ein und schaukelte kurz. Die Stewardess wurde nun ungeduldig und schob Mark bis zu der Treppe, die hinunter ins Hauptbeck führte. In der Eile hatte er sein Portemonnaie auf dem Tisch vergessen. Als Alison es bemerkte, war Mark bereits verschwunden. Sie betrachtete die reichlich abgenutzte ledernde Geldbörse und widerstand der Versuchung, sie zu durchstübern. Stattdessen ließ sie sie in ihre Handtasche gleiten und nahm sich vor, sie ihm beim Aussteigen wiederzugeben. Zur selben Zeit warf Connor einen Blick auf die ultramoderne Uhr, die die Wand seines Behandlungszimmers in der Mozart-Klinik schmückte. Hier betreute er besonders problematische Fälle, die er nicht in seiner Praxis behandeln konnte. In weniger als einer Stunde würde er Mark wiedersehen. Ein Wiedersehen, das er ungeduldig erwartete und zugleich fürchtete. Nur wenige Meter von ihm entfernt saß Nicole auf einem schlichten Sofa. Connor bemerkte, dass es sie fröstelte und brachte ihr eine Decke, die sie dankbar über ihren Knien ausbreitete. Er legte ihr beruhigend eine Hand auf die Schulter. Eine Weile sagte niemand ein Wort. Über dem Battery Park ging allmählich die Sonne unter. Ihr Widerschein tauchte den Raum in ein warmes Licht, das in starkem Kontrast zu den kühlen Blautönen des Klinikzimmers stand. »Wie glaubst du, wird er reagieren, wenn er die Wahrheit erfährt?« fragte Nicole schließlich in die Stelle hinein. Genau diese Frage hatte sich auch Connor die ganze Zeit gestellt. Würde die Freundschaft zwischen Mark und ihm überstehen, was in den nächsten Stunden passierte? Er rief sich die schreckliche Weihnachtsnacht in Erinnerung, in der drei völlig verzweifelte Menschen den Weg zu ihm gefunden hatten. In der Weihnachtsnacht 2006, im Herzen von Manhattan, 3.30 Uhr, Connor und Allison. Unter den Straßenlaternen in Soho tanzten glitzernde Schneeflocken. Einen Moment lang verlor Connor sich in diesem Anblick, nachdem er seinen Aston Martin vor der Haustür eingeparkt hatte, seufzend stieg er schließlich aus und ging hinauf zu seiner Wohnung. Als er das Licht anschaltete und eine nackte Glühbirne, die von der Decke hing, den großzügigen Wohnraum erhellte, übermannte ihn plötzlich eine tiefe Traurigkeit. Seit fünf Jahren bewohnte er dieses Luxus-Apartment. Und er hatte sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, alle Kartons auszupacken. Die Küche war genauso spartanisch eingerichtet wie das Wohnzimmer, die Schränke leer, das Cerankochfeld so jungfräulich wie bei seinem Einzug. Er ging zum Kühlschrank hinüber, um sich einen Chardonnay aus der bereits halbleeren Flasche einzuschenken. Mit dem Weinglas in der Hand ließ er seinen Blick durch die Loftwohnung schweifen. Er stellte die Heizung höher, spülte den Wein mit einem einzigen Schluck hinunter und konnte der Versuchung nicht widerstehen, sich großzügig nachzugießen. Wie immer, wenn er aus dem Rahmen seiner Arbeit trat, blickte er in den Abgrund, der sich in seinem Inneren auftat. Ein gähnender Abgrund, über den nichts hinwegtäuschen konnte. Kein Mensch, kein Besitz, keine Droge. Diese leere Wohnung spiegelte sein unausgefülltes Privatleben unbarmherzig wider. Er löste den Knoten seiner Krawatte und trat vor die große Fensterfront. Auf dem Bürgersteig sah er den Schneemann, dem er seinen Schal umgebunden hatte. Connor hob sein Glas und prostete seinem einsamen Kameraden zu. Dann ließ er sich matt auf die Couch fallen. Er schloss die Augen. Das seltsame Mädchen, das versucht hatte, ihn zu bestehlen, wollte ihm einfach nicht aus dem Sinn gehen. Sie würde die Nacht in der Kälte verbringen, hilflos und verängstigt. Er hatte den Hass gespürt, die auf ihrer Seele lastete. Doch er hatte nichts für sie tun können. Während er sich mit Selbstvorwürfen marterte, klingelte das Telefon. Er zog die Augenbrauen hoch. Das musste Nicole sein. Er hatte völlig vergessen, sie zurückzurufen. Auf dem Display leuchtete unbekannt auf. Spreche ich mit Connor McCoy? Ich weiß, es ist spät und bestimmt störe ich sie, aber... Die junge Frau am anderen Ende der Leitung schien völlig verstört. Mein Vater hat sie mir empfohlen. Er sagte, sie sei der Einzige, der mir helfen könnte. Was ist passiert? Erkundigte sich Connor. Ich habe jemanden getötet. Seine Gesprächspartnerin brach in Tränen aus. Ein Schauer jagte Connor über den Rücken. Beruhigen Sie sich. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich heiße Alison Harrison. Connor trat ans Fenster. Er entdeckte eine junge Frau, die verkrampft gegen die Motorhaube eines Autos lehnte und telefonierte. Wo sind Sie, Alison? Sie sah hoch zu ihm und begegnete seinem Blick. Ich stehe vor ihrer Haustür. Eine Stunde später. Da lag sie. Im Halbdunkel seines Wohnzimmers. Seine neue Patientin. Das knisternde Feuer des Kamins, den Connor hatte einweihen müssen, da seine Heizung ausgefallen war, schien eine beruhigende Wirkung auf sie zu haben. Sie war eingeschlafen. Unzählige Male hatte er ihr Foto in den Zeitungen und Magazinen gesehen. Hatte kopfschüttelnd den neuesten Klatsch über sie zur Kenntnis genommen und wusste, dass ihr Name nie in der Auflistung fehlte, wenn von Skandal oder Promis die Rede war. Die junge Frau allerdings, die ihn in dieser Nacht verzweifelt aufgesucht hatte, war weder arrogant noch verzogen. Sie war hilflos gefangen in den Ereignissen der Vergangenheit, die ihr jeden Tag ein wenig mehr den Boden unter den Füßen wegzogen. Und sie bat bescheiden um seinen Rat. Was sie in der vergangenen Stunde von sich offenbart hatte, war fürchterlich. Ein Unfall, der einen kleinen Jungen das Leben gekostet hatte. Die Unmöglichkeit, das Geschehene zu verdrängen, sowie die Unfähigkeit, damit zu leben. Drogenexzesse und Selbstmordversuche. Eine Abwärtsspirale der Selbstzerstörung. Sie wollte den Albtraum beenden. An diesem Abend hatte sie vorgehabt, sich der Polizei zu stellen. Doch im letzten Augenblick war ihr die Angst vor der eigenen Courage in die Quere gekommen. Dann entsann sie sich eines lange zurückliegenden Ratschlags ihres Vaters und plötzlich erschien Connor ihr als der letzte Ausweg in ihrer ausweglosen Situation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017